Guckt hier oben Ich hab auch noch keinen Namen, ne? Ehrlich nicht, Alter Ich dachte irgendwie so was an David Garcia oder so was Keine Ahnung Hier, Mauer bauen und links pushen Rechts pushen hast du Ich hab Cody Ich hab nur Event-Character, Alter Ich hab Kudis Ist eigentlich auch Raul Gonzalez sagst du Eigentlich sind das alles Servus Nivsek Ich warte auch nie, ne? Ich erzähle immer am Anfang des Streams Es gibt eine Event-Gruppe Dafür mach ich mir einen neuen Charakter, ja Wahrscheinlich So eine Art Vargas-Charakter David Jonas Schulle Dankeschön für die Primes Ab dem 20. Warum hast du kein Chinese? Das passt doch nicht Oma, kannst du dir schon mal Text kopieren, warum ich normal Na, eigentlich nicht Ich hab ja gar keine Ahnung Ich rede mit Kürtis normal, weil ich mit Kürtis normal reden will Ende Oder ich nehm mich doch nicht Freddy, Alter Wo ist mein Auto? Blum Also die Jacke ist drinne Bauchtasche ist neu Die Hose ist neu Ah, jetzt wird er da gleich hier sehen Junge, wo ist Wo ist mein Auto? Wo ist mein Auto? Hat der Dschiffke? Es gibt keinen Idioten-Kürtis mehr Ich bin erwachsen geworden Ah, du hast angerufen, du Idiot Aber ich hab vorhin angerufen, weil ich ein Taxi gebraucht hab Na Aber jetzt brauch ich keins mehr, ich bin schon wieder in der Stadt Aber mein Auto ist weg Welches Auto? Ja, mein blaues Auto ist weg Achso, mit dem bin ich gefahren Warum klaust du mein Auto? Wie, das ist dein Auto? Bist du dumm? Hä? Bring mein Auto zurück, du Idiot Du hast doch immer dein anderes Auto da stehen Aber der ist auch weg Wo ist denn der? Weiß nicht Toll Wer hat den geklaut? Weiß nicht Ich fahr immer mit dem Blauen Wo ist mein weißes Auto? Ja, wo ist dein weißes Auto? Ey man, wo ist dein Auto? Dude Und wo bist du? Ah, ich bin unten Warte mal Wo bist du? Unten Mila Ja, du bist auch unten Mila Wo unten? Ja, Mila, du bist auch hier unten Wo? Ja, unten am Hafen Ja, da muss mich einer abholen, komm Ja Okay, bis gleich Ja 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 So ein bisschen kann ich das Aber dann fängt das richtig an zu kratzen Keine Sorge Irgendwann kommt der alte Kölz zurück Meine Brüder Wir müssen reden Wie wär's mit Carlos Kusch? Bist verrückt Grüße Mach mal ein Wie viel ist dein Outfit wert? Er lässt Edition Also das, was ich gerade anhabe Ich weiß gar nicht, was die Hose kostet Boah Fast eine Million, glaube ich Alles zusammen Morgen kommt erst mal Pablo Alvaro Ah, Pablo klingt aber nicht cool David Taxi Wir müssen auf Taxi warten Weil die mit meinen Autos klauen Die Penner Ich habe einen Von diesem Vergangen wir Monthchio Ich warte Okay, das טוב O Dasòn hitting Mein Der Ist Jack unterwegs? Ja. Muffin? Jack und Muffinsin und den. Aha. Das ist der Style von uns. Okay. Das ist der Style von uns. Und wie war dein Auftritt, Mila? War gut. Wo ist das Geld? Wo warst du? Hä? Du wusstest doch, dass ich auf Geschäftsreise bin. In Azeroth. Ja. Ich bin wichtiger. Was? Noch wichtiger als das? Wie geht das? Ich bin am wichtigsten. Wie geht das? Du fährst in den Gegenverkehr, ne? Oh nein. Nein, das ist auch Gegenverkehr. Was machen wir? Wem hast du was gegeben? Wem hat meine Zahnbürste gegeben. Warum? Weil seine Frau das wollte. Wie viel hat er gezahlt dafür? Nix. Oha. Coole Tasche, Mila. Woher? Boah, die sind echt gut. Habe ich mir aus dem Arsch gezogen. Boah, was ist denn? Warte mal, bleib mal stehen. Ei, ei, ei. Das ist crazy, hm? Boah, Sonnenbrille. Cool. Woher? Habe ich mir auch aus dem Arsch gezogen. Und die Hose. Hast du Popo trainiert, ne? Ja. Du bist ein Dummbeudel. Du bist ein Dummbeudel. Du bist ein Dummbeudel. What a da? Tag, Tag, Tag. Und? Jut, 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 jut. Ach, sagt der Holi für die Bombe, oder was? Ja, ja, ja. Ich pack gerade die Bombe. Ich war eben schon bei der Bombe. Ui. Ja. Die haben schon bestellt. Alles. Drei Millionen. Für drei Millionen. Ja, pass auf. Erste, erste Teil immer. Also, wir geben denen jetzt 20 Pullover, 20 Hemden. Ja. Für 50.000 das Stück. Hm. Wenn die nachbestellen wollen, Limit von 20 ist ausgeschöpft, dann 100 pro Stück. Okay. Ist abgeklärt. Die Qualität der Dingsklamotten sind aber nicht so gut, ne? Von welcher? Hier, von dem Foul. Muffin. Aber Muffin weiß glaube ich schon Bescheid. Ja, ja, ja. Ich sehe das schon im langen Gesichtsausdruck. Aber die von, die Qualität der Frauenbörmesachen ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, der Pulli ist, oh mein Gott, sieht gut aus. Der Pulli ist fresh, guck mal, das ist top, warte. Das ist auch ultra fresh. Zeigt ihr das mal, Mila? Zeigt ihr das mal, Mila? Junge, ich bin ein Typ. Ach so. What's cracking? Blut. Folgen Sie sich mal. Boah, die Tasche, oh mein Gott. Blocks over money. Ist auch cool. Das sieht richtig fett aus, ne? Haben die Hemden, ja, ne? Ja, oh, warte. Das hier ist... Ei, ei, ei. Guck doch hinten. Tja, Bruder, wir haben jetzt einfach drauf, Alter. Was würdest du sagen? Jo. Nicht bei allem. Dann würde ich jetzt... Wir machen viele Fehler, ja. Und die sind sehr stressig und die ficken Kopf, die Fehler. Das stimmt. Boah. Ja. Die ficken so sehr Kopf, dass ich sehr müde werde. Und ausraste und Bluthochdruck bekomme. Aber ist nicht schön. Was was mit dir? Alles gut. Okay, pass auf. Jetzt für die Struktur. Jetzt für die Struktur. Ist der Pounder leer? Weiß ich nicht. Äh, kann sein, dass so eine Kleinigkeit drin ist. Ja, weil dann würde ich die Bombe... Bevor wir jetzt hier Sachen rausnehmen zum Verkaufen, ne? Ja. Äh, trage ich alles in die Liste ein. Hab da schon Preise für abgestimmt. Haben wir die Stangenware? Ja, ja. Hab ich alles definiert. Guck ich gleich. Ja, Stangenware nicht so neu, ne? Ne, ne, ne. Hatte ich alles abgesprochen. Oh, Kiezhulig sind auch da? Ja, 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 genau. Schwarz und weiß. Da würde ich gleich dann auch anrufen. Hast du den Frank schon angerufen? Äh, mach ich gleich. Kannst du, Mila, mal die Kiezhulis für Frauen probieren? Äh, Beats. Beats, ja. Hol dir einmal den schwarzen, einmal den weißen. So ein bisschen dick, die Jacke. Äh, das ja? Ja, und einmal für, war, äh, hast du ne Tasche? Ich hab ne Tasche, ja. Ne, was ist das? Muffin. Ja, haben wir heute noch. Ja. Was hat sie da an der Brust? Das sind noch Zeile vom Brusthalter. Boah. Bebe, uh. Warum mit? Beim Non-Profit, äh, Community-Dings, Justin, ist das egal. Wir haben auch Eigenmarken. Wir haben nicht so viel Dings. Boom. Der T-Shirt ist absolut hässlich da drunter. Oh. Die zeig ich noch nicht. Boah, Bebe, uh. Ah, Jerseys. Haben wir die wieder auf Lager jetzt, ne? Äh, ja, ein paar. Kann ich gleich durchgeben. Hier, was ist mit... Ja, geil. Cody-Sachen sind auch da. Ja, da müssen wir nachher hin, ne? Aber das ist für Cody's, ne? Denk dran. Ja, auch. Auch. Würdest du das so verkaufen, oder? Ja, ja, klar, natürlich. Das würde ich nur für Cody's geben, oder? Cody soll sich die Farbe aussuchen, die er haben will, und das ist Cody's. Wir haben ja noch Dings. Ist der schon erreichbar? Weiß ich nicht. Klären wir... Lass alles nacheinander, bitte. Pounder ist leer? Er ist leer, ja. Okay, pass auf. Dann hol mal, Mila. Ja. Zweimal den Bom-Pullover. Äh, das Top. Einmal hast du ja schon, oder? Ähm... Ne, hab ich dir wieder schon gegeben. Oh, Pelle. Oh. Gibt es das wieder? Hab ich halt jetzt schon eine blaue. Leg mal zweimal das Top rein. Oh, ich... Maffe ihn. 18 mal die Pullover da rein. Äh, welchen von? 17. Bom. Den Pullover. Wo rein legen? In den Pounder. In den Pounder. Oh, Moncler-Jacka, Bruder. Mit Fell. Das T-Shirt da drunter. Warum ziehe ich so ein hässliches T-Shirt da drunter? Darum nur. So, äh, Jifke. Jo. Du machst 18 mal das, äh... Ne, zweimal das Zue-Bomb-T-Shirt. So. Attempt. Attempt, ja. Attempt, ja, ja, ja. Jo, jo, jo. Zweimal. Arme aufmachen, bitte. Welches ist das? Das ist... Bitte. Wie oft? Zweimal? Warte. Boah, ich bin einfach Harry Potter, Junge. Jawohl, Herr Lehrer. Boah. Welches ist das? Ey, das sieht aber mega fresh aus. Das ist geschlossen, ne? Komm mal, ein Schmieler, ey. Junge, ich bin einfach Harry Potter. Hier, jetzt hast du das dreimal, ne? Das Zue. Also zweimal kaufen, einmal das, was du mir gegeben hast, ja? Weil Oberteile sind drin, Chef. Okay. Dann hast du... Dann mach das dreimal, Moment. Das werde ich mir auf jeden Fall auspacken. Junge, ich bin Harry Potter-Kusch. Den Pulli 18 mal. Ach, du bist mein Opa gerade. Du bist mein Opa gerade. Du bist mein Opa gerade. Du bist mein Opa, kein Pauner. Okay, Vila? Nein, ich bin einfach Harry Potter. 13 Mal das offene Hemd mit weißem T-Shirt. Ähm, das hier. Ne, stopp. Zweimal, zweimal. Zweimal. Genau. Und zweimal ohne. Zämpfer aus wie Businessman. Oha, du hast lange Socken an. Oh mein Gott, die Hose, Junge. Boah, Vargos-Hose. Das waren immer nur sieben Stück gleichzeitig. Ja, ja, das ist gut. Also. So, Jif, hast du alle? Haben wir die links? Ich hab die drei Reine. Ich hab die drei Ochino-Pensel haben wir auch. Oh mein Gott. Ja. Dann machst du jetzt 13 Mal das offene T-Shirt mit weißem Unterteil. T-Shirt. Hopp, hopp, hopp. Das ist das hier, ne? Genau. Okay, 13 Mal. Ja, ich glaube, ich muss mal unter der Sonnenbank. Sonnenbank, Clever, Solarium. Du gehst. Ist der Lady? Zweimal weiß, zwei Frau und zweimal ohne, ne? Perfekt. So, dann bist du durch. Was ist mit den Ketten? Die machen unsere neuen Mitarbeiter. Also, okay. Aber nimm dir ruhig einen. Ich hab mir auch einen. Nö, nö. Also, ich hab mir eine genommen. Nö, nö. Hier ist die Dings. Ja, Mann, für Cody. Sauber. Nehmen wir das mit? Herzlich Willkommen bei Cody. Seid ihr Bestellung, bitte? Nehmen wir gleich mit. Ja, ja. Fresh. Sauber, dann haben wir das schon mal drin. Habt ihr gesehen, ein paar Sachen haben uns echt Kopfschmerzen zerbreitet die letzten Tage auch, Alter. Wir müssen dann noch ein paar Sachen richtig heftig fixen. Achso, ja, Boxhandschuhe haben wir auch. Passen die Boxhandschuhe? Kommt drauf an. Ja, warte, ich gucke mal. Kommt drauf an. Ja, muss man sich ja immer nackig machen, ne? Sag mal. Boah, Bruder. Einfach glatzig. Hau alles weg, Junge. Ich boxe alles weg. Komm her, Junge. Wie fühlst du das aus? Einfach Haare nach hinten gegählt, Alter. Dann hast du einen Mauerboxhandschuhe, okay? Das sind richtige Kangaroos, Junge. Junge, jetzt noch voll eingehöhlt, Alter. Ich nehme auch mal den Boxhandschuhe. Die passen nicht über meinen Kopf. Du sollst ihn nicht auf den Kopf anziehen, sondern an den Handy, Junge. Siehst du, solche Fehler und so, das müssen wir alles noch fixen. Also, die Tasche ist echt cool, Mila. Ja. Warte, war ein Popol, ne? Wusste ich gar nicht. Hat die Klappe? Gib mal deine Sonnenbrille, bitte. Mal gucken, ob die auf meinen Schädel passt. Aber ich glaube nicht. Ja. Ich habe einen zu großen Kopf. Ja. Wow. Wow. Okay, dann schaue ich auch noch mal fünf. Okay. Gehen wir gleich direkt liefern? Wir fahren jetzt direkt zur Bombe, ja. Wie viele noch, Jack? Wenn du fünf hast und Muffin fünf und Muffin Sommer fünf hast. Bist du sicher? Oh mein Gott, Junge, ich bin Papst Benedikt der Fünfte, Junge. Wie habe ich denn gebrochen? Ja, wie viele hast du denn acht? No, Mini-Party is Fiddy to Santi. Ja, dann kaufst du jetzt noch fünf und ich kauf acht. Mit den Ketten, ne? Okay. Kannst du acht kaufen? Ja, ja. Ja, dann habe ich fünf. Ja, ich habe acht. Bist du sicher, dass wir die rausnehmen können? Was? Zum Representen. Ich habe jetzt eine angehabt, die ganzen Tasche. Junge, Digga, also, du bist seit dem Mischung gerade aus Potter. Was hast du denn, Junge, Alter? Ich habe voll Drip. Guck mich an. Guck mal. Die noch um und dann bist du perfekt ausgestattet. Ja, merkst du auch nicht selber, Junge. Ich bin der Typ von The Avengers, Alter. So, packst du die Dinger da rein? Junge. Muffin. Nein. Pack die Fung bitte rein. Nein. Mach rein, Muffin. Ich lege wieder im Karton. Ja, ja, ja. Und die Kette auch. Alles im Karton wieder. Jawohl, Herr Lehrer. Jawohl. Na, was du denn, Junge? Warte mal, haben wir neue Nikes? Ja. Ja, was ist drin? Bleib mal stehen, Schiffke. Äh. Wir haben Louis Vuitton Nikes? Oh, sind die Dings gekommen? Massenware? Schuhe? Die für die Partypeople? Ja, 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 ja. Ja, Mann, sauber. So, ich check mal kurz Pounderbestand. Okay, die Schuhe sind nicht gut bei der Hose. Ne, da musst du so nicht so eine Hose nehmen. Ne, ich trag meine Bands. Seit 2017 schon. Bruder, ich fühl mich ja gerade wie ein kleines Kind. Aber warum nimmst du eine Louis-Tasche, Schiffke? Ich wollte eigentlich eine andere nehmen, aber die hatte Jack und dann war das doof. Aber? Aber? Äh, ja, Madu, die kann man nur bei uns verkaufen. Ja, der Kiez, der Kiez-Hudi ist auch da. Wann ich kann nur mal zeigen. Wann heiraten wir eigentlich? Ich bin mal weg. Ach so. Ach, stimmt. Ähm, sind die Kleider gekommen? Ja, warte. Guck mal bitte. Oh mein Gott. Ja, Mann. Perfekt. Also meinetwegen können wir jetzt... Meinetwegen können wir jetzt... Muffin, trau uns bitte. Wir wollen heiraten. Muffin. Ach, Zeit. Du sollst uns trauen, Junge. Ach, ich bin da zu lachen. Aber guck mal, wie lang... Wack mal eben. Bisschen ab, ne? Nee, nee, das ist die Hose, das ist die Hose. Ach, das ist die Hose. Da musst du schon... Ach, ihr seid ja doof. Da musst du schon Dessous drunter tragen. Ist halt Real Talk so. Ja. Und damit solltest du auch nicht im Auto einsteigen, sonst knickt er dumm. Da zieht man erst dann in die Kirche irgendwo an. Hau rein. Jifka, hast du eine Cap bei, eine schwarze? Äh, nee. Blöd. Warum? Ja, weil ich eine Cap anziehen will. Oh, scheiße. Du hast einen Blixi-Hoodie jetzt an, ne? Ja, ich? Ja, aber warum den schwarzen, Alter? Es gibt andere. Ja, aber... Oh, ich sag mal. Ja? Nein, okay, okay. Ja, das ist halt nicht für jeden, ne? Du findest die nicht gut, ne? Ich find die Dinge auch gut. Mila. Hm? Ich find die schön. Ich find die cool. Wer ist hier? Ja, nicht jetzt die Farbe, aber in sich der Teil. Ja, bad bitch. Ich find das sieht so steif aus. Zieh mal so ein Palm Angels T-Shirt an, Muffin. Ja, jetzt haben wir weiter. Was für eins? Ja, Designer-Shirt. Von Freshers. Ja, das ist nicht gute Qualität. Was? Was? Ja, so eins. Okay, mit der Dings, siehst du halt dann... Ich find die voll fresh, Alter. Was sagst du, Jifke? Die Mila sagt, das ist kacke. Wie? Das ist doch nicht kacke. Das ist voll geil. Das ist voll kacke. Das ist voll cool, Mann. Das trägt meine Oma als BH. Was laberst du denn, Alter? Und das hier zieht die drüber. Jawohl, Ma'am. Ich find das cool. Selbst das für irgendwelche Tussen, die Bikes fahren und so. Die sind fresh, Junge. North Face-Jacke, ne? Mega cool. Wir werden hundertprozentig heute überfallen. Schon mal versichern lassen von euch, oder was? Versicherung abschließen. Gute Idee. Versicherung abschließen für den Falle verlassen. Bruder, ich hab überall gechillt in Duisburg, Alter. Wir sollten den Poundoffer sichern lassen. Wir sollten uns Knarren besorgen. Ich hab eine. Ach so, nein, das sind Dings, so Vagos-Socken. Kennst du das nicht? Das sind diese hochgezogenen Socken. Wie Mexikaner da dran. Nur leider hat Jifke keinen Drip und zieht irgendwelche High-Tops dazu an. Ey, Jifke, kannst du ein bisschen Low-Tops-Schuhe zu deiner Hose anziehen? Das sieht so kacke aus, ne? Ja, doch. Sieht scheiß aus. Äh, ja, klar gibt's die Hose in Beige. In Beige. Also müsstet, ja. Guck mal, sieht viel cooler aus auf Low-Tops aus. Oder mit Vans. Irgendwelche, die High-Tops wären es nur. Zieh mir mal aus. Was denn das? Der Pounder ist sehr, sehr leer. Also wir können auch mit einem kleinen Auto fahren. Was? Wir müssen nicht mit einem Pounder rumfahren für die Klamotten. Was hast du dir jetzt vor? Warte, hast du den Frank schon angerufen? Ich will erst mal... Was muss die jetzt überhaupt zahlen? Gleich wie Bom, ne? Wenn überhaupt. Ja. Ja, aber warte mal, pro Oberteil? Aber nicht so viel. Pro Oberteil. Ist doch eh eine Stangeware. Was zahlen die denn pro Ding? Junge, was ist mit dir? Du bist ein Puto. Was zum Teufel passiert dir gerade, Alter? Immer fünf. Junge, was macht du erst mal hier, Alter? Hau mir nur fressen und sagt Puto. Junge, der hat einfach eine Bandanne über den Augen, Junge. Der hat gar nichts zu sehen. Der war blind. Puto, Alter. Das ist unser neuer Mittag. Hat einer Kaufschmerztablette dabei? Also Dingstablette, Schmerztablette. Nee, ich hab gar nichts dabei. Mein Gott, Alter. Also ich würde jetzt erst mal zu Bom fahren, denen das liefern. Was muss Bom zahlen? Drei Millionen. Für was? Für wie viele Sachen? Alles, was du in dem Pounder rumfindest. Und das wissen die? Ja. Und die sind cool. Ich war gerade da, hab Bestellung aufgenommen. Ich glaube, bei der Frank wird es sagen, ist alles zu teuer. Nehmen wir nur einen Pudding. Deswegen wäre ich als nächstes dafür. Wir fahren jetzt zu Bom, liefern ihm das Zeug. Dann nehmen wir uns den Kiezpullover. Dann fahren wir zum Kiez. Dann zeigen wir das im Kiez. Dann sagen wir, Kiez, hier, wie viele wollt ihr? Und dann geht's weiter. Ja, aber ich muss vorher noch mal kurz zum Stangenladen. Ich will eine Cap kaufen. Okay, willst du mit zur Bom fahren? Ja, ja, klar, komm ich mit. Okay, dann müssen wir jetzt einmal... Ja, ich frage jetzt, ob wir mit dem Pounder fahren. Oder ob wir mit dem Pounder jetzt erstmal... Ja, hinter dir steht ein Geist, Bruder. War jemand was fest? Nur piss dich hier, du Puto, Alter. Gib uns ein Zeichen. Lass ihn zur Stange fahren. Ich kaufe mir eine Cap und dann können wir zur Bom. Ja, dann Muffin, fahr mit dem Pounder hinterher und park den am Park. Ja, Mann. Okay. Und wir holen uns... Ihr fahrt mit dem Komodo und wir holen kurz ein größeres Auto. Ja. Kommst du dann mit mir, Mila, ne? Boah, du siehst fresh aus. Jivke, ich brauch dich schon, ne? Ich kann keine zwei Autos fahren. Also, Chat, das hat gerade passiert, das ignorieren wir erstmal. Nein, nicht jeder kann in den Shop dran. Der Shop ist für alle Event-Dinger und so zuständig. Deshalb können da auch andere Leute dran. Mila. Ja? Ja. Erzähl mir von deinem Aufschritt. Ähm, ich habe mein Lieder gespielt und es war schön. Wir hatten ganz viel Spaß und es war schön. Da war ein dicker Typ und der wollte meine Zahnbürste. Da war ein dicker Typ und der wollte deine Zahnbürste. Ja. Außerdem habe ich gewettet und viel verloren. Wie viel hast du verloren? Weiß nicht mehr. Viel. Das ist nicht schlimm, wir sind eh Multimillionäre. Ja. Piss dich, Dexos, alter. Was ist dem los? Nenn mich Harry Potter, okay? Jetzt kannst du mich Kefka nennen. Ah, die gibt es doch auch einen für mich hier. Ja. Ja, ist traurig. Ich habe jetzt trotzdem nicht zugehört, wo wir hinfahren. Wo sollen wir jetzt hin? Mila? Ja? Wo sollen wir jetzt hin? Ähm, habe nicht zugehört. Ja, glaube ich. Ja, glaube ich. Ja, passt. Was haben wir jetzt immer vor? Ich habe nicht zugehört. Wie immer. So Bomben, oder nicht? Ja. War das nicht der Bomben? Um, 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 um. Hier, ne? Alles hier rein. In eine gelbe Karre. Ja, ja. Ich habe nichts. Ja, alles aus dem Pounder halt, ne? Ich will mal kurz zinkeln. Ich habe keinen Bock, ich muss vorlesen. Oh, Giffy kommt auch. Aber jetzt mal ehrlich, man, der ist ja voll geil. Das Oberzeil. Stadt voll fresh. So. Ähm. Jonas Schulle. Dankeschön für den Prime im 20. Dankeschön, Bruder. Und Damage Boss. Danke für die Weas am 7. Und Koffein. Dankeschön für die Weas am 9. Na, du küsst auf die Nuss, Bruder. Dankeschön. Und Z. Dankeschön für die Weas am 26. Darklieder. Dankeschön für den Prime im 14. Und Daynight. Dankeschön für den Gifter. Dann Seamaster. Ich hoffe, Seamaster hat sich bedankt. Mach ich sofort, Nate. Äh. Mehmet. Danke. Oh, Mehmet. 1500 Zaps. Vielen lieben Dank, Bruder. Dankeschön. Und Otto von Kessel. Dankeschön für 200 Bits. Und Floxer.de. Dankeschön für den Prime 8. 8. 8. 8. 8. Oh, mein Gott. Wow. Oh, mein Gott. Äh. Was ist das denn? Achso, ja. Die gibt mir down, Nate. Also kannst du machen, ohne Probleme. Mr. Jutes Brett. Vielen lieben Dank für 10 Gifte Zaps. Dankeschön. Du bist, glaube ich, JJ, ne? 1500 Zaps. Ach, Bits meine ich. Sorry. Sorry. Hey, Chat, ich bin gerade ein bisschen verplant. Dankeschön. Könntest du kein Gangster mehr? Könntest du noch nie ein Gangster? Könntest du ein Idiot? Ja. Yo. Hat irgendwer noch eine Bauchtasche übrig? Nee. Meine ist weg. Ja? Na, komm mit. Ach, Giffi, auch da. Ja, Tag. Tag. Ich muss mir meine Sonnenbrille essen. So, zack. Warte, Sonne blendet. Wie rennst du schon wieder rum? Ja, wie? Das ist mein, das ist mein RIP. So, lass dich nur kurz kontrollieren. Ich muss mal. Kommst du gerade aus dem Unterricht? Ich? Ja, ja. Ich war Dings. Ich war bei Gerys Mod. Bei der Fundalis war ich. Wie? Das hat doch RIP, Junge. Das sieht doch voll fresh aus. Ja, ja, ja. Das sieht gut aus. Kannst du tragen, kannst du tragen. Will ich auch meinen, mein Freund. Was ist deine Strafe? Wird auch der Zauberunterricht, ne? Welche Strafe? Wollt du vielleicht jetzt die Low-Tops anziehen. Only, it's only game. Ja, was habt ihr denn gegen mein Outfit? Alter, das sieht mega fresh aus. Schick, Chrome-Hartz-Jecke. Du bist doch fresh aus. Ja, sehe ich auch. Was meinst du? Schick, Chrome-Hartz-Jecke. Schick, schick. Danke, danke. Will ich jetzt jetzt genug? Ja, zieh den Pull-Under wieder an. Seht ja besser aus. Eigentlich wollte ich dir den Pull-Under geben, weil er dir mehr steht, weil du nicht so ein feiner Kerl bist. Wie? Ich ne feine Kerl. Du bist doch Mannager. Ja, willst du mein Sweatjet haben so lange, aber ausgeliehen nur, ne? Denk drinnen. Ich hab auch nur ein Jersey bei. Was für ein Jersey? Ja. Ui, danke. Das ist meins, das krieg ich wieder. Ja, klar. Ja, will ich hoffen. Ja, sieht super gut aus. Das wird verkauft, Giffy. Wenn das einer kaufen will, muss das ausziehen. Ja, ja, ist okay. Wie du aussiehst, Junge, Alter. Sieht doch gut aus, oder nicht? Ja, wohl. Hatten wir ein paar Flipflops dabei? Ne, ich hab Crocs im Auto. Meine. Klaue Crocs? Glaube ich jedenfalls. Ich hoffe, dass die nicht weg sind. Da müssten Beiße drin sein. Hat das... Junge, wer hat hier Sachen in das Auto gepackt? Das sind meine Sachen. Ja, Alter, sag mir das, ne? Nicht, dass die geklaut werden. Sicher. Da fahr'n Hemm drin. Na, da guckst du nicht. Vor'n Parkplatz. Wer ist Model? Ich. Guck mich. Fahren wir jetzt alle mit dem Ding hier, oder was? Nein, ihr könnt doch mit Kommode und Air fahren. Jawohl. Hast dir wehgetan? Hallo? Hast dir wehgetan? Bist ein dummer Penner. Warte, ich hab so'n Tick. Ich muss gucken, ob der Fahrzeug zu ist. Kali, Mila. Aber hast keinen. Musst dir von Muffin den ausleihen. Okay, also war dein Auftritt gut. Ja, war, war schön. Wir haben gelacht und ähm... Wir haben auch geklatscht und gepfiffen. Und ich hab Autogramm gegeben. Autogrammkarten. Der, der Onkel Juri hat das mit mir gemacht. Was? Der hat Autogrammkarten mitgeführt. Das ist okay, Juri. Du meinst Juri, den Bratter. Ja. Der hat, der hat mich ähm... Fotografiert. Und dann hab... Hab ich Autogrammkarten gemacht, wo ich... Ähm... Unterschieben hab. Also war gut. Ja. Ja. Wie viel Geld hast du verdient? Was ist denn hier los, Junge? Und die... It's only... Verlegst du, Lucha! 13.000 hab ich... 13.000 Dollar hast du nur bekommen? Ja. So wenig, ne? So wenig, ne? Hä? So wenig, oder nicht? Voll viel. Und dann hab ich 10.000 verwettet. Was geht? Vagos por vida, Jungs. Vagos por vida. Ich... Ich rufe dich sofort an. Was geht? Wusstet ihr, dass es auch... Ähm... Normale... Neue Scherze im Shop gibt? Das hier, was ich anhab, das gab's doch nicht, oder? Welches? Das, was ich jetzt anhab, das weiß ich. Echt? Ja, ja. Okay, dann bin ich lost. Ja. Warte. Warum sollte auch in dem Shop was Neues kommen? Ja. Das wüsste ich. Das ist doch alles von der Strang in die Kacke. So, pass auf. Ja, komm mal kurz zur Seite. Ja. Warte. Ähm... Ich dachte, wir machen jetzt so Fashion Week hier. Perfekt. Dann kannst du jetzt Dach zählen. Die sind da drin. Mhm. 60 Teile. 60. Ja. Ja. Das ist für alle alles da. Genauso wie ihr bestellt habt. Der Hoodie ist fresh as fuck, Alter. Mhm. Jo. Ja, dein Kollege kann dir helfen. Ja, mach ich jetzt auch. Gifi, was ist mit dir, Alter? Hä? Was ist mit dir? Ich kann's bisschen. Okay. Dann hör ich auf. Zieh dir meine Hose an, Junge. Ich hab keine Hose. Komm her, Gifi. Ey. Hey. Grüße. Tagsam. Ist das in Ordnung jetzt? Boah, jetzt schon ein bisschen besser. Ja, ja, ja. Meine Badehose schon ein Drip hatte. Das würdest du nicht sagen, Bruder. Ich seh schon, die laufen bald alle wie Fussmannschaft drum. Ruf mal ne Dings. Ruf mal ne Frau von euch an, Snoop. Ach, ich mach, ich mach. Soll sich mal so'n Top anschauen. Die sind... Ich ruf an, alles gut. Fahrplatz. Hhhhhhhhhhiuhhhh. Muss geht ab. Hill ist da. Hill ist da. Was geht? Der? Hier ist unsere Dame. Einmal zu dem herrn da mit der weißen Poti. Madame, kommen se mit. Alter, halt zum Maul. Kommen se mit. Alter. Alter, halt's Maul, ist der sexy, Alter. Alter. Was haben die, die noch nicht gesehen? Was? Ja, weil die sagen, boah, das ist sexy, aber die haben das noch nicht gesehen. Ja, was haben die noch nicht gesehen, Junge? So schön. Achso, können wir jetzt das vorstellen, oder? Hat sich unser Schneider wohl Mühe gegeben. Der Designer, hat ja gesagt. Wie mir geil aussieht. Ne, Huli. Mal glauben, oder? So. Ich finde die Hemden cool. Ich habe eigentlich gerade gesagt, dass ihr warten sollt, weil ich umlage muss. Ich warte, ich warte ja noch. Hallo Simbad. Die Hoodie sieht echt gut aus. Hey, Mila, ist dir nicht noch dein ganzes Geld vom Auftritt, oder ist schon alles ausgegeben? Hat die verwettet, hat die Geist gesagt. Wie? Alles? Ja. Ah, bist du doof. Was ist der da mit jetzt, oder? Und, siehst gut aus? Hallo, Juri. Wuchst du dir an, da ist sie. Wartet noch kurz, wartet noch kurz. Holt mal noch nicht. Wie geht's raus aus dem Auto? Zeitler. Dembeck in da. Das ist stabil, Alter. Stellt euch mal alle nebeneinander, haben wir noch ein Zebrot-Teil. Wie heißt der, Huli? Wie heißt der, Huli? Ja, sie ist nicht gut geworden. Ja, ich wurde 15 mal im Heizgeschoss mitgehört, deshalb muss ich nochmal reden. Gut, das war's. Sorry, Bruder. War nur in den Dubs, oder? Zeug. Yep. Hoodie war das, ne? Frag mal, Maffel, frag ob die mit den T-Shirts, bei den Hemden die Kombinationen, oder ob die andere T-Shirts haben wollen, ne? Hab ich schon. Und? Gab's Hoodies auch für Frauen? Ne, ne, die Frauen haben die Tops. Ah, okay. Gang-Huli BOM. Okay. Ähm, war ein Vorschlag, dass... Ob, ja, warte, ich soll mal anziehen. Snoop! Oh mein Gott. Hast du dir mal so'n Hemder mit T-Shirt? Ja, ja. Ja, wenn er mich mal hier ranlassen würde, der Mann. Oh, das klang aber ganz anders jetzt. Erzählt doch einfach. Wie heißt denn der? Jetzt hab ich den erst verstanden, hat ein bisschen gedauert. Digga, und da sagt ihr nicht Bescheid, Digga, das war so klar, ne? Alle kriegen sich ne Ahre wie in Klamotten, Alter. Ey, Kendra hat auch ne Worteil. Also, da passt mich schon mal nicht, also diese zwei ist für Frauen. Ich glaub, das ging nicht. Das... Ne? Ey, wird nicht gesagt, das ist kaputt. Achso. Ey, das sieht... Alter, das sieht voll geil aus, bei der Kendra. Digga. Bitte, ich will's in der Hand. Thomas, die beiden hinter mir interessieren sich gar nicht für Klamotten. What? Die beiden hinter mir interessieren sich für gar nicht für Klamotten. Ich glaub, die dürfen nix, die kriegen, glaub ich, nix. Die gehen näher aus. Ha! Oh, ey, das sieht gut aus. Passt das mit dem T-Shirt oder ein anderes? Weil ich find's da zum Beispiel nicht so cool. Das ist ein anderes T-Shirt auf jeden Fall, wie bei den... Warte. Ja. Aber guck mal, das hier... Das ist geschlossen, oder? Ja, das ist geschlossen. Warte, ich hab's normale dabei. Das hat mich diesen komischen Ausschnitt. Ja, ja. Ja, das ist die Frage, welches wollt ihr? Ich würd das nehmen. Ich schomm das andere, ja. Ja, ja, alles klar. Die kommen dann nochmal nach, Hexe. Okay. Also, wir legen die euch einfach im Briefkasten, ihr habt die dann. Wir haben mal für ein anderes T-Shirt. Äh, wie heißt denn der, den sie jetzt gerade haben? Das ist der Nuller, ich weiß welches. Geschlossen... Ja, weißt du? Ja, klar. Okay, super. Wir müssen das alles notieren, hier ist noch drei. Alright, dann sind wir durch, dann... Viel Spaß beim Einkleiden, ne? Verteidig das. Danke. Danke, danke. Hier, ich hab jetzt ewig gekämpft und geschwitzt dafür, ne? Jetzt gib mir das, bitte. Oh, mein Kopf. Abdecker, fick dich, Käffi, man. Will direkt wieder aufmerksam werden. Ich hab das schon irgendwie vorgeahnt, als er das hat crashed. Irgendwie hat sich das komisch angefühlt. Hallo, Andi. Hallo, Andi. Oh, what? Okay. Okay. Tobi liebt dich Dankeschön für den Prime Ich werd Papa Ehrlich? Herzlichen Glückwunsch Und Björn Dankeschön für 245 Bits Und Bubbles Danke für Louisa Kuss zurück Und Sterni dankeschön für den Prime Und BVB-Micher danke für Louisa Nein, der Peanut bekommt Keine neuen Klamotten Der hat auch nur zwei Dinger da Das ist viel zu viel Differ von Bei dem ist halt auch nicht so mit den Klamotten Wie bei den anderen Charaktern Da ist halt quasi das gesamte Model immer Für den Peanut mach ich selbst Klamotten Die sehen aber nur wir dann Ich bin verliebt an diesen Pulli Der ist einfach wild Das sieht so brutal aus Hallo Hi Hi Wo sind die hingefahren? Ähm Wollen die mich jetzt zum Kiez? Oh Irgendwas ganz Atom Irgendwas stimmt hier nicht Was ist hier los? Weiß ich nicht, wo die hin wollen Die sagen ja auch nichts Die dummen Kinder Ja, ich ruf an Geh nicht ran Ja, jetzt zum Kiez, oder? Ja, aber hier ist keiner Achso, ja, okay Mach's gut Okidoki Tschüss Hittna Ähm Ja Ich muss Giffi an Ja, jetzt zum Kiez, oder? Im Hafen Hm, fahr du mal bitte Milla Musst kurz jemand ausrechnen Komm Katze weg Komm Hör auf Flughafen Äh, ok Ja gut dann Ähm Unten oder oben Oder Oder direkt drauf Oder Komm Unten, ok Alles, Karo Komm Tu's weg auf Blöder, hier nie Ja, fit Ja, fit Flughafen Unten zum Flughafen Oh, da geht's runter Unten zum Flughafen Ok Die beißt immer die Kabel Ich will nicht, dass die sich verletzt Hallo, wo fährst du? Unten zum Flughafen Warum Warum? Ähm, warum auch immer Boah, sind die zu dumm, ihre verfickte Fresse aufzukriegen? Nein, die sollen sagen, warum? Ja, der Jack hat dem Giffi nicht geantwortet Er hat nur gesagt, zum Flughafen Ist der nur am Telefon? Ja Also, also nicht Giffi, sondern der, aber Jack ist im Tiff Möchtest du Fang spielen? Ich? Ja Können wir nachher Warum geht der Giffi nicht am Telefon? Der ist jetzt heuer machen Ach, der ist schlafen gegangen? Ja Und du bist mit dem Giffi am Telefonieren Nee, nicht mehr Hallo Ja, was machen wir am Flughafen? Ja, ich weiß nicht Der Jack hat gesagt, ihr sollt zum Flughafen Ja, wo seid ihr denn? Er meinte, da ist der Autohandel vom Kiez Hat der Jack gerade zu mir gesagt Was für ein Autohandel, Junge? Ja, frage ich mich auch Jetzt haben wir gerade in irgendeiner Hood gehalten Ich glaube, wir sind gleich da Der Jack redet auch nicht mit mir Der ist wieder in seinem Business-Anrufen drin Was soll denn hier ein Autohandel sein? Du weißt es nicht? Ich weiß nicht mal Ich weiß gar nicht, dass sie einen haben Ich glaube, wir sind gleich da Hier ist gar nichts Warte, ich glaube, der Jack kommt gleich Der redet hier mit irgendwen Keinem, wo das ist Oder was interessiert mich der Autohandel, Alter? Woher soll ich das kennen? Sollte ich eigentlich auflegen? Wir suchen hier ein Autohandel, Junge Was für ein Autohandel, Alter? Ja, ich weiß es selber nicht Fahr an links Am Flughafen irgendwo Wer macht denn am Flughafen Autohandel? Weiß es auch nicht Ah, da vorne Ja, ja, ich habe es gesehen Okay, wir sind gleich da Ach du Scheiße Wann ist der denn hierher gekommen? Aber low FPS habe ich hier nicht Ich habe hier 100 FPS Du musst ausmachen Ach ja Was sollen wir jetzt hier? Ach so, da vorne stehen welche Doch ¿ver150? Ja, wahrscheinlich verkleinigst Ja, bitte Ja, nein, nein Ich bin bei User Und das ist ja Oh, das ist Opa Willi. Oh ja. Hallo. Hallo. Was machen Sachen? Eure Sachen sind fertig. Echt? Ja, ja. Will, wo? Wann können wir das abholen? Jetzt. Achso. Was ist das denn für ein wilder Turnbeutel? Wild, hä? Hast du Sportunterricht? Das geht dich gar nichts an, okay? Sorry. Hallöchen. What up? Hallo. Hallo, ich bin der Bubi von den Kids. Hallo, ich bin's, Jack vom Janki. Er sieht das nicht auf dem Hoodie. Er sieht das nicht. Ey, Jan. Achso. Alter. Ey. Der weiß ist wilder. War ich dir ehrlich? Ey, Jan, verkaufst du auch Autos hier? Ja. Kommen wir zur Seite. Warte, gleich muss ich meine Hoodies abholen. Was ist das? So, pass auf. Die Männer Hoodies sind gut, die Frauen Hoodies sind echt verdammt eng. Und die kann ich dir noch nicht rausgeben. Alles gut? Geht der Popo Willi. Nee, nee. Wie? Hallo? Hallo? Bist du dat wirklich? Ja, ich hab kein Zungpiercing dran. Haum, Popo Willi, was geht? Oh, mein Gott, das. Was ist mit dem, Alter? Der soll mal Handbremse ziehen. Ja. Da, da vorne, der. So. Hallo? Hallo? Bruder, zieh mal Handbremse. Deine Reifen drehen durch. Hallo? Danke. Warte, ich hab was verjessen. Wo ist mein Schutzgeld? Oh, ich hab dich... Ekelhaft, stinke ich nach Pisse, Alter. Ach so, die Frauen gibt's ja auch noch. Ja, nur zu zweit nicht. Ach man, warum gibt's die? Ähm, dann nehmen wir... Du kriegst quasi von mir 20 mal einen schwarzen Pullover und 20 mal einen weißen Pullover für jeweils 50.000 Stück. Für Männer. Das kostet 100.000 Stück. Ob das Männer oder Frauen sind, das ist mir egal. 20 schwarze, 20 weiße. Okay, und ich muss jetzt dir sagen, ob 20 männliche oder 15 männliche, 5 weibliche und und und. Das ist wie bei la Mexico. Nee, wir haben ja eh nur zwei Mädels. Mehr Frauen brauch ich nicht in meinem Umkreis. Das reicht schon. Du kannst auch 18 nehmen. Ja, 80 männlich, 18, 18 männlich, weiß. Hey Mann, was soll denn? Ja, 18, 18 ist okay. Genau, und 2, 2. Ja, die 2, 2 bringst du dir dann wann anders vorbei. Ja, ja, irgendwann. Okay. Ich hab dir ein LKW mitgebracht. Ich werd auch ein blaues Trikot an. Ja, okay. Na klar hab ich blaues Trikot an. Wir müssen jetzt... Kann ich den weißen direkt mitnehmen? Warte? Ja, ja, ich rede erstmal mit Geld, das ist nochmal. Ja, warte, dann mach ich schon mal Rechnung, kommen wir zur Seite. Ich hab das Geld nicht, warte. Ich ruf an. Ich hab das Geld. Alles klar, dann sag ich im Ende der Saison, dann ruf an. Du hast so viel Geld auf dem Konto, was ist das für ein Lauch? Junge, Gigi, was ist mit dir, Alter? Ja, geil. Der schleppt jetzt noch einen ab und dann kann man auch mal hoch zurecht schon. Was sagst du, mein Hut? Ja, das ist der Muffin, der, ne? Ja. Hat der mir ausgelegt. Yo, wo krieg ich mal denn diese Wurferschen her, Mann? Ja, bis gleich. Noch gar nicht, glaub ich. Junge, der ist so ein Brero, ist schlimmer als ein Nutter, ey. Guck mal, der hat schon jeder. Stimmt. Oh mein Gott, wie cool. Hallo. Hallo. Tagsam. Koko, komm mal zur Seite. Was geht, Leute? Alles gut? Nochmal? Ja. Ich bin der Büchse. Ey, Willi. Ey, was geht? Hey, Isaac. Wie ist es dir? Dank Turmbeutel ist schön, Mila, lass dich nichts einbringen. Ich weiß. Gut, gut, und dir? Okay. Ach, guck mal, hier ist doch hier unser Kämpfer. Der, der Dinger, der, der Tori, you know? Ja. Der ist ein bisschen reingeschissen, ne? Das ist eine Tori. Ja, erst mal Auto aufgelassen, so dämlich, ja. Oh, ist der hässliche. Was ist mit Autos zu machen? Find ich nicht. Ja, wenn da einer drangeht, knall ich den weg, ne? Ja, ist ja okay. Äh, 50.000er Stück. Du hast nichts drin, okay. Die ersten 20, also nur die ersten... Äh, oh, dann kann ich dir mein neues Auto zeigen, ja? Wem? Den Maddox. Okay, dann komm ich vorbei, ja. Bis gleich. Tschö. Ey, könntest du es? Ja, genau zur Seite. Guck mal hier, ich hab mein Traumauto gefunden. Wo? Ich hab das eben getuert, rot-weißer Traum dahinter. Das hat doch ein gutes Nummernschild. Ne, leider nicht, ich hab den geschenkt bekommen. Wobei, da steht KK1996. Das könnte man auch... In Köln gibt es so eine Kneipe, die heißt Klein Köln. Kann man ja auch nehmen, Klein Köln von 1996. Du mit deinem Köln immer, ne, Alter. Ja, tut mir leid, aber... Würdet ihr wenigstens vernünftig Fußball spielen, dann könnte man das ja verstehen. Ja, das ist so eine Sache, ne? Aber man hängt halt an der ersten großen Liebe, ne? Ist halt immer so, ist... Ja. So sieht man jetzt wenigstens noch ein bisschen was. Aber schön, dass du mal wieder da bist. Äh, ich war der Letzte, ich bin den ganzen Tag unterwegs. Ja, das weiß ich schon nicht. Ich bin am Schneidern. Hab der Mila ja extra mal gesagt, die soll dir mal schöne Grüße bestellen und dich mal... Hab ich ihn gemacht? Pusen am Samstag. Wann denn? Hab ich ja wohl. Hast du das nicht, Mila? Hab ich? Ui! Oder, Curtis? Was denn? Die Hutsch von den Bomben sind viel, viel geiler. Komm mal kurz mit deinem... Äh... Keine Ahnung, Huttis, Huttis, ne? Ich denke, das kommt ja immer drauf an, wie der Geschmack so ist. Ich glaube, ähm... Ich sag mal, Frank wollte das ein bisschen... Klassischer? Ja, 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 ja. In Anführungsstrichen, weißt du? Okay, ich lasse FC Köln in Ruhe. Sorry, Chad. Ich bin gespannt. Komm mal her. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja? Ich bin gespannt. Ja? Ich steh doch hier. Ja, ich bin weiter. Ich wollte nur sagen, denk dran, ich hab am 20. Mai hab ich Geburtstag. Ja, das mach ich. Vielleicht magst du mir was? Ja, das mach ich. Nein, hab ich dachte, vielleicht schenkst du mir was Schönes. Ja. Was, was du da vorne hängst oder so. Hahaha. Nur 20. Mai, ne? Alles klar. Freib ich mich auf. Ja, danke. Mal rein. Jan, haben wir hier ein großes Auto? Meinst du Mule? Wo wir die Sachen reinladen können? Nein, Mule ist zu groß. Nimm mal irgendwie 6x6 oder so. Ja, lass uns 6x6 nehmen. Bei uns, Bro. Ja, lass uns 15.000 Hektoliter. Ja, dann fahrt ihr kurz mit und dann... Was machen wir jetzt? Äh, die machen da irgendwas mit den Nudis. Okay. Hä, du hattest nicht für ein anderes T-Shirt an? Jetzt hast du Offworld an. Ähm. Hast du mehrere bei? Äh, nein, ich hatte vorhin kein anderes T-Shirt an. Mitro? Ich hatte vorhin den Pullover kurzzeitig an. Du gesagt hast dir dir mal ein T-Shirt an. Du Wixler. Ah, wut, Dicke. Ich bin Pontacus. Ah, wau. So, ähm. Fahren wir jetzt runter. Warte, wollen die jetzt haben? Hast du schon überreicht alles? 18,18. Ja, die haben 18,20, 18 weiße. Wollen die haben, haben die grad schon bezahlt. Fahren die jetzt kurz holen. Oder die... Die bringen sogar ein Auto... Wer fährt das holen? Wir fahren jetzt runter und die kommen mit dem Auto hinterher. Achso. Können wir direkt da einlagern. Okay. Genau. Milla sieht einfach aus wie Fashion Queen, Alter. Milla sieht einfach aus wie Fashion Queen, Alter. Oha! Oha! Ist ein bisschen breit, ne, die Jacke? Milla, das ist gut. Das sind die Muskeln. Get up. Get up. Get up. Macht ihr hier Klamotten und sowas? Ja. Äh. Doch, der lügt. Doch, doch, doch. Mit, äh... Mit O'Brien oder ohne den? Oder hängt das zusammen? Der Arbeitsplatz, ja. Der Design. Der Design. Der Design. Dann lass uns aber auf unsere Anruhe kommen. Okay. Kein Tier, ja. Was... Was macht ihr alles so? Alles. Oder macht ihr allgemein alles, alles? Alles, alles. Was muss ich denn zahlen, wenn du mir 20 Flags machst? Wer bist du? Äh, Tyler von SM Double. Boah. Ist auch schon lange am Start, ne? Ja, lange. Lange, lange. So ein paar Monate schon, ne? Ja? Ja, SM Double ist jetzt acht Monate und ich bin fast zwei Jahre hier jetzt. Muffin. 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 SM Double, Flex. 20 Stück. Sind schon extrem lange hier. Die sind echt schon lange hier. Ja, krieg ich mal hin. Okay, pass auf. Wart kostet nur Flex? Er hat nicht mehr geschubst, als ich Joghurt im Rucksack hatte. Habt ihr einen Designer bei euch? Äh, bestimmt. Ja, äh, hätte jemand von, sonst kann mir einer von euch ne Nummer geben oder so. Dann klär ich das ab. Ja, du kannst einfach eine Leitstelle anrufen. Was habt ihr denn für eine Leitstelle? 8,15. 8,15? Test mal, ich krieg noch einen Anruf. Ja, das war ich. Ja, okay. Wo ist denn die Null? wieder aufgelegt. Null waschen vergehen. Dann rufe ich euch einfach an und dann bringen wir das schon hin. Also wenn ihr uns was zukommen lasst. Wenn ihr kein Designer habt, einfach irgendwie so eine grobe Vorlage dafür. Wir haben tatsächlich was, was wir haben wollen. Ich kann das nur gerade schlecht beschreiben. Einer von uns hat die Vorlage auf jeden Fall. Ja, dann ist perfekt. Dann gehen wir das zu unserem Schneider und dann easy. Okay, wie lange dauert das ungefähr? Ja, kommt mir nicht so. Ich verspreche da gar nichts mehr, sonst weiß ich nicht. Ja, okay. Frag mal, ich habe vor vier Monaten mit dem Bauamt gesprochen. Ja, könnt ihr hier ein Tor aufmachen und da ein paar Sachen hinstellen. Ja, ja, machen wir. Zwei Wochen später kriege ich einen Anruf. Ja, wir sind soweit, wir würden das jetzt machen. Jetzt sind vier Monate vergangen, da steht immer noch nichts. Ja, also ich sage dir so, die Klamotten von uns, wir haben vor einer Woche oder so oder zwei dem Kiez was gesagt oder wen anders. Das geht, aber ich verspreche auf jeden Fall kein Datum mehr. Ja, alles gut, aber das ist dann eine grobe Richtung. Ja, alright, ich melde mich später dann. Alright. Danke euch. Peace. Also fangen wir runter jetzt. Wir fahren jetzt runter. Die fahren uns hinterher. Ja, okay, let's go. Okay, let's go. Das der Style von uns. Okay. Okay. Du musst mich schon in Auge halten, ich bin heiß begehrt. Das ist ja eine geklatscht, kriegst du. Ich muss dich im Auge behalten. Hä? Ey, Mila. Ja? Sind wir eigentlich zusammen? Nee. Nicht? Sag mal, Mila, sind wir zusammen? Nee. Nicht? Nö. Nein? Ja, afternoon. Sind wir nicht? Teilen wir uns nicht eine Zahnbürste immer? Ja, jetzt schon hat man ja weggegeben. Aha. 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 Okay, gut zu wissen. Aha. 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 Oh nein, boah, das war knapp. Und bist auf einmal so ruhig. Ich mag den Sonnenuntergang. Ich auch. Den weiß, einen weißen hat Jan schon, ein schwarzer liegt jetzt drin. Ich tu links wieder im Karton rein. Der Bass packt schon im Karton rein? Der Sweatshirt. Achso, ja. Doch nicht mehr, Potter. Hey. Mir ist bisschen kalt. Und jetzt nur einer die Sachen raus? Muffin auf jeden Fall. Ich hab keinen Platz. Okay. War noch bisschen, oder? Ja, ja, dann mach noch 17 schwarze, dann passt das. Wie viele? 15 schwarze. Rot und weiß habe ich. Ne, rot und schwarz. Ach, rot und schwarz. Ich finde mich das weiße. Was soll? Ja, dann leg das weiß zurück in die Kiste. Kannste auch machen. Meins jetzt. Gut. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Ja, auch. Gut, gut, gut. Und selbst. Oh, Bruder, ich gehe durch. Sehr schön. Ach, ja, wir sind stressig. Wir verteilen gerade die ganzen Gang Gang Klamotten. Die weibliche Lage ist vorhanden. Ach so. Ja. Ne, 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 ne. Ne. Ganz schwierig. Ja, ja, ja. Hey Curtis, du kam gerade. Was soll ich sonst machen? Ja, helfen. Ah, kannst du nicht helfen, ne? Ne. Du bist ein scheiß Drecksau, du. Ja, selber. Arschloch. Wir haben gar nicht darauf geachtet, dass das vernünftig beschrieben ist, Alter. Wir hatten so einen Zeitdruck. Äh, welchen nochmal genau? Was? Die... Äh... Ne, Schuhe ist ganz schwierig. Du meinst die... Ähm... Mit dem Hoodie, meinst du? Runter? Ne, du mit dem Hoodie. Wir haben hier, die Kunden warten. Zeit ist Geld, Geld ist Zeit, oder so. Er ist an der Strenne. Äh... Ach so. Die habe ich schon... Gibt's den schwarz-schwarz-weiß und den schwarz-weiß-weiß. Okay. Ja, guck ich... Ja, ja, gucken wir... Die dunklen oder die helleren? Okay. Okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ähm... Ja, 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 ja. Okay, perfekt. Ich melde mich, mach es gut. Haben die jetzt alles? Weiß ich nicht. Habt ihr alles rein? Ja. Habt ihr alles rein? Ja, frag mal. Habt ihr alles? Weiß ich nicht. Ich hab nicht nachgezählt. Ach so. Ist auch schwierig, die Auseinander zu halten. Ja. Ne, hä, ist doch leicht zu zählen. Warte mal. Nein. Doch. Nimm mal die Tasche da raus und dann müsste leicht zu zählen sein. Was geht ab, Model? Was geht ab? Das sieht mit der Sonnbrille so auch grand aus, ne? Ja, ich guck gerade. Stimmt doch gar nicht. Stimmt doch wohl. Das wissen wir nicht. Lüge. Also hier müsste jetzt 29 Stück drin sein. Brauchst du nen Gürtel? Ne, ich hab meine wieder reingelegt, meine beiden. Oder warum rutscht deine Hose runter? Ich hab nichts mehr. Wo rutscht die runter? Da. Rutsch doch nicht runter, Junge. Klar. Hast du nur den einen oder hast du dir zwei rausgenommen? Hast du ne Faust? Oder warum bist du hässlich? Ein bisschen schon, ja. Aber liegt wohl in der Familie. Ja. Zum Glück sind wir nicht verwandt. Nein, zum Glück sind wir keine Brüder. Steht nur auf dem Blatt Papier, Junge. Oh, Haschloch. Hehehe. Richtig sick. All right. Ja, er hat einen. Also, wir haben jetzt 30 Stück hier. Und einen hat Can. Also haben wir 31 insgesamt. Ja, dann fehlen wohl fünf. Sag ich dir nicht. Leg den auch mal wieder rein, Isaac. Ja. Cody. Was geht? Cody. Was geht? Cody. Hast du schon mit dem Jack gesprochen? Nee. Mit niemanden? Nee, ich hab mich gerade über meine Schließfächer im Laden gefreut. Cody. Ich hab ne Überraschung für dich. Stimmt. Ist das eine Überraschung? Wuhu. Wo bist du? Wuhu. Wo krieg ich meine Überraschung? Das sag ich dir gleich. Mach dich schon mal bereit. Ja, also wir fahren jetzt zum Metro, Jiggy. Und ich fang keinen Einkauf. Ja, ja. Gut, gut, gut. Ich ruf dich gleich nochmal an. Okay, bis gleich. Du wirst dich freuen. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Ihr geschehen. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Oh, Giffy, ich glaub du musst heute arbeiten. Wieso? Als Maskottchen. Der Cody weiß davon gar nix. Jako. Ja, dann gib mir das Kostüm. Den geh ich da hin mit Kostüm. Ja, dann gibst du mir mein Jersey wieder. So. Ich hab grad mit Cody telefoniert, ne? Ja. Die sind jetzt hier gleich bei Metro, die müssen einkaufen. Ja. Lass mal, der Giffy gibt mir jetzt mein Jersey wieder, weil er halt nur Leibhäuser hat. Ja. Ja. Und dann lass mal den Giffy da als Maskottchen auftauchen gleich. Ja. Da freut er sich. Was müssen die eigentlich zahlen? Wer? Ja, was muss Cody zahlen für das Dings? Ist Stangenware, ne? Ja, ja. Ich weiß. 10er pro Dings. Ich würde einen 5er für die Maske und einen 10er für das Oberteil nehmen. Ist bezahlt, Jack? Ja, ne? Ja, ja, ist bezahlt. Ja, top. Ja, gut. Dann hauen wir wieder ab. Alles gut. Danke euch. Ciao, ciao. Also ein 10er für das Oberteil. Muffin. Stangenware. Ja. Hier die Cody Dings. Die LS Dings. Ich hatte Leute mit O'Brien schon Kopf gemacht über die Preise. Ja, sag. Ich weiß es nicht mehr. Das ist das mein Problem. Da hattest Stangenware, Junge. Da hattest nix. Geh nix. Geh nix. Ja, ja. 5.000 für die Maske ist fein. Ja. 10.000 für dieses Jersey Shirt ist auch fein. Ja. Ja. Hier deine Hose, Jack. Dann ist doch alles gut. Jetzt gucke ich schnell wie das heißt. Komm her, dein Jersey. Easy. Hier, ich hab vor allem beim Eis erst ein bisschen gekleckert. Jetzt mach ich schnell wie dein Dings rein. Ich tu das eine Jersey wieder im Karton. Ne, nicht das, das erste. Ja, ich guck nur. Ich guck alle grad durch. Also. Ähm. Die kosten ja alle gleich. Der braucht eh nicht viele. Der braucht 5 Stück davon nur so ne. Ja, ja. Ich guck nur. Wie viele gibt es davon? 16. Äh. Haben wir noch was mehr? 16. 16 verschieden. Okay. Ähm. Ähm. Äh. 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 10.000. Ja. So. Für den Hoodie hatten wir also für den hier. 100 gesagt. Ne. Generell für die Hoodies. 100. Ja, ja. 100er. Warte, treib ich mal auf. So. Dann geht es durch. Ähm. Für die hier diesen Besuch. Hä? Ja. Die sind schon. Echt. Die sind selten. Davon haben wir nicht viele. 200. Ja. Würde ich genau wie die Jerseys machen. Ja, ja, ja. 200 bis 250. Okay. Ja. 200. Die shirts auch äh. So semi-dings. Äh. Die Shirts wird die Haare sind. Designer Shirts aber. Ist nicht Stangen und ist nicht selten. Ja, aber die Hoodies sind auch. Also ich würde. Weiß ich nicht. Auch 100 sagen. Ja. Dann haben wir die Montclair Jacke noch. Die würde ich auch mit 200 bis links wie die Jerseys. Warte, 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 warte. Danke. So, die hatten wir. Die waren äh. 200. So. Dann hatten wir die Jacken. Mh. Mh. Oh. Ist auch. Weiß ich kann nicht. Ist vieler und. So lange das so No nehmen. Keine Ahnung mehr wie das heißt. Auch 100? Ja. Würde ich auch machen. So. Dann haben wir die. Die haben wir schon. Dann haben wir. Die sind selten. Auch selten. Jerseys. Wie die Jerseys. Ja. Also warte. NFL. Jerseys. Also 200. Ja. Dann haben wir. Du bist kacke, 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 kacke. Ja. Die würde ich sagen. Okay. Ich würde die 150 machen. Oh mein Gott. Ja, hätte ich auch gesagt. Und jetzt kommt der richtige Flex. Okay. Aber wohin willst du? Ja, vier Stück erstmal. Aber die sind schon wild die Ketten. Die sind echt wild. Dann die Jacken. Ja, Montclair. Da sind ein paar Fehlproduktionen bei. Echt? Ja, klar. Guck da oben rechts. Das ist das? Fehlproduktion. Guck dir das Fell hinten an. Am Reißverschuss oben? Nein, guck dir doch. Guck dir mal den anderen an. Guck mal den Fell, Junge. Zieh mal die andere an. Äh, warte. Da, guck das Fell, braun. Weißt du? Fehlproduktion. Nee, die sind nicht okay. Die Angang können wir rausgeben. Also Fell in, äh, Farbe geht nicht aus. Nein, das ist Fehlproduktion. Das ist, äh, ja. Ich finde das aber ganz schlimm. Nein, guck doch mal oben. Guck doch mal da oben. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Sportjacken. Und da ist auch kein Montclair-Dings drauf. Die hier? Sportjacken? Äh, die sind, keine Ahnung warum die im Karton mitgeliefert sind. Ich glaube das sind so, das sind so Werbedingungen. Da kannst du Stangen oder Zehner. Ja? Wen haben wir da? Ja, hallo. Hey Mila, warum schleifst du dich hier so an? Ey Mann, du hast alles kaputt gemacht. Ne. Also, ne, also, wir hatten ganz, ganz weniges Zeug, was wir, äh, an bestimmte Personen, äh, rausgegeben haben, um es zu präsentieren. Und die haben natürlich dafür auch Geld bezahlt. Ähm, aber wir sind noch am Listen machen und so weiter. Ist das? Ja, 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 genau. Wir machen jetzt, wir, äh, sie hat einen ganz guten Fotografen, hab ich gehört. Klaus? Kurt? Ja. Ja. Was geht? All fresh? Ja, muss, muss. Was geht? Ah, Stress, Stress, Stress. Hübsch Jackassan. Danke, danke. Ja, ich hab auch wieder Bestellungen, die ich abholen muss. Was denn? Ach, wieder Bandannas. Titten Bandannas. Vierte Frau. Ja, ja. Eigentlich, eigentlich hab ich, am Anfang hab ich gedacht, die gehen nicht so gut, ne, Alter, aber die gehen echt gut. Was, was willst du? Komm mal kurz ein Stück beiseite. Ja. Das ist ne schwarze Jeans. Ja. Soll ich abnehmen. Knopfhose. Ja. Mit Knöpfen. Ach so. Ja. Und wir haben noch zum Beispiel neue Jacken. Guck, so wie die hier. Was sagt denn, Junge? Ist auch sehr fancy. Hat die Pinata oder was? Hat die Pinata oder was? Hat die Pinata oder was? Er hat so einen Dickschädel. Daraus wird... Einfach Pinata, Junge. Er hat so einen Dickschädel, daraus wird einfach... Ja, wir lassen den, wir lassen den ja auch ein bisschen produzieren. Da sind manchmal ein paar Fehldinger dabei. Ja, das ist gut. Jo, Muffin, siehst du irgendwas? Ja, der guckt doch da unten am Raum. Warte, würde ich so... Der muss Kopf hoch nach hinten lehnen, man sieht ja was. Mein Kopf hoch nach hinten lehnen, man sieht ja was. Siehst du das? Ich bin ja kein echter Mexi, das musst du machen. Die weiße. Die Sportjacke, ja. Ja. Oha. Kann ich mal probieren? Kann ich mal probieren? Kann ich mal probieren? Ja, warte, lass mich kurz zuschrucken. Ja, ja, ja. Okay, okay. Warte, 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 zeig mal den davor. Das ist da ein Dings für Bomben. Echt? Ja, es gibt auch einen für Kiez. Warte. Hier. Hä, da muss der Muffin doch wissen, was er denn gemacht hat. Waffin? Ja? Der sieht doch gar nix. Ich seh gar nix, warte mal, ich muss mal kurz mein Kopf ein Stück hoch machen. Ja, ja, da gibt's viele Bomben und Dings. Warte, warte, wie viel hast du denn? Junge, aber das sind Fehldrucke. Guck dir mal das an, das Logo, das sieht einfach total Schrott aus. Das brauchst du gar nix rausgeben. Und das hier? Ist das Bomben? Nein, 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 das sind Schmetterlinge. Schmetterlinge. Du glaubst den Nippels. Ja, ja, ja. Aber wo guckst du denn schon wieder hin? Der... Oh! Oh, Versace! 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 Ja, für die Frauen ist es leider so ein paar Kartons, glaub ich, verloren gegangen. Merkits! Das ist doch lieber was für mich. Ich find die auch fresh, alter. Milo findet die nicht so fresh. Wie alt bin, die sehen so steif aus. Ja, ja, komm. Schön, wenn du diesmal irgendwas nimmst, was du auch an die fragen kannst. Ich find die auch mega fresh, alter. Nein, das trägt meine Oma. Nein, man, das sieht voll cool aus. Also wenn deine Oma bauvertragen kann? Recht. Ja, die hat schon ne kleine Oma. Das kann sie. Die hat mir letztes Mal zugezwinkert. Ich find die fresh. Jack, wollen wir nebenbei die andere Sachen machen? What? Ach so. Okay, das ist so eher was für Biker. Ui. Da sind Biker-Oberteile. Dann haben wir diese Jacke. Ja, die weiß der Zeit. Ja, das ist ein bisschen Qualitätsschlecht. Bisschen kaputt. Bisschen kaputt. O'Brien! Da fehlt mir ein Hoodie, das ist der Kitzel. Mach nochmal das Hochzeit. Das Hochzeitsgleich. Mach mal! O'Brien, wir sind am Arsch. Halt's Maul. Wir sind am Arsch, oder? Ich bürger das doch schon raus, die Sonntags. Ich bin am Arsch. Was, du zingerst das raus? Was? Ich hab gar nichts gesagt. Ich find das mega fresh. Du bist Single. Da ist der BH-Mann. Da ist doch kein BH-Mann. Nein, ein Bikini-Oberteil, aber trotzdem. Ne, ist doch kein Bikini. Doch, Rüschchen-Bikini. Ja, genau. Rüschchen-Bikini. Und das war's. Und natürlich Bombe-Oberteil. Nicht Hose. Habt ihr auch was langes? Ja, doch, da fehlen ein paar Kartons. Ja, da kommt noch was. Ich will auch immer diesen Titten-Pullover. Definitiv. Den willst du? Ja. Ähm. Wer war da? Der hier? Äh, ne, die ist 10. Okay. Wo ist der Alpino schon wieder? Und Oma, Alter. Also ich kann dir sogar noch mal zeigen. Hey, hat irgendeiner was zu trinken und essen bei? Ja, komm her. Ich glaub auch nichts. Wie, warte mal versteckst du den Latz. In deinem Schadenhose. Warte. Das gefällt dir jetzt nicht, wo ich das herhole. So, Bittchen. Warte, der passt bestimmt nicht unter die Weste. Dann könnten wir sagen... Oh, warte, der Fräum war da nicht lang. Warte. Na, hier. Raus. Piss dich, Junge. Du wirst wild aus, Erin. Ja. Richtige Spitzbuben. Topo, da die Hosen, ne? Schon wild, ja. Die Hosen sind echt chic. Die Hosen sind echt chic. Warte ist jetzt mit Erin. So, kriegt die wieder zu werbedingst oder zahlen? Ähm, die hier und die. Äh, ihr könnt das auch so machen, die will ja eh, die macht ja die Fotografin. Ach, die fotografiert? Ja, die soll sich... Die fotografiert, die hat gute Dings. Okay. Die Kamera. Also, Yugi hat sich auch vorgeschlagen. Beide, okay. Yugi hat auch die Autogrammkarten von Mila gemacht. Aber... Ben Aaron das macht, ist gut. Frauen haben da immer einen Blick für. Ja, willst du einen von denen haben? Wir haben Sega-Jeans und normale Skinny-Jeans, Alter. Und Chino. Aber... Chino sind ein bisschen kaputt. Yay. Hat Käsefüße, oder? Ja, ja. Hat Käsefüße. Warte, lass mich mal eben kurz rauslaufen. Habt ihr noch andere Jeans? Ja, und die sind halt... Ja, und die sind halt... Jetzt wegen der Verflatterte wie Curtis. Ähm, Ketten haben wir auch. Ey. Kauf nicht nach, Junge. Ja, kauf nicht nach, das ist voll lähm. Dann zieht wir noch. Hör mal die Schwarz haben. Hast kein Einen-Style, oder was? So, frisch. So. Nehmen die... So. Warte. Chats, nehmt euch Tinkepäckchen. Und... Habt ihr die noch weiter? Ähm... Bin ich... Warte ich. Die hier. Die hier. Nein, noch nicht. Nein, nein, nein. Die hier. Die hier. Ja, die find ich auch cool. Echt gut. Und... Und... Die hier. Aua, mein Kopf. Aber muss... Sie waren so viel von. Ja. Aber Ketten verkaufen wir nicht, ne? Ach, verkaufen wir nicht? Ne, ne, das verkaufen die Angländer. Aber... Ach so. Und die Brillen? Brille, ja. Da haben wir die hier. Und die hier. Seht mir beide sowieso nicht. Die sind mega fresh, Alter. Die sind richtig cool. Die sind echt fresh. Fancy. Kostet doch nur 5 Millionen. Mal her, ich will mal... Was? 5 Millionen. Was? Die ist von Louis Carton. Junge Muffin siehst du überhaupt was, Alter? Ich glaub nicht. Ich sag meinen Nacken. Hier. Mein Kopf im Nacken. Ich will mal die Brille. Ich will mal aufziehen. Ah, okay. Hier, bitteschön. Ich kann dir die andere auch mal geben. Ah, Mann. Die sind verbackt. Die hier? Ah. Hab ich die jetzt geholt? Ah, ja. So, bitteschön. Okay. Das bist du. Wie sollst du hier? N경ä. Es sitzt nicht mehr. Nagegen. Oh, was ist der Giffy? Ich weiß nicht mehr. Was denn? Äh, Katz? Junge, hä? Äh, Rucksäcke verkaufen wir auch noch? Ja, die Frauen-Dinger? Ja. Ja. Ach, frag mich jetzt nicht nach dem Preis, Alter. Obwohl, Erin, du machst die Fotos, ne? Äh, muss man nur sagen, wann? Ja, allgemein jetzt. Ja, kann ich machen. Dann glaub ich, kriegst du das eh so. Aber wir haben ultra viele, Alter. Wir haben Bauchtaschen. Ja, Bauchtaschen sind ein bisschen breit, ne? Hinten-Taschen, okay? Ähm, Lola's? Äh, nee, 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 nee. Ja, nee. Nee, 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 nee. Das ist eine andere Bestellung. Nur die, Mila. Ja, nur die. Auch nur die, auch nicht die Bauchtaschen für Frauen. Okay. Und das war's. Was kosten die Frauen-Taschen, Jack? Die von, äh... Die Mila. Die Mila, der... Was war denn in Schwarz-Weiß? Das hier Schwarz-Weiß? Warte, der hier war Schwarz-Weiß? Der ist hässlich. Und der hier. Okay, der Letzte. Also nicht der da, sondern der andere. Der hier? Ja. Okay. Ja, ja, Cousin. Hast du doch besorgt, oder nicht? Von dem Mehmet, Alter. Wo ist denn der hingerannt? Ich hasse den, ne? Hundert. Ja. Was? Äh, okay. Ja, dann müsst du das doch... 3.500 Flaschen in den Rucksack. Das hält patat. Ja, in meine Bauchtasche auch. Aber... Ja, okay. Ja, okay, wissen wir da Bescheid. Dann... Weißt du auch Bescheid, Muffin? Ähm... Hat Erin sich was ausgesucht? Ja. Was hast du denn jetzt alles? Ähm... Zwei Hosen? Beihosen? Ja. Was hast du dir für die bärlische Frau geholt? Erin, was sagt dein Kontostand? Äh... Ja? Ja, wenn die die Fotos macht, kann die das doch eh so... Als Werbezwecke wieder... Ja, wenn... Ja, 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 ja. Wenn, wenn du... Ich wollte doch irgendwie die Dramatik aufbauen. Ich wollte Dramatik aufbauen. Ich wollte Dramatik aufbauen. Ja, okay. Was ist denn jetzt mit den Waffenholzern, O'Brien? Äh... Hab ich dir schon fünfmal gesagt. Kannst du mit Fischer ausdiskutieren. Boah... Ich schwöre, ich mach Security-Unternehmen auf. Ja, Brillen brauchen wir auch neue. Haben wir auch nicht bestellt. Wie... Achso. Ja. Männer meinst du? Ja, Holster und Brillen haben wir nicht bestellt, Muffin. Kannst du ja gar nicht so packen. Ja, das müssen wir erst ausdiskutieren, wenn wir die bestellen, ne? Ja, ja, alles schillig. Boah, Dinger, mir geht das Ding mit... ...dass aufm Pistole im Nacken die ganze Zeit, ne? Okay, was hast du noch? Zwei Hosen? Was hast du noch für Aaron? Äh, ein Obertal? Ja. Und eine Tasche. Ja, dann gib mir das. Hab schon. Die Hose hab ich schon an. Cool, schön, schön, schön. Ja, ja. Ja, dann sind wir durch. Dann melden wir uns bei dir wegen Fotos, ne? Ja, ja. Putz deine Linse. Müsst ihr halt mal... Also müsst ihr früh genug Bescheid sagen. Ja, ja, ja. Achso, du wolltest auch Tasche, ne? Ja, ja, ja. Das ist eine Tasche. Ne, wo war er? Wo, 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 was? Du, Tasche? Ja, für Arbeit... Von Arbeit nach Hause oder du fangst nach Hause zur Arbeit. Ja, komm mal her. Da ist auch Tasche. Ja, ja. Boah. Giffy, komm mal her. Ja. Warum hast du keine vernünftige Hose an, Alter? Ja, ja, warum nicht? Ist doch cool oder nicht? Ja, ja, voll geil. Ja, leih mir deine Baggy-Jeans hin und ne andere hast. Dankeschön. Zieh mal an. Und kette da. Jetzt lauf mal da hin und sag, jetzt willkommen bei Cody's Burger. Ihre Bestellung bitte. Herzlich willkommen bei Cody's Burgers. Wie kann ich ihm weiterhelfen? Er wollte nur dumm lachen oder wollte er was essen? Hä, hab ich den schon gegeben? Hat doch was essen. Sieht doch schick aus. Ist Cody eigentlich schon da? Der ist an der Metro einkaufen, denke ich. Oder der ist schon wieder im Laden, aber ist ja egal. Denn... Wollen wir gleich mal da hin? Ja, klar. Eins und zwei. Du mal Cody's eh auf, da gehen wir so da hin. Da mache ich die Leute erstmal ein bisschen heiß und so. Ja, aber verkaufen kannst du sagen, giss ich noch nicht, ne? Ja, ja. So, Jerseys haben wir vielleicht wieder... Haben wir. Ja, aber... Nee, warte, warte, warte. Bevor er jetzt wieder Jerseys an irgendwelche Kopffregel verkauft, dann lass mal mit Rot und Lila und Grün, ne? Was hältst du davon, wenn wir dem Cody jetzt noch die Sachen geben? Ja. Und dann kümmern wir uns erstmal morgen, ja, morgen Mittag und so, und übermorgen da drum, dass wir die Fotos einen scheiß machen auf ULF-App. Ja. Eigentlich müssen wir auf alle Kartons warten und warten. Mittwoch kann ich Fotos machen. Ja, Mittwoch klingt ja gut. Wann Mittwoch? Morgen nicht. Mittwoch. Also Mittwoch kann ich ganzen Tag. Also Uhrzeit-technisch, Uhrzeit-technisch wäre am besten Richtung Nachmittag. Auf jeden Fall, dann, wenn es noch heil ist. 15,16 Uhr. Ja, ja. 15,16 Uhr wäre perfekt. Boah, ob ich da Models finde für, ne? Wie, Mila modelt, Alter. Mila, Güffi kann auch modeln, ich modell auch. Guck mich an, ich mach Schnute. Ja, warte, warte. Ja, guck mich. Ja, guck mich. Ja, guck mich. Ja, guck mich. Nein, 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 nein. Hört doch zu, wir haben gesagt, wenn wir Fotos machen, stellen wir immer einen Mann, oh, die kaputt. Ja, bei ihm kann ich ja auch die Falten noch wegretuschieren. Ich bin Molly. Ich bin Molly. Wir nehmen bei Frauen immer zwei Frauen nebeneinander, eine von vorne, eine von hinten, und die immer das gleiche an. Dankeschön. Außerdem kann Aaron und Dings auch modeln, Mel und Dings, Ari, alle, Alter. Ja, Aaron soll ja Fotos machen. Ja, Aaron, die macht Selfie, Junge. Mein Kopf ist so schwer. Okay, 20 Meter Selfie-Stick oder was? Ja, klar. Selbstauslöser. Ja, ich wollte gerade sagen, Selbstauslöser. Ich stelle hin, mache Selbstauslöser, renne dann schnell dahin und mache die Brose und für dich. Der treibt doch nicht, Alter. Wir wollen das morgen noch fertig bekommen. Nein, nicht auch schnell, schnell jetzt, ne, Jakob. Nein, Mittwoch, Mittwoch, 15 Uhr. Pass auf, ich will es bei Fotos zu haben. Ja, lass dich zu machen. Ich will das bei den Fotos zu haben, dass eine Frau von vorne und von hinten nebeneinander, nebeneinander stehen, die bleiben einfach nur stehen, einer gibt denen die ganze Zeit immer die gleiche Tabotten, die ziehen die an, bewegen sich mit Fotos, zack, 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 fertig. Was sind das denn für Werbefotos, Alter? Nein, wenn wir jetzt schon Zeit dafür nehmen, dann machen wir doch richtig. Das ist Galeriefotos. Das ist eigentlich nur zum Zeigen. Das ist für Internetseite und so. Internetseite. Kann doch auch schön sein. Ja, machst du doch schön dann. Habt du mir einen Penis auf die Stürme, ist mir dann egal. Wie, die hast du eh schon. Nein, warum geht das mit meinem Gericht? Ja, ich hab keinen Penis im Gesicht. Ich hab mal einen Burger auf dem Kopf. So, was ist mit Cody's jetzt? Hat O'Brien alles? Ich bin durch, ja. O'Brien ist durch, er ist durch. Also Mittwoch, 16 Uhr. Kennst du an die weiße Sportjacke? Ja. Mittwoch, 16 Uhr. Also brauchen wir keine Models. Oh nein, er ist geplatzt. Scheiße. Alles gut? Ja, Mila, bist du Mittwoch, 16 Uhr? Aber du hast jetzt nicht die Hose an, O'Brien, ne? Ja. Die Hose sieht doch kacke aus auf High-Tops-Schuhen, ne? Ich sag's dir. Ja, ich weiß nicht. Ach, hier, könnt ihr auch schon. Wir haben so Stangenschuhe, ne? Stangenschuhe? Ja, hier, so Blinke, so für Party und so. Mhm. Als du mal wieder zu viel Drogen genommen hast. Hä? Das nur auf der Insel. Ja, das wär für die Insel interessant, ne? Für Yuri. Ja, wenn der überhaupt noch mal ne Party macht. Ja, wenn. Wenn der wieder gezwungen wird, dann schon. Hat der nicht gerade angerufen? Ja. Okay, wir sind erst mal wieder weg. Jo. Der wird auch gleich was haben. Ach, das geht. Ich hab gern so ein Holzer für die Beine. O'Brien. Komm, komm, komm. Ja, dann lass's nix. Das war kein Scherz. Ja, das war echt. Das war echt kein Scherz. Ja, dann lass jetzt die Codys fahren. Dann treffen wir da eh Yuri und dann können wir mit Yuri ja noch mal runterfahren. Krieg ich meinen Jacken? Weswegen runterfahren? Yuri würde auch gern eine Sache haben. Ja. Äh, ach, 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 so, gleich jetzt, spät, ja, später. Was denn? Die Schuhe. Jetzt hat er Hose an. Welche Schuhe? Blinke Schuhe, glaube ich, meint sie? Ach, die will Blinke Schuhe haben. Ähm, sollte ich jemand zeigen? Aber wenn wir jetzt zu Cody, dann... Ich weiß gar nicht, wer das ist. Weiß auch nicht. Aber die ist lieb. Ja, ist mir egal. Oh. Hä, 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 hä. Erstmal den Jacken fragen. Dankeschön, Chad. Ja? Wer ist denn die Frau, die dabei ist? Das Mell. Hm? Okay. Sieht aber komisch aus, irgendwie dieser letzte Mal anders aus. Ja, die hat jetzt keine weißen Haare mehr. Okay, und dann ist jetzt dein Anhängsel? Ja. Und die repräsentiert auch? Ja. Okay. Ist der Giffy bei dir im Auto? Ja. Also, ich weiß nicht. Habt ihr überhaupt ein Auto hier gelassen? Weiß ich nicht, aber der soll sich eine vernünftige Hose an. Lass mal bei ihm in das Haus ein Ding treffen. Ja, 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 ja. An dem Klamottenladen? Ja. Ja. Der sagt schon eine vernünftige... Und die Goldkette soll ja ausziehen, Alter. Cody wird heulen jetzt. Soll ich dem eine Hose von hier geben? Nein. Der muss erst mal zeigen, dass der überhaupt Bock darauf hat, Interesse, und nicht nur jetzt hier abhängt, damit der Sachen abgreift. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja. Weil Giffy ist auch schon wieder pen. Ja, bist ja auch schon spät. Ja. Voll. Wir haben nicht mal neun Uhr, Junge. Ja, komm in the south. Southside. Represent. Okay, was ist denn? Komm, ist falsch. Äh, ich bin Kudis. Oi. Hallo? Oi. Oi. Ich dachte, die Hose gefällt dir nicht. Hm? Ich dachte, die Hose gefällt dir nicht. Äh, doch. Ich hab das gar nichts... Nee. Da hab ich mir voll den festen Arsch drin. Was? Aber... Hab ich gar nicht. Hast du wohl. Hab ich mich? Ja, hast du doch. Hab ich gar nicht. Lügst du jetzt oder nicht? Nee, ich sagte, der Hoodie gefällt mir nicht. Aber siehst du, die Erin findet den wieder gut. Hm. Ich kann einfach nicht ohne den Hut leben, ne? Außerdem hast du gesagt, dass ich einen fetten Arsch darin habe. Aber das ist Kompliment. Bist du eigentlich vergeben, Mühler? Nein. Nein. Alles klar. Machst du da. Ich spiel. Was denn? Geh dich gar nichts an. So, Tycoon? Nee. Was denn? Tee-dee. Was? Tee-dee. Diablo? Tee-dee. Was ist das? Tee-dee. Was ist das? Mein Sweeper. Achso. Wir gehen mal auf die Bomben. Ja, Opa. Hör mal, mir ist gerade was eingefallen. Ja. Du hast doch da was mit den Klamotten zu tun, ne? Ja. Das ist mein Weeper. Der muss genau. Ja, bestünde da die Möglichkeit, vielleicht so ein, ich bezahle das auch, ein Unikat zu kriegen. Wie fährt ein Unikat? So ein Kapuzenpulli mit, mit einem Geißbock. Achso, so FC Kölle-Ding. Ja. Warum muss ich den Muffin fragen? Ja, das wäre vielleicht, also wie gesagt, ich würde dann auch bezahlen. Ich bin auch bereit, ja, viel zu bezahlen. Opa, ich kann dir ein FC Kölle-Trikot besorgen. Würdest du das machen? Ja, ich guck mal. Ich würde dir alle Füße küssen, die du hast. Ich guck mal. Ich würde, oh Gott, da würde ich, ich würde verhöhnen, oh Gott, kann ich mir vorstellen, wenn ich hier rumlaufe, boah, da kann ich hier wieder, da kann ich die Gladbach angreifen, ne? Oder Weiß, Weiß geht auch hier. Boah, dann, da kommen wir schon, Jutti, den, du. Ja, schön. Da musst du aber mit dem Muffin klären, weil der geht dann mit dem Zoll, oder? Das ist echt schwierig. Alles klar, okay. Okay. Aber da, 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 da denkt man an mich vielleicht. Mache ich. Danke, Kürtis, tschö. Ja klar ist das geil, Fußballtrikots reinzubringen. Ist das okay so? Ja. Ich will nachher Badeuhe sagen, wenn es dich mitkriegt. Die Kackharre hier fahren, Alter. Kackharre. Ich muss mal ihm Finanzen checken. Der Opa Willi will ein FC Köln Trikot haben. Okay, sieht gut aus. Wir müssen nicht hungern. Fuck. Sag mal, bist du eigentlich vergeben? Ja. Ja? Ja. Scheiße, dachte ich hätte eine Chance. Nee. Schande. Warte mal, warum pack ich, egal. Bist du vergeben? Ja. Echt? Hm. Und wen? So ein Typ. Der schielt, ne, und sabbert immer. Toll, jetzt kriegen wir nicht mit, wie Cody reagiert. Ich hasse die, Alter. Aber nicht so schlimm. Herzlich willkommen bei Codys, deine Umstellung bitte. Was geht? Und? Was geht? Schick, schick. Ja? Du siehst sie nicht, aber jetzt zwingt der gerade zu, Cody. Ich weiß nicht, wie du zurückkommst. Machst du das schon? Alter, was habt ihr alles an? Scheiße. Alles klar, viel Spaß. Wir wurden nicht erlaubt, meine Badehose zu tragen. Nein, so scheiße aus. Wir haben noch andere LS-Jerseys, auch mit einem Burger drauf. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wie wir auf orange-blau gekommen sind. Weil das ist rot, weiß, blau. Passt das? Von der Farbe? Hm. Wolltest du die so orange nicht ändern? Eigentlich? Ja, und dann, äh, hieß es so einfacher, ein T-Shirt neu zu stricken, als einen Laden umzubauen. Okay. Dann hat sich das nicht mehr auf dem Schirm. Dann musst du damit jetzt klarkommen, weil es ja besser ist nichts. Ist schick. Ja, dann kannst du den Giffy direkt heute einstellen. Zum Arbeiten. Giffy, dann kommen sie her, kriegen sie sogar ein Schließfach heute. Tanz, Giffy, tanz. Ich bin verwirrt. Tanz. Ey, sind Giffy nachher schon beim PD rumrennen? Waren sie heute schon bei Cody? Dankeschön. So, dann kriegst du hier dein eigenes Dings, die Bumsi, musst dich hinten einstöpseln, dann machen wir dir gleich ein Schließfach klar. Cody, willst du die Dinge auch zum Verkaufen haben für die Leute hinter der Theke? Wir haben die für Frauen und auch für Männer. Wie Shirts? Ja, alles. Wir können ja mal runterfahren, dann kannst du die halt eben angucken. Ich hab dich nicht gesehen. Ähm, ja, lass doch machen. Ja. 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 Ich muss eh nochmal runter. Ja, wir müssen heute, glaube ich, noch hundertmal runter. Aber diesmal fahr ich mit dem Komola. Komola. Ja. Wenn ich wüsste, wo unser Schlagen ist, das wäre richtig lustig. Ähm, vielleicht abgeschafft? Ich hab Hunger. Upsi. Ist er jetzt? Haben wir ganz viele Menschen glücklich gemacht. Ja. Ist das nicht unser Auto? Das ist unser Auto. Warum steht das hier? Warum steht da bei den Yadis? Willst du das mitnehmen? Ja. Hast du Schlüssel, ja, ne? Ich glaube schon. Ja. Ich mein, Ingame hab ich Hunger. Schwester Kusch. Der Flügel mit Silvestre ist in der Verarschtel, du, der Sterling. Ich fahre alle wieder im Gegenverkehr Junge, warum stand mein Auto, Alter, bei den Yaudis? Welches? Wer ist in dem weißen Auto gefahren? Weiß ich nicht Wer ist damit gefahren? Keine Ahnung, Junge, da sind meine ganzen Knarren drin Wer ist damit letztes Mal gefahren? Ich hau den weg, Alter Giffy, du bist damit gefahren, ne? Mit dem Schlagen Nein Irgendwann habe ich letztens zugerufen, Alter, fahre nicht mit der Corona, da sind Knarren drin Ich bin mit meinem Hackett gefahren Wer ist denn gerade mit dem Schlagen gefahren? Ja, Mila war wieder bei den Yaudis gefahren Achso Ja, soll ich dem Cody zeigen? Kann auch machen Ja, zeig du Ich hab eh nicht so viel am Hut Komm her, Cody Ja, okay, dann mach du mal fünf Die sind echt wild Die LS-Jerseys, ne? Oh, das war doch schön Ja Das war doch schön Äh Das war das Weiß gar nicht Ja, du musst das mit dem Burger suchen Echt auch für Ja Wie Das erste war doch schon das mit dem Burger Aber das gibt es noch so Oh Oh Das würde wahrscheinlich eher zu Das würde eher passen, ja Das würde echt eher passen Ja, das passt besser Ja, okay, das klang immer Ich werd mein Tischer zurück in die Box, okay? Ich glaub das passt am besten, würde ich sagen, oder? Ja Ja Wir haben doch gar nichts für Mädchen Äh, für Frauen da 99 Burgers Gibt's doch nicht für Frauen Gibt's nicht für Frauen Gibt's nicht für Frauen Das ist Äh, hä? Äh, nein Nicht, nicht, äh Ich mein das Oberteil für Cody Jaja, aber eigentlich schon Dann ist der Karton nicht angekommen Muffin Ich schlag den Back zusammen Ja, ist halt so, junger Bruder Rot wartest du gerne? Was machen sie auch hin? Hm? Äh, wie viel soll ich davon erstmal holen? Gibt's kein dunkles Rot? Äh, so gibt's nicht für die Frauen Ähm Wir sind Nein, nein, wenn rot, dann rot Dann passt das Ja, ist nur das 1, 2, 3, 4, 5 Äh, 6 Mit dem Maskottchen 6 Mit dem Maskottchen 6 Weiß ich, klar Hast du jetzt blinke Schuhe, Mühler? Äh, ne, warte 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 10 pro Was kost das? 10 pro 10 pro? Ja Ja Das geht klar Warte Woll ich blinke Schuhe anziehen? Nein Warum? Die sind voll cool Was kostet die Maske doch dazu? Achso, stimmt die Maske Die zieh den nicht an, Junge Äh, 5 pro Masken müsste gleicher Preis, glaub ich sogar sein Nein, 5 5 pro 5? Okay, hör gut Ja, die sind doch voll cool Nein, Mann Dann Auch nochmal gleiche Anzahl, oder? Wie, Mühler, sind die nicht cool? Du siehst dann komplett fresh aus, bis auf die Schuhe Bei Reich 2 Mühler, was sagst du? Ich find die fresh Ich find die auch fresh Alter Ja, dann zieh ruhig an Junge, blinke Schuhe, Alter Einen hab ich auch Also wie die Sketches hier aufleuchten, wenn du losläuchst Ja, was, voll geil Junge, wir haben Crocs getragen So? Crocs sind doch anders cool Nice So, jetzt hab ich 2, 4, 6 T-Shirts, 2 Masken Ja, Mann Ich bräuchte noch ein T-Shirt, neues Komm, wir machen die Rechnung Was brauchst du? Neues T-Shirt Äh, ne Warum brauchst du eins? Ne, ich hab meins in den Karton zurückgeworfen, weil wir andere Farbe jetzt haben Komm B, andere Farbe Hier ist nur ein Jersey drin und ein Hemd von Jivke, glaub ich Hä, blinke Schuhe, voll geil, Mann Oha Oha Oha, wo? Dann tu die Maske wieder in den Dings rein In den Karton? Ja, Mann Chat, was sagt ihr, blinke Schuhe? Voll cool, oder nicht? Wie in der Kindheit, Mann, die Nindertörtelschuhe Voll geil Wie ne, Junge, voll geil Oh, das sieht gut aus Check mein Drip, yo Check mein Drip, yo Check mein Drip, yo Oh, LED-Streifenschuhe, Mila Ja Boah, jetzt können wir richtig abdärmsen, ja Ich weiß gar nicht, was die kosten Warte mal Alles Jack, was kosten die LED-Schuhe, das ist Stange, ne? Ja Äh, was 50? Ja, irgendwie so Warte, 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 wie heißen die? LED Ich find die fresh Vielleicht gehen die mir auch gleich auf den Sack, ich weiß noch nicht Also, wir haben diese Hoodies Ach, will der Cody jetzt gucken? Ja, ja Ja, ja Wir haben Blixi Hoodies Die hier alle Wir haben ein paar Off-White und Palm Angels Wenn du die Tasche abgenommen hast, fände man die auch richtig gut finden Oh, das T-Shirt ist fresh, dass du da drunter trägst, hast du das auch alleine? Ne Schade Das gibt's nur mit der Kombination mit der Jacke Schade Die haben alle gegen meine Blinke-Schuhe, Alter, die sind voll cool Schicht die Kohle ab, Mann, wir werden reich Was? Nix? Der Juri, der will, dass ich mal auf einen seiner Insel-Partys auflege, meinen Songs Die Welle lebt Oh nein, zieh mir richtig ab Ja, Mann Ja Kann ich mir die Schuhe aus dem Auto eine Stunde nehmen? Das sind vom Jivke, die nimm doch Okay Verlier die nur nicht Ne Weil es jetzt gerade nachts wird, kommen die noch mal mehr zur Vorstellung Und deshalb zieh ich die ja an Junge, da wird der DJ Bobo, den wir letztes Mal die Nikes verkauft haben, ausrasten, wenn der die sieht Vor allem ist das Stangenwache, die kosten gehen nix Danke Die ganzen Party-People wollen die auf jeden Fall haben Aber ich finde 50 bisschen zu teuer, dafür wird wieder ausgehen Boah Ich würde die so 25 machen, Alter Ja Hat noch eine Kappi mit? Ich habe meine gerade weggeworfen, Alter Scheiße Die Sonnenbrille passt dazu nicht Muffin Ja Der Opa Willi hat gerade gefragt, ob man den 1. FC Köln Trikot besauen kann Vielleicht finden wir ja mal irgendwann Trikots für Fußball, Dings Weil wir haben ja jetzt schon Basketball, wir haben Football und Fußball fehlt halt noch, ne? Ja Ja, aber denkt dran, ja, nicht dass der Typ auf einmal HSV Trikots haben möchte Vielleicht finden wir ja welche Wär auf jeden Fall sick Bist du sauer? Bist du sauer? Die Klamotten sind schon... Ne, freiverkäuflich werden die nicht, nein. Das wird nur über das Event hier stattfinden, über uns. Das ist auch nur was für Leute, die wirklich unik rumlaufen wollen und dafür Geld ausgeben wollen. Wir haben keine Hobbys, Alter. Ja, ja, die Kohle, die wir gerade gesehen haben auf den einen Konto, das wird einfach alles deleted. Diese fast 9 Millionen oder so schon. Obwohl wir noch nicht mal wirklich aufhaben. Damit können wir nichts machen. Dafür kaufen wir vielleicht einen Firmenwagen. Cruise ich durch die Gegend, yo. Das andere war mein Privatkonto. Klar, schwer sogar. Ohne Kindersitz. Die Welle lebt. Ich fang dich ein, Curtis. FPS-Drops wo? Sag mir mal, in welchem Gebiet. Stimmt am Pedi, ne? Also ich habe auch FPS-Drops, aber in den Ballungsgebieten, so Stadtpark, Krankenhaus und Krankenhaus-Pedi. Überall anders ist fein. Ich bin mir nicht so sicher, wie ich tanzen soll. Und irgendwelche Gegenden, wo Events und so sind. Doch, guck, ich tanze so ein bisschen Türken. Bisschen Arschwein. Oho, Maffeln. Guck mal hier, Maffeln. Nee, Rasko, das ist nicht normal. Oh ja, komm her. Hast du das Spiel auf einer SSD? Tanzen im Unicorn auch immer. Ich habe hier gerade 143 FPS. Und ich bin selber so eine Sau, Alter. Mich reg dann übel auf, wenn ich Low-FPS habe. Mach mal, mach mal der Hände nochmal hoch. Maffeln, du. Nein. Mach mal. Nein. Das ist aber die Tasche, ne? Ja, das ist die Tasche schuld. Ist das erst seit heute so, Rasko, oder war das schon gestern und vorgestern so? Dass du da Low-FPS hast in der Bombenhut. Eigentlich schon immer, ja, dann liegt das in den Autos zu viele, da müsst ihr mal wegpacken, wenn du dazugehörst. Weil ich bin vorhin nämlich genau da auch gecrashed und hab die FBS-Probleme gehabt. Das ist wie er jetzt mal noch voll zaut. Aua. Oh, halbe Jacks Green, Junge. Let's go. Ab in die ADAC-Pommes. Den geb ich zurück. Ruf den mal her, der soll herkommen. Pin. Ja, und was die pinken, wer die pinken da sind, keine Ahnung, Alter. Junge, jetzt zieh die Boxhandschuhe aus, Alter. Komm her, Junge. Alter. Ja, die haben wir halt auch gekauft für die Boxkämpfe für euch. Toll, du hast den Cody gespoilert, du Idiot, ne? Du vollidiot. Für die Kämpfe, du Idiot, Alter. Boah, bist du ein vollidiot. Super, großartig. Schön gemacht, Muffin, du Idiot. Voll geil. Ja, wofür die Kämpfe, der ist mal ein Burger gegen dein T-Shirt. Aua, ach man. Du brauchst ein neues. Aber die gibt's auch nicht für Mädchen, ne? Das ist der Style von uns. Die gibt's nicht für Frauen? Nee. Erzähl mal, sag mir Bescheid, dann log ich ein und hol die Dinge. Na gut, dann werden die jetzt diskriminiert und dürfen nicht mehr mitkämpfen. Ja, nein, die alle können die anziehen. Oder? Schick, Geschwür Cody. Nee, wir haben die nicht. Aktuell noch nicht, ne? Ja, aber es tut. Okay, ich ruf den an, der melde schon bei dir. Oh, ich hacke Businessman, Businessman. Geld für, äh... Ja, ja, ich denke, du kriegst bald Preististe von mir. Heute oder morgen. Am Morgen, ja. Zweck zu, ein schlechter Verkäufer. Ja, der ist nur am Telefonieren. Zum Glück macht er das auch. All right, bis dann. Ja, ciao. Ich würde schon wieder durchdrehen bei den ganzen Anrufen. Ich drück schon alles weg, was er anruft. Ja, 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 auch, auch. Komischerweise rufen wir, ich kenne mich die Leute vom Tag während. Ach, krieg dich doch. Nein, du gehst da jetzt ran, damit ich keine Anrufe während ich mit dir rede. Ich will entspannt mit dir hier jetzt Klamotten shoppen. Ich muss kurz was wegdingissen. Ich muss kurz was verkaufen, warte. Ich liebe es, im Kreis zu stehen. Nimm mich gleich, als ob ich was Besseres wäre mit den Schuhen. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Wie hast du dir jetzt auch Blinke-Schuhe gekauft? Hä, hab ich doch vorhin schon. Ach so. Move, move, shake, shake, not up. Ey, yo, 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 yo. Das Problem hatten wir im Yankee-Park auch, wegen der Dings-James-Town, Alter, wegen den ganzen Autos. Das ist einfach zu nah dran. Die müssen sich leider, würde ich sagen, zu denen, die sollen gehen, bitte. Gringo, danke schön für den Resub im Dritten mit Prime. Herzzeug, Bruder. Und Lee Copperfield, danke schön für den Prime im Neunten. Und Gesundheit, danke für den Resub im Achten. Tagsam. Und Kuri, danke für den Resub im 28. Ich hab keine Ahnung, warum wir noch hier stehen und warten. Ich weiß es gar nicht. Ey, ich mach auch Dings-Maskottchen. Ich mein, wenn ich hier schon den ganzen Tag im Kreis stehe, kann ich da doch bei Cody machen. Machst du auch Maskottchen? Ey, bist du verrückt, ich bin mehrfach ein Millionär hier. Okay, nix mach ich. Nee, nix macht er. Ich find die andere Sonnenbrille cool, Amila. Die sieht einfach Kekusch cool aus. Ist die hier? Nee, man, die ist nicht so cool. Naja, wenn die Nachricht kommt raus, dann heißt das, dass der Server voll ist. Dann sind 500 Leute drauf, dann musst du warten, bis einer rausfliegt. Was machen wir jetzt hier noch? Warte, was haben wir gesagt für Sega Jeans? Haben wir noch keinen Preis. Was sagst du? Weiß ich nicht, Alter. Diese, ja. Keine Ahnung. Im Endeffekt würde dann jeder damit rumlaufen. Ja. Wir haben normale Skinny-Jeans, wir haben Chinos, die sind aber gerade nur ein bisschen Qualitätsfehler. Ich sag nur Dings, Jeans und Zaggit. Also Skinny und Zaggit. Kann ich, weiß ich nicht, Alter. Es sind halt Dings, ne? Einen Hunderter. Ja, wir hatten mal gesagt, Hosen 150. Ja, dann 150. Für Zaggit und für Skinny. Dann hast du gehört, Cody. Ach, der hat doch genug Kohle, Junge. Ja, ja, ja. Also willst du die Helle haben, die hier? Oder die? Die Helle sieht fresh aus, Alter. Ja, die, aber mit der schwarzen Boxer-Shops. Gibt's die auch mit schwarz? Nein. Ja, die gibt's nicht. Achso. Es gibt die hier oder die hier. Was du für eine Boxer-Shop ansiehst, ist natürlich deine. Die sieht man nicht überlassen. Ja, dann nimm die. Die soll so sein, Schatten, du wirst das modern. Oh, ich hör schon wieder ein Kerstbach. Was ist das eigentlich für eine Sonnenbrille, Lubell? Die hier? Ist die nicht sexy? Das ist absolut hässlich, Alter. Das sieht aus, als würdest du in einem Internet-Café arbeiten. Ja. Von allem Focker. Mach ich das vielleicht auch. Die ist ein bisschen Zeit in der Zeit zurück. Call-Note. Nee, wie heißt das? Call-Note. Oh mein Gott. Call-Note. Alter, jetzt mal. Boah. Aber du musst Low-Tops darauf anziehen, Cody. Die hier, die hier. Das sind meine. Dann sieht das tausendmal besser aus. Kannst halt nicht jede Schuhe zu jeder Hose tragen, ne? Das stimmt. Ja, aber dann hat man ja auch mal was zum Wechseln, ne? So muss das sein. Ich mein, mit den Schuhen hier kannst du halt auch flexen mit einer kurzen Hose. Ja. Sind halt Links-Schuhe, ne? Basketball-Schuhe. Jordan. So. Jetzt hab ich eine Hose. Jetzt hab ich die Schuhe. Ja. Wenn ihr wieder was verkaufen wollt, sagt Bescheid. Die Jacke ist auch gut, ne? Die ist schick, aber ich finde die mit dem weißen Shirt drunter geiler. Mit dem weißen und der Sturmhaube. Äh, ja zur Caprizia. Wir werden noch Klamotten haben, wie jetzt zum Beispiel die LS-Jerseys. Also, wir nennen das MRP Stangenklamotten, ne? Wir werden noch Klamotten reinpacken, die jeder einfach kaufen kann. Ohne Probleme. So, für 5000, für 2000, für 1000. Aber wenn ihr euch abends jetzt immer umziehen wollt... Das ist nun echt verdammt viel Arbeit, Alter. Einfach zu Kodys Imbiss, wir stellen da eine Tonne für euch auf. So, als kleiner Sammlung. Gyfi, ich brauch ne Fahrt. Äh. So. Ja, fahr mal Kodys, oder wo ich musste? Äh, ja, ich bin fertig. Dann müssen wir Kodys fahren. Kommt ihr jetzt auch wieder zu Kodys? Außerdem wartet Juri noch, ne? Es gibt zum Beispiel standardmäßige Klamotten vom GTA. Ähm. Arcade-T-Shirt zum Beispiel. Die sehen mega fresh aus. Das wird zum Beispiel so Stangenware. Diese LED-Schuhe hier auch zum Teil. Aber das ist echt viel Arbeit. Deshalb dauert das ein bisschen. Und man sieht ja, ne? Wir haben jetzt die letzten Tage da heftig dran gearbeitet. Und wir haben trotzdem teilweise noch Fehler drin. Die müssen jetzt erstmal korrigiert werden. Dann kommt noch ein Performance-Update dafür und so. Ja, Doc. Dafür ist das ja da. Die heftigen Klamotten sind halt... Das ist halt Endgame sozusagen, ne? Jetzt wird das ein MMO. Das ist halt echt dafür da, wenn du schon ewig lange zockst und Geld übrig hast. Und du weißt nichts mehr damit anzufangen, so. Dann kannst du allerdings ein bisschen so repräsentieren. Guck mal, ich hab hier FPS-Probleme des Todes, Alter. 50 nur. Ich bin vergeben, ja, ja. Genox, wir machen einen extra Laden dafür auf. In der Westside, den haben wir schon im IP ausgesucht. IC und OC, wie meinst du das? Das ist so unterschiedlich, Genox. Gibt es mittlerweile eigentlich die Möglichkeit, Fahrzeugsteine irgendwo noch? Sowohl als auch. Warum sehe ich da draußen noch kein Maskottchen Werbung machen? Weil das Maskottchen ist gerade zur Apotheke gelaufen, macht da Werbung. Aber guckt, was ich noch habe. Wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben übrigens Hochzeitskleider, ne? Falls einer von euch heiraten will. Wer, na? Ja, wen, ne? Obwohl, ich würde mich auch in so einem Kleid sehen. Sind wir nicht mit Maragon zusammen? Äh, nee. Wieder zu haben. Das sieht halt mega fresh aus, Junge. Ich würde sofort U-Life-Dings holen, ne? Die sollen mal ein Foto machen. Gute Idee. Tja, wer hat hier die Idee mit den Actionfiguren? Ich habe voll Hunger und ich habe voll Durst. Bitte gib mir erst nur Trinken. Ich auch, ich auch. Ja, Mitarbeiter, macht ihr das? Egal, was? Ich will Thunfisch-Sandwiches. Zehn Stück und zehn Tinkerpäckchen, bitte. Jo, macht ihr fertig. Aber für alle. Also für euch auch, Chat. So, für euch beide, oder was? Nee, ich mag keinen Thunfisch. Bäh! Das ist lecker, Mann. Bäh! Voll lecker. Bäh! 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 Ekelig. Machst du mir einen Chili-Chi-Sandwich? Ich mag keinen Fisch. Fisch? Äh, Fisch. 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 Ja. Wir haben keine Chili-Chi-Sandwich. Was willst du denn essen? Ich mag der Käse-Sandwich. Ah, warte. Das ist ein Video-Chi-Sandwich. Was ist denn da, Juh, wie? Da, Fisch, wann's Lucha presented with them? Ja. Da, habe ich nie gesprochen, aber... Da, habe ich mich auch getan. schönes auto super auto ich glaube ich werde das auto knacken ich weiß nicht wem das gehört hab ich aus wem telefonierst du okay bis gleich ja okay ist das enttäuschung der ist jetzt mein bester freund jetzt habe ich ein bestesten vor der fiel da nur hier ja der kommt und gucken wie cool ich aussehe okay jetzt sieht so fresh aus mit der maske der enttäuschung ist jetzt ein bester freund ja hat er mich um erlaubnis gefragt nein du warst nicht da dann haue ich dem gleich in die fresse nein doch warum wir müssen jetzt mal abchecken ob der das zeug dafür hat dein bester freund zu hören warum nicht weiß ich nicht er ist komisch ich bin auch komisch ja reicht eine komische person in meinem leben muss ja nicht mit dem reden okay ich frage den trotzdem gleich sachen okay komm wir gehen raus wir sind tanzen mila ich brauche dich ja können wir eine kleine werbekampagne mit dem machen mit mir ja was mache ich wir fahren mit dem bus mit dem van rum fahren an zwei drei orte du spielst einen track und gigi und ich tanzen da zu cool in unserem bürger kostümen ähm caro wandern warte mal warte mal warte mal wie viel wie viel zahlt der da drei tracks 15.000 okay ist doch unsere ist doch unsere abmachung wie immer war wie werden das ausgehandelt das ist mit dir passiert mein neuer bestes der kumpel kommt um zu gucken wie cool ich aussehe war schon den ganzen tag an die schlangen wir geben dir zehn minuten damit wir die strecke planen können okay okay easy so und hier dann gut dann kriege ich einmal 1 3 von dir bitte ja links dann karte wie weit mache ich zwei familien den chat auch oder war das nur meine rechnung das war beides ach so mach 2000 oder drei mach 10 ja dann 10.000 ich fahr mal fix zum krankenhaus okay wir müssen um 10 wieder am laden sein schaffen wir das vorher alles klar ja und guten kannst du auch mit ich wo ist denn der jaco weiß nicht komm wir tanzen weiter draußen und freut euch grinsen und wir haben auch noch taco masken und kfc masken ich muss ja auch nicht gesehen als ich da war schon cool auch die klamotten ganz schön schick so auch oberteile einige schicke sachen dabei so also falls ihr mal äh noch mehr lust über den wassack auf jeden Fall ist scheit wir sind noch hier aber wir fahren jetzt rum aber um 10 sind wir wieder hier die handel hier auch an ja meister was machen wir kommen ok bis dann tschüss tschüss dann ich fick mein telefon ich geh letztendlich ab und wir haben nicht mal geöffnet Junge warte ab die nummer ist doch gar nicht rum ich weiß gar nicht warum die alle nummern haben weißt du wie viel geld schon auf dem gefilmkonto ist fast 10 millionen ja ich weiß doch da haben doch leute letztes geld runter genommen hab ich in dem echt wer ja ist egal wie achso die klingu erlokos oder was ja ja dann ist gar egal ist egal aber ja sind ja geschäftspartner 20 millionen umsatz ist gesetzt pro monat ne ja locker easy hab ich beim fb angegeben hast du nur mehr kartons und bessere qualität dann müssen wir mit den dings kratschen achso wir müssen wir haben zwei lowrider gekauft und getunen die müssen wir abholen gehen schnell sonst kommt alle die holen hier in der mann äh bei underground pack dir ist muffin da naja der ist im krankenhaus bruder achso ich bin gerade mit cody unterwegs und mit mila die machen die so werbekampagne kurz so wo fahren wir hin ja wir müssen auf jeden vergleichen warum ist der in dem krankenhaus ja weil es ihm schlecht ging der ist mit dem motorrad hingeflogen oder so sieht doch keinem was ja es ist gleich mit mir es ist gleich mila du musst dann noch am ende nach jedem track einmal so sagen kauf burger bei codys burger beste burger oder sowas okay okay gut dann fahren wir würfelpark würfelpark da sind immer viele leute viele leute machst du style von uns oder wird schnitt style von uns natürlich das passt auch das passt ja am besten oh langsam 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 okay oh da sind wir also ich bin ready könnt sofort anfangen oh mein gott ja ich habe schon ausgemacht hallo vod pack doch einfach direkt davor genau dann stellt euch alle aufs auto und tanzt und mila mit und rappt cody ja ich glaube der hat einen kleinen die hose ist so sexy bohr wir haben nur ganz anderen stuff alter oh mein gott wartet ab da bin ich echt feuer und flamme für eine 400 dollar gehalt hat der kann regner 100 dollar mehr geben spinnt der wohl du hast einen koala gehauen warum der ist doch nur kurz da hinten hin gerannt ja das wird schon echt bestimmt tschüss senseless viel spaß auf arbeit ja aber das ist auch alles ap ne fotos machen seite präsentieren bla bla und dann drehen alle komplett glaube ich durch okay vod hat wieder sound erstmal ja guffi i'm sider wir wollten eigentlich bisschen werbedings machen am stopper aber der cody der ist eben kotzen nirgendwo äh sonst kannst du doch auch der cody hat doch auch die klamotten okay ich wart bei cody hast du die ja aber der cody fehlt da jetzt ne ein klein moment warte ich komme zu dir ja aber wartet der irgendwas besonderes noch dazu sagen weiß ich nicht soll ich zu euch ja wir warten mal eben fünf minuten ich wollte dir gerade angequatscht der will mich bestimmt fahren wegen klamotten soll ich dir irgendwas bestimmtes sagen ja dann schick alles zu jack der ist unsere arbeitsding soll ich die nummer weitergeben ja 8 15 ist unsere leitstelle okay danke okay tschüss hey weil können wir da hinten wohnen wo hm wo unser lager ist ne wir machen nur laden auf ja 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 aber ist er noch nicht noch nicht aber kommt zeit kommt grad findet ihr dass mein fuß komisch aussieht dann lass einfach fahren dann ruft cody an wenn er wieder im start ist ja ja ich fahr mal wieder zurück zum laden oder oi 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 ja ja dein fuß sieht nicht nur komisch aus der rieter komisch du riechst komisch also ein bisschen nach popcorn oder ja aber salziges popcorn gar nicht oi gar nicht nur gemein bist du warum bin ich gemein ja immer ja gar nicht mich lüge äh 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 so wo ist der jagt weiß ich nicht wo ist der jagt ja alles klar dann dank ich dir ja kein problem ja bis dann halt die ohren steif jeje du auch ja jo hat gefragt ob ich hier wohne wie ob sie hier wohnt der sucht den danju was will der vom danju der danju hat irgendwie fahrzeugpapiere von dem meint der ja 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 guck mal wie fresh ich ausseh fresh ich seh fisch aus 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 und dann taucht der hier mit vier typen auf oder was wie heißt denn der mani was für ein mani alter ja 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 ich keine ahnung wer das ist seh der stress ach ich seh fisch aus ich warte fertig haha was für fahrzeugpapiere sollen der haben irgendein pounder der dann hat ihm das geld dafür geliehen und er wird abbezahlen bei dem danju Ja. Und jetzt erreicht er den irgendwie nicht mehr. Ja, denn soll er dir das Geld geben? Ja, aber der braucht drinnen die Fahrzeugpapiere. Wo ist denn der Jack? Weißt du das? Keine Ahnung. Ich hab den nicht gesehen hier. Der Jury geht auch nicht mehr am Telefon. Ich ruf den jetzt wieder an. What are those? Die ist schon besser. Ja? Ja, bist du ein bisschen gestresst? Junge, ich bin jetzt bei den Hustern. Jetzt muss ich gleich wieder runterfahren, noch ein bisschen holen. Was machst du bei den? Äh... Ich hab meinen Sohn besucht. Was für den Sohn? Caesar, mein Sohn. Caesar Salad oder was? Ja, 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 ja. Haben die gerade bestellt. Bei Cody. Ne, die sprechen gerade über Bestellung, eigene Bestellung und so. Na, sag doch was. Ne, war ja noch nicht klar. Ist Muffin jetzt bei dir wieder? Ja, ich hab dir gesagt, muss ich meinen Schneider fragen, wegen eigener Sachen, weißt du? Dachte, ihr seid noch auf Promotour. Oh, Cody ruft an. Ne, aber jetzt wieder, weil Cody nämlich anruft. Ja. Okay, ich komm jetzt gleich runter und dann komm ich runter. Ähm, wir wussten nicht, wie lange du baust. Okay. Warte, ich sag schnell. Okay, bis gleich. Gleich. Boos. Moin. Was ist denn mit dir? Stimmt mit dir nicht, Alter. Hä, was ist denn? Auf dem Van, okay. Oh, der muss kranken. Was ist denn da? Mein Schokoriger, siehst du doch. Kann ich mal abbeißen? Ja. Danke schön. Der kommt nach vorne schon wieder, Alter. Ey, wir wollten mit auf Promotour. Gab doch freche Vieh. Langsam. Ey, wir kommen mit. Aber warte mal, wir haben nur einen Platz frei, oder? Oh, ja, ja, ja. Ich fahr mit einem Auto. Ich fahr mit Dings, Giffy, mit Komoda. Ey. Ah, gut. Wo ist denn der? War da Beatty gerade? Bin mir nicht sicher. Ich glaub schon. Das Auto ist schon geil hier, ne? Ruf dir mal an, sag, wir kommen gleich wieder. Wo hat denn der Crocs und so her, Alter? Vom Juri. Bietty, Meister. Wir kommen gleich wieder. Ja, okay, wir sind gleich wieder da, so 10 Minuten. Bis gleich. Er sagt dem dann mal mit dem Junjo, ne? Vielleicht kennt er den. Den Bietty? Mhm. Ja, sag ich dem, wenn ich wieder da bin. Oh, mein Gott. Jetzt gehen wir drüben packen. BOD hat wieder keinen Sound. Tschüss. Chat ist müde, ist immer da. ой, oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Will ich mal ein anderes Lied spielen? Boah, hier ist schon wieder die Hölle los. Ach du Scheiße, Junge. Genie ab. Ach du Kacke. Ja. Ja, hier ist voll. Ja. Alles mit Blaulicht hier. Ich glaube, die Cops sind nicht so gut zu sprechen drauf jetzt. Ich glaube, die haben ganz schön viel zu tun jetzt, oder? Ich glaube, die sind richtig abgefuckt, Jungs. Egal. Ich bin trotzdem im Auftritt reingezwängt. Ob die wollen oder nicht. Das ist der Style von uns. Machst du jetzt ein neues Lied oder wie das gleiche? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, das interessiert hier keinen. Ja. Keine Ahnung, überall. Erbefeld, ja, Mann. Ich glaube, die wissen auf dem Erbefeld nicht, man hat einen Burgerladen gibt. Wer ist Ned Centono, der uns die ganze Zeit folgt, Junge? Er ist voller Fanboy von OG Toasty. Der soll nicht den Komoda nehmen. Stimmt. Junge, die werden gleich den Herzinfarkt bekommen am Erbefeld. Echt? 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 Das ist aber echt voller Ohrwurm, ne? Oh mein Gott. Oh, oh, guck mal da. War das nicht der Taxifahrer? Der ist wieder auf Mission, Alter. Keine Ahnung. ... Ihr seid super dumm zum Ideen sammeln. Geht da vorne ab, Alter. Was ist denn Abschlepper? ... Keine Ahnung. Ja, so kann man auch ein Auto abschleppen. Schaf, das wäre deine Karre, Junge. Ja, so kann man auch ein Auto abschleppen. Ja, so kann man auch ein Auto abschleppen. Ich glaube, hier ist keiner. Junge, aber wo sind die ganzen Menschen? Was ist denn hier los? Sind die Erdbeeren abgeflückt? Ja, da wartet doch U-Life schon, ne? Ja. Ja. Oder die wurden gerade alle überfallen und sind deshalb im Krankenhaus so viel los. Vielleicht haben die sich gefetzt mit einer Gang. Ja, klar. Willst du da arbeiten? Damit du Klamotten klauen kannst. Willst du? Ja, damit du Klamotten klauen kannst, ne? Haha. Mhm. Okay. Geht nicht. Wir haben den Laden noch nicht. In deinem Hochbett. Ich bin ein Schmimm-Kitabett. Ai, 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 ai. Kitabett, Junge. Du hast so ein Holzgitterbett, Junge. Die Holzstäbe sind schon fast durchgekaut. Hebt die Mama dich da noch rein? Abends? Hahaha. 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 Das trägt die Mama dich raus. Hahaha. Hahaha. Du holst es auf, wenn deine Nuki nicht da drin liegt? Hahaha. Hahaha. Jogi, Alter. Hahaha. 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 Oh, yeah, 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 yeah. BT. Oh, my God. Junge, hier stimmt was ganz gewaltig nicht, Alter. Hier stimmt was ganz gewaltig nicht. Was geht denn hier ab, Junge? Junge, was geht hier ab? Junge, was geht hier ab? Was ist hier los mit dem? Hier war vorhin so ein Typ, der hat dir einen Dungeon gesucht. Manni hieß, wie hieß der? Manni oder so. Irgendwann wegen einem Pounder. Junge, was ist denn hier los, Alter? Wer ist denn der Typ da mit der Sonnenbrille hinten am Kopf? Da vorne, der. Wo hat denn die Sonnenbrille her? Ist das denn die Hadi oder was? Wo hat der die her? Okay. Hättest du jetzt nichts, hätte ich ihn abgeknallt, ne? Ich schwöre bei Gott. Ich schwöre, ich hatte ihn sofort umgepumpt. Junge, ich will auch ne Actionfigur, Alter. Ah, was, Junge. Tagsam. Gewerb. Nix. Mit Strikos. Welche? Von der Bombe der Hoodies oder was? Bäh. Gie nix. Hast du Geld? Ja. Dafür kriegst du Schnurriemen. Dafür kriegst du ein paar LED-Schuhe. Da musst du Jagd fragen. Ich glaub, 104 wie... Ist ausverkauft? Schon weg. Ja. Die, ne, die auch Brian hat eine andere. Oh. Boah, zum Glück hat VOD die ganze Zeit ausgab. Fuck. Na, Juri. Ja, wir sind bei Cody, so was soll ich herkommen? Okay. Wie ist die Hölle los? Bis gleich. 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 Balla, Gänsehaut. Äh, noch eine. Äh. 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 Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke für das Motorrad. Das hat wahrscheinlich selber geklaut, der Penner. Das ist das Ding gefahren. Das hat einen Unfall hier bei uns. Das hat einen Unfall. Das hat mal Klenderns vorgelesen. Danke für den Prime im 35. Ich glaube, der ist gegen das Ding gescheppert. Und Eis, danke schön für den Prime im 18. Dass ich dich auch vergessen habe, Bruder. Was geht? 1, 2, 1. Eris, bist du da? Wo ist der Cody? Junge. Eris? Muffin. Ach, du brennst ein blindes Schaolin, Junge, Alter. Oh, fuck. Wo ist dein Stock? Der ist der Typ von LOL. Der ist Sin Liebe, der wieder heißt. Ja, Lee Sin ist das. Lee Sin, Junge. Der ist Jungle, Junge. Schlaune Actionfigur, Alter. Schlaune Actionfigur. Gibt es hier schon nur Actionfiguren? Nee, hier in der Schlange. Fuck. Machen wir das jetzt? Fuck, Mann. Junge. Hallo? Ich muss langsam gehen und Kopf in mir nix, sonst sehe ich nichts. Geh jetzt. Kette. Ja? Du wolltest doch mit dem reden. Mit wem? Das. Na, mit Enttäuschern. Ja. Sammelst du die Figuren? Keine Ahnung, jetzt haben wir. Wollen wir die zusammen sammeln? Ja, aber du kannst das machen. Weil ich krieg doch gratis eine. Ja, dann gib mir deine. Wie? Ey, du. Ich? Dein Motorrad wurde grad geklaut von so einem Typen. Ähm, ja, hab ich gemerkt. Ich sehne, meins hab ich geklaut. Ach so. Kann er haben. Und das ist dein bester Freund jetzt, Mila? Ja. Hat der überhaupt was drauf? Außer Zahnbelag. Salaamu alaikum. Alaikum salam. Mach mal Mund, mach mal A. Ganz kurz. Ja, guck. Dann beweis mal, wie krass du drauf bist und besorg mal ne Actionfigur von diesem Monat. Zeig mal, ob du drauf hast. Ähm. Vorher quatscht mich nie wieder an. Wenn du das schaffst, hast du einen Respekt. Aber du hast ihn angebracht. Dann bist du Teil der Crew, Teil des Schiffs, Junge. Dann gehörst du zum Junkiepark. Dann kannst du auch von rechtsburschen. Oh. Wir haben stramme Brüder und stramme Schwestern. Eischka. Ich weiß nicht, morgen hast du deine Figur. Oder wir flicken doch. Wir flicken. Aber den Fahrrad greifen. Wo ist der Jack? Wie kostet der Domatel? Äh, 100. 100? Dann gibt's auch, das ist hier vieler und dann gibt's auch nur einen rot-blauen. Hast du denn dabei? Na, hä? Hä? Wie, da bespare ich nix bei? Ist alles in der Kastung, Junge. Ey, ich will das kaufen. Ja, ruft da 8.15 an. Der hat seine Leitstelle. Geht keiner ran. Das ist nicht nur nach 15. Mach alles rein, Brüder. Ja, ja. Nee. 8.15. Geht keiner ran. Gut, versteht. Gut, versteht. Ja, war. Ey, es ist nur, Brüder, was geht. Ja, Brüder. Guck mal, das ist dein Brüder. Ich sag's dir. Den kenn ich doch, Hase. Das ist Sabu, Brüder. Ich kenne es auf meine Asie. Ey, Junge. Habibi, ja, ja, ja. Du bist ja bei mir unter Vertrag. Ich will keinen Fall. Was ist hier los, Alter? Ich hab nur so viele Menschen gesehen. Was? Wo hast denn du deine Crocs, Herr Beatty? Mach dat net. Sehr perfekt. Ja, dat ist ja. Ich bin ein Stier. Jugo, du kannst dir das nicht mal vernünftig binden, Alter. Gib mal her, das Dingin. Gib mal. Oh nein, ich hab Angst. Oh nein, ich hab Angst. Siehst du? Can't you see? La, Hilfe, wo bin ich? Ich bin nicht. Hilfe. Komm mal auf. Brüder, wie oft hab ich sie versprochen? Das bin Dana, ich will das einmal aufhaben, bitte. Ich schuld das irgendwie nicht mit der Stimme, so, ne? Es handiert nicht, Brüder. Ey, Brüder, wie oft hab ich nicht angerufen und gesagt, ich komm mal vorbei? Wenn ich anders will. Brüder, wo bin ich gekommen? Keine Einziges Mal. Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Du, mir leid, Brüder, ich küsse den Ernst. Du bist richtig ein Dämon, Alter. Ey, Jabba, dein Zwilling, Brüder. Einfach Jabba in Schwart. Ey, das ist wirklich... Ey, ich sag gar nicht, dass es Jabba ist. Wo denn, Mann? Hier vorne, Brüder. Assalamu alaikum, Cousin, Brüder. Ey, du bist Jabba sein Zwilling, kennst du den? Alla brak, man ist BT, nicht Jabba. Jabba Sahud. Wir sind hier nicht in den Star Wars-Pommessungen. Kurji Zani, Kurji Zani. Kurde manji Zani, Habibi. Ja, Mann. Man kommt gerade aus Zimbabwe. Lack BT. Der kommt aus Zimbabwe, Juge. Der pusht immer von rechts und macht Mauer. Der hat sich so viele Kanaken, Digga. Latif, Latif. Latif, mach ich. Ey, Brüder, woher diese Bauchtasche, Brüder? Ich brauch die auch gern. Türkei, Brüder, Murat. Brüder, Babala-Kostanzug und so auch? Ja, Brüder, Brüder, oh mein Gott, Seiten auf Null, Brüder, Babala-Kostanzug. Wie bist denn du hier durch den Zoll gekommen, Junge? Was? Was, Brüder? Ich habe mich direkt nach Langwürfen gefragt. Brüder, ich bin schon seit einem Jahr hier auf dem Start, ja? Ja, Brüder. Na, da war Zoll noch nicht so schreckend, glaube ich. Nein, auf den, ja? Verstehe, verstehe. Kann man noch nicht kaufen, Bauchtasche. Na, kann man noch nicht kaufen, nein, Mann. Aber korrekte Oddpicks kannst du kaufen. Bei Baum-Headshot. Brüder, Brüder, gib mal, gibt's hier diese Lüge-Tasche, ey, Brüder. Willkommen bei Kodys. Oh, Leute, ich hätte nicht mehr, ich hätte... Ich kann nicht ihn weiterhelfen. Ich will diesen Burger haben, ne? Ja, ich... Der Burger ist echt geil. Der killt einfach alles. Brüder, ich hab meine Burger fertig überhaupt... Ey, Brüder, mach mal Platz hier, ich dann. Gibt's noch Dings, Actionfiguren, Giffy? Ne. Ich verkaufe Actionfiguren. Hast du eh nicht, Junge. Aber nur in Mengen. Ja, 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 ja. Doch, wirklich? Ich glaub, der lügt, ne? 5000. Ich mach gleich hier keiner Drive-In, Junge. Mach gleich Drive-By. Müssen wir alle wegrennen, wir auf Storyline, denk dran. Was ist denn jetzt los hier? Was war das denn? Der muss sich da mal entschuldigen, sonst hätte ich dich geholt, weil er mich gehauen hat. Ich habe geschobst. Hast du die Actionfiguren besorgt? Wolltest du die jetzt? Mhm. Das schaffe ich nicht jetzt. Oh, der hat Kippe angemacht, ich würde die jetzt holen. Wat für'n Lutscher, Junge. Das ist so fein Mann. Brauchst du hier im Laden? Ja, ich rauch doch gar nicht. Das war Fingernagelknipser. Gute Frage, BC, Alter. Ey, ich will auch eine. Ist er ausverkauft schon? Ich weiß nicht. Ich muss kurz auf Mike warten, der ist grad zur Apotheke was liefern. Ich weiß nicht, wie viele Minüsse er schon verkauft hat, aber deswegen mach ich jetzt erstmal kurz Pause. Ja, Muffin. Ja, da kann ich meine Maske wieder haben. Müsst ihr mal kurz eben warten, bis er gleich wieder da ist. Ja, ja, kein Problem. Dann musst du wieder meditieren, Junge. Dann musst du wieder den Drip fehlern. Danke schön. Junges A. Ja. Bist du wieder unter der gelben Flagge oder was? Ja, ja. Wo ist denn der Ritzmann? Äh, der ist Penn. Da muss man uns so raus. Und wo ist der Jack schon wieder, Alter? Der kommt da gerade, glaub ich. Der steht da draußen. Der ist einfach blind. Der ist einfach blind. Was denn? Ey, Lysin. Der merkt nix. Hallo, Lysin. War der Grob im Nacken? Was? Ich brauche Hilfe auf Botlane. Nix, ich hab nur gesagt, dass du Binde Kuh spielst. Und wo ist der Juri? Der wollte auch noch herkommen. Da kommt doch der Jack. Da kommt doch der Juri. Du bist weh. Das ist, wenn man von Teufel spricht. Aua. Au. Au. Ich hab gefragt, wo ist der Jack und wo ist der Juri? Da wollte auch herkommen. Der Hebel nicht. Ja, hier. Hier ist die Post los. Geht ab, Juri. Das ist der Wahnsinn, was wir abgeht. Da war nur ein Test. Der Jack, hast du sowas auch in blau-orange? So ein Hoodie? Welche Hoodie? Gib mal bitte. Geht nicht geben, Bruder. Lack, ich bin original Hoover. Ich darf das tragen. Hab ich gar nicht dabei. Häschig. Äh, von Matan ist nicht schwer. Gibt es noch Actions für Wursch? Ich liebe den, ne? Ich würd so gerne mit dem so... Ja, was gibt's noch? Diguren heißt das. Ich hab leider schon abgegeben, ne? Ein paar Kartons sind da. Die Qualität ist echt miese, Brise. Ein paar Kartons sind nicht angekommen. Ich hab schon alles gezeigt. Ach so. Ja, heute morgen schon. Okay. Direkt 9 Uhr. Direkt 9 Uhr. Ist grad Action los gewesen. So, dann hätte ich... Vor der Tür auf jeden Fall. Ja, ja, hab ich mitbekommen, wo ich angekommen bin. Da war da bisschen Action. Dann hat Cody seine Werbedinger da. Giffy macht schon Werbung. Ja, hi. Dann ist da unten am Flughafen so ein Autohandel vom Kiez. Oh, keine geilste Name. Stadtpark, alter Krankenhaus. Full Action. Ja, das war große Bevölkerung. Sagt er auf dem Weg herüber. Keine Ahnung. Ja, grad war auch einer. Das ist der Typ so gegen so eine Mauer gecrashed an der Brücke, Junge. Egal. Kann trotzdem weiterfahren. Ich glaub, der ist tot. Er lag Gehirn. Sicher? Sag, warum schreit der so rum? Wer? Wer? Boah. Wer schreit rum? Der Typ mit dem pinken T-Shirt. Warte mal. Wie heißt der Enttäuschung, ne? Was ist Enttäuschung? Wie heißt Enttäuschung? Milan, entweder. Habt ihr halt schon bei Cody's gegessen? Cody's Burgers? Haben wir. Au revoir, bitte. Schwimmer. Au revoir. Ey, Junges. Hm? Wo ist das Gürkchen? Welche Gürke? Ja, die Pfeil. Ach so, die ist nur in der Buh. Was geriert sie hier? Hä? Halbe Tag geparkt hier raus. Die, 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 die Tür klemmt gerade noch. Du musst warten. Habt ihr zu wenig rückeln oder was? Ich bin mal kurz besser. Ja, ja, genau. Ich muss ja kurz das dokumentieren. Ja, das war der Liebchen. Bandana. Was ist mein Discord? Nur Stress-Chat. Immer Stress. Äh... B-b-b-bach hell Oh, die ist angezogen. Naja, ich muss das, guck mal, bei den Klamotten, ich erklär euch das mal, die Custom-Klamotten, zum Beispiel wie EOP, die Westen von den Cops und so, man hat ja bei GTA hier diese Grafik-Dings, Texturen, die Texturqualität und für die normalen Standard-GTA-Klamotten kann man die Texturqualität halt auf Normalstellen hoch, sehr hoch, bla bla bla, aber die Texturen von den Custom-Klamotten, die haben teilweise 2K, 4K oder sogar 8K-Texturen. Und wenn da zu viele auf einem Fleck sind, wie bei den Bomb-Hoodies jetzt oder wie beim PD, wenn die Cops damit unterwegs sind, dann führt das zu absoluten Lex-Works und das muss sich dokumentieren und das muss gefixt werden, das heißt, ich habe wieder Arbeit zu tun, mit einem Muffin. Und was am Rand erwähnt. Aber wir mussten aufhören, weil die... Da rennt er raus. Was? Ja, da war gerade der Amboss. Merci. Jo, danke, danke. Habt ihr noch Action-Figuren? Ja, meines immer noch was liefern. Alter, geil. Weiß nicht. Da stehen aber dann auch Ronny und der andere Typ noch an. Also eine maximal, wenn ihr euch da anstellt. Kriegen Mitarbeiter nicht eher einer? Mitarbeiter kriegen eine. Gut, dann klaue ich die vom Giffy. Jo, wie kriege ich die Bauchtasche? Kaufen, Bruder, aber wird noch nicht verkauft. Echt nicht? Ne, ne. Ich hier. Musst du den Typ Dings da fahren mit der blauen Jacke? Ja. Mit der blauen Jacke. Oder ruf einfach Jack. Da krieg ich aufs Maul, oder? Ne, ne. Digi, ich ruf mal kurz beim LKB. Ne, der verkauft den nicht, aber der handhabt das so mit dem Verkaufen. Ah, hast du noch kein Gewerbe, oder? Doch, das haben wir schon, aber wir müssen da nur ein paar Sachen dran nähen und so. Okay, okay. Wir machen nur Werbung gerade damit. Ansonsten immer ULive-App. Wer kauft überhaupt schon, oder? Ne, gerade nicht. Oh Mann, Alter. Okay, weiß ich Bescheid. Wo kann man euch denn finden, wenn es soweit ist? Auf ULive-App entweder oder dann Leitstelle anrufen. Das ist 8 Rufs in die Nummer. Sauber. Kennst du ULive-App, ja, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, wir haben zwar eine Woche hier, aber... Geh durch. Aber teuer, ne? Ja. Warte, ich kann mal umziehen. Als Selfmade. Ach, die Shirts auch, was du gerne hast. Ja, ja, alles. Ja, ja, Alter. Hosen auch? Ja. Die, die ich jetzt dann habe, zum Beispiel, Sega Jeans. Und so in den Shop bekommt, ja? What? Hm? Ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Deine Stimme hat gekratzt, Bruder. Oh, äh, ich sagte, alles das, was man denn, was wir hier im Urban Shop da bekommen, so was, macht ihr auch Hose, Schuhe, T-Shirts, Schüte. Ja, aber nur andere Sachen halt, ne? Nicht von der Stange. Ja, das war nicht, ja, aber... Also wir haben auch Sachen, zum Beispiel die Schuhe, die ich jetzt anhabe, sind von der Stange, so. Äh, ja. Sind für irgendwelche Partyleute. Ich meine, dass ihr das Sortiment auch anbietet, so Hose, Schuhe... Ne, das von den Suburms nicht. Nein. Nein, ich meine, ob ihr Schuhe, Hose... Ja, ja, alles, alles. Oh, Bruder, jetzt nicht, Alter. Bist du schon dran? Oh, ich verstehe kein Wort, Bruder. Äh, dicke Luft, ja. Oh, mein Gott. Ja, gewann, aber was geht denn los? Oh. Oh, ich verstehe. Oh, mein Gott. Ach, nöööööööö. Bitte nicht, Mann. Hallo? Das fängt wieder an. Hallo? Ach, fick mein Leben. Oh, man. Hallo? Okay. Ich hab immer Pech, ja? Immer. Ja, Bruder. Hallo, hallo, hallo. Junge, fickt doch mein Leben, Alter. Hey, Bruder? Muffin. Hallo, Bruder. Hallo? Hallo, hallo? Funk doch einfach. Warum bin ich so frohlich? Hallo? Ah, hi, Muffin. Wann stehst du hier? Ja. Ich hab schon wieder richtig Bock gerade, oder? Ja, ich auch. Ich hab übel Bock. Deshalb steh ich jetzt so hier im Fatigue bisschen Weed. Gib her. Ich hab nix. Hm. Hm. Der merkt aber schon, dass der rückwärts fahren kann und woanders lang fahren kann, ne? Dass die Leute keinen Platz machen. Wär zu einfach. Hallo? 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 Hast du mich... Hast du mich vergessen? Nein, ich steh draußen. Das ist schon wieder ganz dicke Luft. Ganz dicke Luft. Warte mal. Jemand hat gepupst. Wie? Wie? Wir sind draußen. Am Parkplatz. Komm her. Komm in sie, komm in sie. Äh? Hallo? 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 Hi. Hast du grad A-lol gesagt? Ja. A-lol? Ja. Was denn? Der sieht aus wie ne Ü mit ne Essay, Alter. Und der steht da und sagt A-lol. 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 Roffel. Le Mau. Aschisch. 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 Guck mal, das ist der Bademeister da vorne, ne? Wo? Der guckt immer an wie der aussieht da. Das sind die Typen von Zimbabwe. Ähm. Kennst du die? Da flieg ich auch gleich wieder hin. Aber kennst du die? Die Typen von Zimbabwe? Ja. Die Typen mit denen wir grad gesprochen haben, wo der gesagt hat, Jo, du siehst aus wie sein Bruder Fat Joe oder so. Nö. In Zimbaki war das. Keine Ahnung, ich hab gar nicht zugehört. Hä, wo wir draußen standen? Ja, die haben irgendwann gesagt, dass ich irgendwie aussieht wie irgendjemand, aber ich hab nicht zugehört. Hä? Ey, koste nur ne Buh. Weg hier. Fregel. Wo hast du denn schon wieder die Crocs, der Junge? Die hol ich mir ja alles. Er schlägt den einfach. Er schlägt den einfach. Er schlägt den einfach nicht. Ich hab so Bock da einfach jetzt rein zu prügeln. Warum? Ach so. Ich hab lange nicht mehr geschlagen auf dieser Insel. Oh, wie die, Alter. Small. Was denn? Lass es sein, Junge. Bei Urlaub hab ich oft geschlagen. Ja, dann geh Urlaub machen und schlag da an. Bitte Bopfe. Wo hast du denn das Halsding her? Hab ich getauscht. Gegen was? Hä? Ich will auch leuchten. Sag ich dir, aber dann darfst du das nicht weiter erzählen, ne? Ja, sag. Die Enttäuschung von Mila kam zu mir, weil ich ja ne Actionfigur krieg nach Landschloss. Hat er gefragt, ob ich ihm die leihen kann bis morgen. Und morgen holt er mir ne neue. Ach so. Und da kommt er. Giffy? Ja? Komm her, wenn du dein Fließfach haben willst. Okay. So, wir deine Enttäuschung mal ausbilden, weil der rinnt dir schon wieder irgendwie ganz komisch rum. Jetzt? Ja. Okay. Der rinnt hier rum, als wüsst du denn nicht, wo der wohnt. Der weiß ja nicht. Ich ruf den mal an. Einfach mexikanischer Li-Sinn, Junge. Ich fass es nicht. Ah lol. Willst du mit uns kommen? Wir bilden nicht aus. Mach mal High Kick. Wir machen... Pass auf, da hinten ist gewartet. Wir machen die G-Style-Transformation mit dir. Damit kannst du aber nicht leben. Pass auf. Huah! Okay, der ist dabei. Du kannst mich nicht treffen. Du willst mich schlagen, aber du kannst nicht. Stell dich dazu, das ist der Anfang. Du musst im Keil stehen. Ja, mag ich. Gehst du pennen oder was? Ja. Mach es gut, ne? Wie? Voll verändert. Wegt euch. Wie bellen wir den jetzt aus? Nexion 1 im Keil stehen. Im Keil stehen erstmal, ja. Ja. Okay. Das habe ich vermisst. Und wie mache ich mich? Gut. Ich kann schon nicht mehr. Ja, fühle ich. Ich werde schon ganz nervös. Gehst du pennen oder was? Ja, fühlst du das kribbeln? Ja, ja, ich muss pennen. Ja, und kickt. Ja, wir haben ja alles aufgelobt, ne? Was machen müssen. Ja. Ich werde das nicht. Ich hoffe, du hast Liste gemacht. Ja. Muffin. Ja. Ja, Muffin hat gemacht mit Armband-Dings um den Kopf. Um den Augen. Okay. Hey, hey, hey. Sag dir was. Bald bist du so weit, dann nehmen wir dich mit rein und gehen Konsum spielen. Gib dir mal das blinke Ding wieder. Wie? Oh, ja. Das gehen wir machen. Ja. Okay, komm her. Du ziehst den dann ab, Alter. Ich kenn dich. Ich zieh dem das nicht ab. Das ist fun, bis ich meine Figur wieder kriege. Ja, wir haben einen Deal. Hey, du darfst ihm das nicht sagen. Achso. Vergess, was ich gesagt habe. Vergess, was wir gesagt haben. Ich blitzpickst dich. Vergess, was die gesagt haben. Okay. Woher kennst du das eigentlich? Wen kenn ich? Was meinst du? Na. Oh. Woher kennst du das mit Heidi Groot, Heidi Schiffs? Ich? Ja. Lange nicht, du kommst rüber wie eine Pätze. Ja, aber mein bester Freund und ich machen das auch immer. Ja, dann hat der auch Flucht durch Karibik geguckt. Oh. Wie heißt denn dein bester Freund? Wir hatten das. Ich dachte, Mila ist dein bester Freund. Ich bin auch meine beste Freundin. Ich bin auch meine beste Freundin. Ich hätte auch dein bester Freund. Aber ich würde auch meine beste Freunde sein für die Hose. Ich habe nur einen Muffin. Ja, ja. Und dann kriegst du die Hose und dann bist du im Urlaub, Junge. Geh nix. Geh nix. Hey, ich habe auch erst seit kurzem meinen besten Freund kennengelernt. Ja, und wir kennen schon so lange. Halt dein Maul. Ich habe jetzt drei beste Freunde. Drei ganze? Erdnuss, Pinky und Lina. Wie kann das sein, dass jemand wie du mehrere besteste Freunde hat wie ich? Guck mich an. Stimmt, du bist voll der Superstar. Ich bin Superstar. Auf der Seite. So. Was ein bisschen Blitz, Sings? Vielleicht ist das auch mein Proof. Boah, ich hasse den. Du wirst du gar nicht. Du wirst du nicht. Mir lässt du dein Meta voraussehen. Du wachst dich. Ich weiß das. Ja, schick. Dankeschön. Eine Ursache, Mr. Burger. Ich finde das an mir schick. Mr. Burger. Weißt du, was ich gern kriege? Wolltest du nicht vor dem Laden stehen, gefühl? Das ist egal, hauptsache ich mach Werbung. Codys, geh zu Codys essen. Bob's Burgers. Nein, Codys Burgers. Probier mal meine Augenbrauen, Beatty. Das ist eine Pommes. Geile Pommes. Aber hat mein Chef gemalt ohne Augenbrauen. Der hat die verloren. Stimmt, hat der die wiedergefunden? Aber hast du die vielleicht gesehen? Ja. Aber vielleicht nimmst du Pommes. Ja. Pommes mach ich auch voll gern. Ich auch. Beim Burgermann sehen die auch gut aus. Danke. China, pass auf. Die sahen ungefähr so aus. Gleich mal. Das ist jetzt ein altes Bild von ihm, was ich gemalt habe, als ihm die Haare abgebrannt sind. Boah, ich glaube... Die vom Laden müssen wir noch machen. Boah, ich glaube, vielleicht habe ich sie doch gesehen. Ja, man, lass mal lieber im Kreis vom Laden gehen, dann kriegt er wenigstens Geld. Ja, genau. Ich nehme den Ronny im Park auf, Bruder. Der kann wahrscheinlich auch brettern. Und wie ist er dem Urlaub, Beatty? Ja, ja. Freut mich, da auf der Stelle zu stehen. Ja? Ja. Boah, jetzt ist es wieder angenehm hier. Ich. Was ich? Können wir hier Kreis machen. Verdienen wir für wenigstens Geld. Ja. Hast du mir la... Cool. Ja? Dein Cash kriege ich nachher für den Auftritt. Und Hummel, danke schön für den WeSup im 33. Monat. Wunderbar. Und Sentinel, danke für den Prime im 26. Und die Hanrocks, danke für den Prime im 32. Ich bin reich. Ich bin reich. Was geht? Großer. Und Aze, danke für den WeSup im 8. Und LPO Project, danke schön für den WeSup im 4. Was geht nix, Bruder? Kreis der P. So, Curtis, nehmt dir noch Aufträge an? In 32. Vom LST, wegen Klamotten. Was nehmen wir an? Hier, für den LST, Arbeiterklamotten. Ach, kann mich ja mal an. Tauschen gegen Kommoda. Was für Arbeiterklamotten? Es gibt doch die Stange nur so Overworlds. Weiß ich nicht, ob ihr das macht, hat er gefragt. Achso, mit Logo hinten drauf oder was? Da ist der Dings drin, der Inhaber. Von LST. Ja? Das kann, wenn ja, dann dauert das aber über 1000 Jahre. Ja, das ist halt so, ne? LST, was ist LST? Ja, aber wo ist das? Mitten in der Stadt, Nordseite. Ach, da beim Gewerbeamt. Ja, Alter. Alter, noch nie, Alter. Sind dann die Idioten, die mal die Dinger da verstehen mit Autos? Glaub nicht mehr. Ja, das Autohaus, alles in einer Farbe, irgendwie. Ja, man kann sich anhören, was der haben will, aber... Ja, ich schick den einfach kurz zu euch, ne? Jo. Wie viel du sollst tanzen? Vorhin hätte ich getanzt, aber hast du gesagt... Ja, hast du Pommes Augenbrauen, Alter? Ja, hab ich doch vorhin schon gesagt. Boah, das fällt mir jetzt erst auf, ja. Ich hab doch gesagt, du sollst mal kosten. Sieht richtig aus wie ein richtiger Sir Max, Alter. Achso? Ein richtiger Vorfall. Bei Muffin hörst du die ganze Zeit nur alle fünf Minuten, was? Hä? Ah, lol. Ah, lol. Wollen wir Verstecken spielen? Ja. Ja, such mich. Äh, nee. Ich will diesmal nicht zählen. Okay, du versteck dich, Milan. Wir suchen dich. Okay. Aber nur ein Park. Nur ein Park. Fünf. Ja, okay, ich kann aufhören mit zehn. Okay. Er sucht dir jetzt. Und Enttäuschung geht die Suche. Ich will die Suche. Enttäuschung und ich Suche. Ich will die Suche. Ja, aber wann? Dann kann der Muffin mit dem Typen erquatschen. Ja, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich steh dir bei Seite, Muffin. Warum, du bist der Schneiderlehrling, Junge? Hi, hi. Geht ab. Oder? Hi. Hallo. Mit wem kann ich reden? Mit dem Blinden. Mit dem Blinden. Mit Lissin. Boah. Okay. Hi. Ich bin Kevin vom LSC. Hallo, kurz. Ich bin mir vor, wie ein kleines Kind. Ich bin mein Kind. Äh, mir geht's gut, Nick, schuf dir auch hoch. Habt ihr die gefunden? Was? Die. Was macht ihr denn, Alter? Schon. Er zieht mich. Komm, wir müssen die Mila suchen. Ja, wir suchen doch. Komm, schneller. Ja, du bist auch ganz schön schwer. Du musst mir Hinweis geben. Ähm, Beatty hat mich schon einmal gefunden. Hä? Aber jetzt bin ich neu versteckt. Okay, dann gib mir Hinweis. Ähm, Piep. Siehst du mich? Ähm, nee. Piep. Wie alt bist du? Hä? Wie alt bist du? Das geht dich im feuchten Foto an. Du bist aber nicht in der Halle. Ich sehe dich. Du siehst mich. Aufra行. Es geht um zu meiden. Oh, fuck! Weiß nicht Du hast nicht gut genug gesucht Siehst du mich noch? Ja Dann bist du bestimmt auf dem Dach Nein Das ist doch dumm Billen auf kein Dach Du brauchst gar nicht da oben gucken Dann bist du bestimmt da vorne im Gebüsch Ich fände dich nicht, keine Ahnung Jawohl Du bist halt vorbeigelaufen Ich bin schon vorbeigelaufen Ja Jetzt schon wieder Halt's Maul Wo? Wo? Ah Ich hab dich Gar nicht Doch hier ist das Ach augenslos Was machen wir? Wir spielen Verstecken Ja Hab dich Ich hab die gefunden Wir haben Wir haben Wir haben Deinen Hinweis gefunden Den du auf Toilette hinterlassen hast Milla Ich war erst auf Toilette Er war noch frisch Ja Ja der war ganz frisch noch Die Pinsel hat kleinen Finger reingesteckt Ja In den Fuß? In die Kaka Ja Er war kein Kaka Doch Er war Kaka Nee das war ich Das war nicht Milla Ich hab da vorhin einen weggedrückt Der war noch warm Der war warm Ja ja Aber feste Stuhlgang Bruder Ich war nicht Du mal versteckst wieder hinterm Rücken Lina Milla Lina Nicht wieder die Zigarette hinterm Rücken verstecken Nein ich hab nur Fingerlage abgeknipst Schöre Ich hab dich in ein Auge drin Was hast du denn für Probleme Junge? Komm mir ist dir in den Mund geflogen Hat es dir in den Mund geflogen? Entweder eine Mücke oder ein Fußnagel oder Fingernagel Fingernagel war das Das war meine Koksschippe Abs Was ist denn? Aber ich weiß nicht Mein Hals wurde weh Lass mal anfangen mit Apatazani Mal gucken wie schnell sich das verbreitet Ich geb uns zwei Tage Bieter hast du noch ein Mikrofon bei? Ja sicher Mach mal Apatazani Junge Ja ja ich muss kurz das Mikrofon anmachen Das ist eine Batterie Milla Batterien dabei Apatazani Apatazani Danke Jetzt müsste man nur wissen was das bedeutet Alter Genau wie bei Weißt du auch keiner was das bedeutet Also ich weiß wie er zustande gekommen ist Das erinnert mich an Blue und Red Kennt ihr das? Ja Kennst du Latif Haschich? Nein Blue noch Ich kenn Blue und Red Ich kenn Haschich Das ist ein Frosch Ja Haschich oder nicht Haschich? Haschich Wie heißt der? Was hast du gesagt? Haschich Nein wie du den genannt hast Haschich Dann bist du ab heute Haschich Ich bin Pinsel Pinsel Du bist ein Teich Wie heißt denn der Typ jetzt alter? Ich hab den vorhin auf dem Highway gesehen Das ist Ronny Ronny Ja Ja Okay dann nennen wir den jetzt im Ghetto AirDoc 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 Mit O-Doc-Möpfel Ich hab mich auf dem Highway gesehen Da hat mich Jimmy erschreckt Ja aber wir sind vorhin an dir vorbeigefahren Da bist du auf dem Highway rumgelaufen Ich hab mit den Kinder gezeigt Aber ich hab unten gehalten damit du nicht siehst Musst du nicht Werbung machen? Ich mach doch hier Werbung Ja super Lass mal wieder vom Laden ein bisschen Umgebung wechseln im Kreis So wechseln wir eigentlich mal den Kreis Ja Mann Alter Weil Mila angefangen hat mit Verstecken spielen deshalb Ey der Jacke hat irgendwas erzählt von Lowrider gekauft ne? Wer weiß davon was? Ja hallo Wo? Der hier Welcher? Boah du läufst ja als wärst du Hacke Ich muss langsam gehen Die zwei hier Ja Halt dich doch beim Russel fest Um die vorm Shop zu stellen um Fotos zu machen Achso Der Saboturbo auch Aber wir haben dann Saboturbo V-Akbi-Turbo Jetzt fehlt eigentlich nur noch Demba mit Dumba Äh Madjang Dankeschön für Luis am fünften Body Bob Marley Cip keep everybody Ti angel Oh Noch nennt den ich schon wieder Bidi ti angel font Oh horas Ist kein verd salut für 2 Ich hole den nachher Bidi ti angel Adiós 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 Da voll Wir haben doch ein saboturbo Bidi ti angel Und dann die Tommel Da war auch Halloween Den hab ich geschenkt bekommen am ersten Tag Bidi ti angel Und dann die Tommel Adiós 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 Bidi ti angel Und dann die Tomme Wie die Tie-Angel Und dann bin ich ganz unsicher Wer lebt noch? Der Kusch Ich will die Tie-Angel Ich will die Tie-Angel Oh Junge Ja Ja, aber der zockt andere Sachen Oh Gott Was hast du? Ich kann mich direkt dran gewöhnen Ja Wunderschön Das ist halt auch so schief Jigge dem Miggi aus dem Wigger-Clan Bisschen mit dem Auto Entschuldigung Hi girls Kannst du mich da Kannst du Siehst du mich eigentlich Durch das Bandana Wenn ich meinen Kopf im Nacken stecke Ja, dann sehe ich dich Das habe ich aber noch nie gemacht Nice Ach, ihr macht gleich schon wieder zu, ne Irgendwie Schnellpaket Viel Spaß Immer bei Codys essen kommen Codys beste Land der Welt Ist doch Jiggy oder nicht? Nein Nein, es war nicht Jiggy Ey Junge, geh vom Koffer rum weg, Alter Ja Nur geguckt Dann ist schon, ähm Jetzt ist ein Brett Hau dem ruhig in die Fresse Hau denn Was? Flossen hoch Hallo Flossen hoch Nicht so hoch, du weißt wie hoch Ich kann den Dür Hinterm Kopf Hilf jetzt Hinterm Kopf, Junge Ja, pack die Flossen hin Ich trau dir nicht Ist das ein Überfall Ich habe nichts genommen Ich rufe die Bullen Ich bin Zeiger Ich bin Zeiger Hacksam, Junkie Park Hier ist ein Überfall, Hilfe Hau nicht genommen Ich bin Zeiger Ich glaub dir mal Ich geh rein Ich geh rein Ich hab wirklich nichts genommen Ich hab nur geguckt Ronny, du wurdest Wurdest, äh Hops genommen, weil du Autos durchsucht hast Ich glaub dir einen Scheiß-Trick dafür Mach doch Freestyle-Battle gegeneinander Freestyle-Battle? Was? Hops genommen Hops genommen Ja, Paulus Ist ja immer noch dabei Ist ja immer noch dabei Was ist hier wieder los? Ne, Paulus immer noch schlecht Hey, ich hab einen Witz gehört Wollt ihr den hören? Warte Was tut ein angeschossener Drip? Arschloch Arschloch Warum wir futzen jetzt nicht? Bye Have a beautiful time Oh App klappt schon mal Woher der Sprache cooler? Wann dann Chalchen, du den willst? Bye, have a great time Das war ein Drip, der da weggefahren ist Deswegen hab ich den gesagt Und wie war die Pointe? Wer steckt da unter der Hamburger Hamburger Das sag ich nicht Das ist Geheimnis Ich bin Burgerman Ich bin Burgerman Ich hab leider die Vorstellung verpasst Vorhin am Würfelpark Ich bin Retter der Schwachen Und das ist Porzellan Stell dir vor, du kriegst eine Kopfnuss von denen Ach Dann bricht der Porzellan, richtig Okay Ich hab gedacht, das bricht nicht Aus was besteht Porzellan eigentlich? Aus Porzellan? Aus Toilette Aus Toilette Also ich muss ja schon sagen Ich find die Tasche von der Dame ganz cool Oh, dankeschön Sag mal, gabst du immer eine Leute an? Ich würd mich nicht aushauen Ich bin ein Star Der drückliche vom Park hier Ein Burglistar Ja, ich hab leider die Verpasst Sag mal, bist du Elsa? Oh, das ist schade Nein Ja, wäre ich schade Doch, du bist Elsa Nein, bin ich nicht Das ist ein Autogramm Oh Gott, Martin, was hast du mit dem Typ gerade besprochen? Dass du mir erstmal eine Aufstellung fertig machen soll Was ich überhaupt haben möchte Nein, nein, nein Niemals Nein, das hast du nicht gesagt Warst du so frech zum Kevin? Doch, du bist Elsa Das hat sich aber ganz anders umgehört Warst du so frech zum Kevin vom LSC? Ich weiß ja, du älter bist Jetzt erkenne ich So kann ich mir das irgendwo abheften Wollen wir vielleicht auch noch ein Gespräch in der Gruppe anfangen, Mila? Wollen wir auch noch ein Gespräch in der Gruppe anfangen? Ja, aber warum nicht, ne? Dann haben wir drei Gespräche am Laufen Ja, aber warum nicht, ne? Also das können wir gerne machen können Was hast du heute gegessen? Oh, ich hab heutzutage gegessen Mein Fuß Ja, ich hab heutzutage Ja, ich hab heutzutage Ja, man Voll geil Fisch ist voll eklig Deine Füße sind Fisch Fleisch Fleisch ist eklig Meine Füße sind wie heiße Kartoffeln An diesem Tisch wird nicht gelogen Deine Füße haben Pilze Unqualm Tönschi Oha Gehen jetzt hier ab, Junge Ich ruf die Polizei Ich fange schon mal an, Buch zu schreiben, Alter Wie, hat die dich jetzt einfach gefesselt, oder was? Ja, weil der frech ist Achso, dann fesselt man einfach jemanden Aber wenn ich frech Ja, hands down Das macht man nicht Da gab's keine Vorwarnung, sag mal Hier, ich mach mit spitzen Fingernagel mach ich ab Danke Du bist der beste Burger Man Dankeschön Als Security hat man immer Klabelbinder dabei Burger Man Was für ne Security? Security Security Security, sag mal, weißt du wo du hier stehst, Sama? Hä? Was hat der da? Hä? Hä? Kennst du Dunjo? Das ist was für dich, Sama Ich kenn den Der hat nen Vogel im Rucksack, oder? Der hat nen Vogel, Kopf Dunjo Kasui Der hat keine Sicherung wie der Hase Weil der Hase ist auch auf der Pumpe, ne? Guter Kollege von meinem Unternehmer Wir haben doch vom Hase die Knarre in der Halle, ne? Hast du die schonmal gesehen, BT? Ja, sicher Guck mal, um die Ecke schießen kann die Die hat nen Knarre an nen Boomerang gebastelt, Junge Du musst doch die Brille zur Knarre finden Du musst doch die Brille zur Knarre finden Dann kann ich auch so gut sehen wie der Hase Durch die Wände und so Der lacht einfach, obwohl er keine Ahnung hat er Ben gestalpert Mensch, Ronny, wieso schwankst du denn so? Damit du was schon gaffen hast Ist das deine Freundin, Ronny? Nicht Das verstehe ich jetzt nicht, hier passt doch voll gut zusammen Guck mal die Krähenfüße Ey, ihr habt doch grad Was ich nenne, das schiebt sich Genau Ja Ben, sie magst du Größe 46 nicht bei ihr? Ich hab nen Freund Nein Und wo ist dein Freund? Ich mag Superbook Dein Freund ist jetzt nicht hier, aber der Pinsel ist da Der Pinsel ist immer da Ja Eigentlich traurig Der heißt nicht Pinsel, der heißt O-Dog Der heißt Enttäuschung White King Kong Motherfucker Kenner's Cringe Ich bin ein Pinsel gewesen Aber innerlich eine Frau Schon vor Geburt her Ach, aber innerlich eine Frau? Ja Schon vor Geburt her spürte ich mit meinem Pammel Das war ein V Ja Arbeitest du gerade? Dann machst du einen Fehler Komm mal her Oh wei Oh, ich brauch's schon Cody, ist ein Fahrrad hier von dir? Oh Mhm Cody? Ja? Das blaue Ich bin schon lange nicht mehr gefahren Danke Zeig mal deine fäsche Hose Doweit Pack Re-Point Danke Re-Point Dankeschön Na ja, ich hab euch Kreis theo DH versprochen Wo habe ich denn noch drauf? Ich bin schon lange nicht mehr gefahren. Alles, was ich? Aua! Ich habe das Wort. Oah, das hat zu so gut. Ey, was machen wir? Lass mal was machen. Geht irgendwo was ab? Nicht mal Erdbeerfeld gibt was ab. Was ist denn heute? Montag, ne? Ja, Bruder, als Arbeitsloser weiß er das nicht. Du warst nicht mit genug. Ich geh mit meinem kurzen Schmerztabletten auf. Oh, da ist schon wieder irgendwo eine Verfolgungsjagd. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Wow, Max, vielen lieben Dank für 10 Gifte Zaps, Mann. Dankeschön, Brudi. Dankeschön. Genau, macht die Eule-Chat und bedankt euch. Wie? Was ist hier los? Danke. Boah, ich hab mich auch gewundert. Na, wo kommt das jetzt so von nachher? Gucken, was hier abgeht. Ja, ich hab paar Sounds geändert. Mach ich immer mal wieder. Schaut hier. Groove Street Home. Wie lange haben wir hier verbracht, Alter, an der Hessling Tankstelle? Wie lange alles? Na, ich hab nix gegen die Tanke. Das bleibt für immer mein Zuhause. Bronco, das ist, wenn man eine Schmerzablette nimmt. Weil jedes Mal, wenn das aufblinkt, kriegst du quasi einen Heel-Tick. Jetzt wurde ich wieder geheilt. Ich weiß nicht. Ne, nicht die Jungs vom Junkie-Park. Nate und so. Die machen die Growth of the Bowie. Ich weiß gar nicht, ob der Enkel und so dabei ist. Keine Ahnung. Oh mein Gott! Oh, Bruder! 20 giftet vom Max wieder. 30 insgesamt. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen, Bruder? Geh nix. Doch, danke. Oh, ich glaube, der Harry ist da. Tagzeit! Hallo! Hallo! Was hast du denn für ein Problem, Junge? Oh, der Harry! Grüßen Sie sich daher. Ey, jetzt hier, mein Freund. Wie viele Finger siehst du? Same, Junge, same. Ja. Ich will gucken, ob du clever bist. Wie viele Finger siehst du? Vier. Alle. Was geht ab, Harry? Aber die anderen Finger sieht man doch auch. Hatte Hunger. Und zu Hause war nix mehr. Das macht die Mediziner-Karriere. Die läuft. Die spritzen habe ich bei. Aber wenn du da so fresh bist, warum bewirbst du dich nicht hier im Krankenhaus? Du bist doch so schlau. Ja, weil das Krankenhaus hier ist scheiße. Warum? Große Wartezeiten. Ja, und? Ist doch in jedem Krankenhaus so. Nee. Wo ist denn der Burgerman? In meinem Krankenhaus nicht. Der ist mit Cody und mit Beatty losgefahren. Why? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wer sind die? Yo. Yo, yo. Milla, ich habe übrigens das Geld von unserem Wetteinsatz eingezahlt. Ich habe übrigens das Geld von unserem Wetteinsatz eingezahlt und ich habe gesehen, wir können nicht 50-50 machen, weil ich habe nicht genug. Bisschen spät, na? Mal auf die Uhr gucken. Ja, wie? Ja, das ist so wenig. Wenn ich 50-50 mache, bin ich im Minus. Ja, Chat, gib mal Liebe. Gib mal Allgemeinliebe. Komm, wir machen mal so richtig Oldschool-mäßig Kekoschloff in den Chatboys. Du bist ein Superstar. Du verdienst doch genug Geld. Ich bin Harry. Die tue ich auch aber trotzdem. Nein. Ach, komm. Der Dicke Peanut hat uns eh schon in Ruinen getrieben. Der hat mich immer aufs falsche Fert gesetzt lassen. Der Frechtax. Chat, da kriegen wir aber besser hin. Oh, jetzt kommen die Green Bears jetzt. Mehr Kekoschloff. Mehr Kekoschloff. Boah. Was ist denn das? Das A-Team? Enttäuschung. Wer das? Hallo. Ich hätte es jetzt gefühlt, wenn ihr mit A-Team Musik angekommen wärt. Sieht aus wie eine zweite Enttäuschung. Das hat gepasst. Ich sage es ehrlich. Amigos. Arbeitet einer von euch hier. Ich nicht spreche mit Mexicano. Kannst du mit dem Messer im Mexicano eintrechen? Hey, sombrero. Ja. Arbeitest du hier? Ey. Warum nicht? Alle weg. No. Doch. Ich brauche noch einen Foodtruck. Ich brauche noch einen Foodtruck. Ich bin in Zwischenzeit... Warte, ich ruf den Besitzer rein. Jemand hat 5.000 Dollar würfeln? Ich bin arm, ich brauche jeden Cent. Nein, da kommt noch ein Gespräch. No. Ja? Hier sind, glaube ich, Großkunden für einen Foodtruck vom Laden. Okay. Ja, wir kommen gleich wieder. Ich muss gerade Abrechnungen machen, aber eigentlich haben wir zu... Wie lange? Zwei Minuten. Alles klar. Drei Minuten. Wir warten nur auf Küffi. Ja, ja. Alles klar. Alles klar. Bis gleich. Zwei, drei Minuten ist der Chef da. Muchas gracias. Ja, du kriegst gleich. Ja, ja. Alles klar, Bruder. Warum beginnt niemand würfeln? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos, vamos. Oh, danke. Oh, die stehen ja voll. Voll gute Leuchteschuhe. Danke, aber meine Schuhe leuchten nicht. Hallo, warum steht der hier und wird nicht ausgeraubt? Wie viel Finger halte ich hoch? Ja, du hast Licht. Gib mal deine Schuhe. Das war ein Bad. Junge, ich bin gerade rückwärts umgeklebt. Oh, du hattest auch Leuchteschuhe. Ja. Oh, toll. Hi. Vielleicht mal, warum habt ihr Leuchteschuhe? Ja. Ja. Das wirst du wohl gerne? Ja, eigentlich nicht. Kann man ihm weiterhelfen? Oh. Ich hab nur Essen getauscht. Ach so. Getauscht. Ja. Hast du die eigentliche Schuhe von der Witte genommen? Nee, ich habe ihm nichts gegeben. Ich sehe dich zwar nicht, ja. Aber ich rieche, du bist ein schlimmer Finger. Ja. Ja, ich lieb deinen Harry Potter Umhang auch. Oh. Wo habt ihr die Schuhe her? Mir kannst du verladen, hat bestimmt meine Cousine gebaut. Wir verkaufen die. Echt? Ja. Ist teuer. Ist sehr teuer, oder? Die sind nicht so teuer. Nee. Ja, okay. Das heißt teuer, ne? Kann der auch RGB, kann der mit schneller laufen? Ja, ja. Boah. Damit fährt der PC auch schneller hoch. Grüße von Hightech. Oh, Mila, gib mir einen Pinsel, Gassi. Fein. Mila, achte auch darauf, dass der groß macht, ne? Nicht, dass der wieder nachher eine Bude reinkackert. Ja. Klickt man da 3%? Oh, jetzt leicht. Ähm. Wo kann man kaufen? Bei uns, aber noch nicht. Ah, noch nicht. Wir haben noch den Laden nicht offen. What the fuck? Sag mal, du Artloch. Oh. Du Artloch. Oh. Oh. Alter. Sorry. Ey, setz dich gleich auf wie ein Ente, du. Fatzke. Ja, hab ich ein neues Wort gelernt heute. Knall den ab. Tut mir leid, aber ich bin jetzt hier in der Crew aufgenommen. Geh nix bist du. Gib dem ruhig eine Bombe dafür. Alter, der hat deine Schrottscheibe zerprügelt. Sag mal, Marta, wieder heile. Nein. Ja, gib dem. Stich den ab. Nicht mich bedrohen. Tut mir leid. Ich bin ein Reparatur. Ja, dann Marta. Kann doch nicht einfach... Ach, Konfu-Kick. Jetzt weiß ich, wer das ist. Der rennt sonst weg. Ich würde hinterher gehen. Oh je, das ist ein großer Schaden. Oh ne. Das Auto oder der Typ? Alles. Der Pinsel. Oh. Oh je, das kickt man nicht mehr hin. Kann man gleich verschotten lassen. Oh je, oh je. Oh nein, mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh je. Oh nein. Oh nein. Oh ne, das kam gleich in die Schottfässer. Ja, Pinsel, das musst du zahlen. Ja, warte, komm, wir tauschen nun mal. Boah, das würde mich ja belasten. Oh je, oh je. Der gibt dir eh die falsche. Ja, er ist der Uhr schicken. Ich würde den abstechen. Blase, blase gar nicht versuchen. Da links die Typen, die wollen irgendwie einen Foodtruck oder so. Ja. 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 Ja, zu unseren Öffnungszeiten von neun bis elf liefern wir auch aus, so. Okay, nice. Äh, wie läuft das? Ihr ruft an, sagt was ihr zu essen haben wollt, wir bringen das vorbei, ihr bezahlt. Ne, der meint so ein Truck. Achso. Äh, ja gut, dann sucht ihr euch fünfzehn Sachen aus, die bei uns auf der Speisekarte stehen. Die Speisekarte ist bei you live. Ja, richtig gut gemacht. Du kannst nicht einfach die Windschutzscheibe von dem eintreten. Doch, ich hab gesagt, er soll das machen. Ja, sie hat das gesagt. Aber das wird ja zu den Trianen oder so gehört. Warum komm ich jetzt in Vegas? Äh. Warte, warte, warte. Wenn der dich absticht, ich helfe dir nicht. Der ist ja cool geworden, aber irgendwie auch komisch. Auze. Verpiss dich, sonst knallt's. Labert ihr. Also ich würd mir da nicht gefallen lassen, dass der dem die Windschutzscheibe im vereintritt. Ich würd nur viel vorweg boxen. Hau den ruhig weg, der gehört nicht zu uns hier. Komm, wir boxen. Hä, was macht ihr? Ich falle gleich um. Was ist mein Auto nur? Warum macht ihr so Stress? Ey, wir machen gar nichts. Sag mal, steht da bitte draufschlagen oder was? Soll ich auf einmal ein Messer nähern, Junge? Der hat dann angelassen. Kannst klauen. Grüße. Grüße. Ui. Ui. Hör doch mal zu. Hör doch mal zu. Hör doch mal, ob dein Auto abgeschossen ist. Sein Geiselnahm. Harry, warum haust du gegen seine Karre? Hab ich nicht. Hä, hab ich doch gesehen, stammt daneben, Junge. Nein. Du hast ja nicht gesehen. Ich zieh dir die Ohren lang. Nur ein Ratslöffel. Jogi, ihr macht nur Welle hier, ne? Ich hab die Delle überprüft, ob die wirklich echte. Ja, macht keine Welle vom Laden, Alter. Die Kunden kommen sonst nicht mehr. Meinst du die Warmausbrüder? Ne, der Typ dahinter uns, der Zeitung. Der hat eh nix geholt. Der hat einen scheiß... Wahrscheinlich wollte der aber was holen, bis sie angefangen habt in die Windschutzscheibe einzutreten. Nee, der vertickt seine Nudeln. Was will der? Der vertickt seine Nudeln. Weißt du, der tut dir einen falschen Torfohlen dealen. Ach, kommt der von dem Sushi-Ding, ne? Weiß nicht. Der macht gerade den Laden hier. Ja, der will abwerben. Komm, hol dir einen Bolzenschneider. Wir schneiden die Finger ab. Kriegt wieder nix. Klaas. Anrufen. Okay. Lonnie? 4, 6, 7. Lonnie Loops. Ja? 0, 6, 7. Ey, die müssen jedem auf den Sack gehen, Alter. Toxic Vibes. Dankeschön für den Prime 6. Brody. Machen die! Rufst du schon an? Meinst du, da warst du aber sparsam beim Bestellen der Karre? Du hast ja nur die Grundausstattung. Da ist ja gar nix drin. Und was? Vor allem der Muffin, der LP-Anfänger, Alter. Guck dir das an. Schraub den Auspuff ab. Okay. Das ist genau so. Der kommt. Der kriegt da nicht mehr mit. Nein, Laden hier. Scheiß Laden hier. Yo, ey, die haben dir den Auspuff locker geschraubt. Ich werde damit nicht jetzt losbrettern. Das ist nicht euer Ernst. Der Typ mit dem Sambrano. Der Typ mit dem Sambrano. Ich hab doch nix gemacht. Warum lässt ihr den Mann nicht in Ruhe, Mann? Der eine tritt ihm die Windschutzscheibe an, der andere klaut den Auspuff. Aber die hat gesagt, wir sollen... Ey, kennst du Master Wii? Nein. Das ist auch Sensei. Das ist der Bruder von Master Tai. Da ist kein Spielverderber. Ja, ja, ja. Der ältere Master Tai? Ja, ja. Oh, Gott. Der ist Karate-Profi. Der ist der Bruder von Tomat. Boah, wenn das so weitergeht, gehe ich den Curtis in die Schüssel. Der Pan! Ui! In die Schüssel. Ja, bestimmt meine Familie. Okay. Willst du jetzt fahren ohne Auspuff? Ja. Muffin, den nimmt man das Ding wieder fest, dahinten. Ich warte jetzt. Ja, ich geh bald zehn Sekunden. Der Pan! Oh, hi, oh. Ich hab... Ich hab nix gemacht. Der Pan, Tomat! Komm landen jetzt. Ich hab gar nix gemacht. Mal Outpuff wieder landen. Aber ich find's gut, dass er seinen Acht nicht fahren muss. Wie soll er denn wegfahren, Alter? Ey, der kann doch ganz normal wegfahren. Boah, willst du überhaupt wissen, was ich gemacht habe? Hast du's gesehen, oder was? Ey, ich stand daneben, Alter. Willst du mich fahren? Ja, sie stand ist daneben. Ich bin jetzt in Auspuff. Alter, wenn du mich jetzt zwingst vom Fahrrad abzusteigen, dann fick ich dich zurück in anderen Dimensionen. Kann man eh nix sehen. Ey, kommt runter. Da wirst du dann her sehen, Alter. Kommt runter. Wo ist jetzt alles okay da, oder was? Na klar. So viel Winky. Tomat. Nein, verpitt dich. Tomat. Der Mann. Der Mann. Der Mann. You live. Nein, halt Maul. Was hast du gesagt, Kollege? Junge, Alter. Jürgen, der will nur Burger fressen, Alter. Auf jeden Fall, sonst zieht du Papier. Ich will den ganzen Maul, Junge. Nix Burger, Alter. Was hat der da für ein Problem? Jo. 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 So stinkt's. Scheiß Kabel. Hallo, Neko. Der Junge, der fährt immer noch weg. Ah, geiles Kreis-RP. Ja, klar komm ich doch, aber das ist ein Kabel im Weg. Geht nur bei geraden Texturen. Oh mein Gott, nein. Au, au. Ah, je, je. Nichts passiert gegen alles in die Väste. Oh, morgen wieder Dings-Zeitungsartikel. Hast du großes Auer? Na, das fand ich so gut funktioniert, oder was? Ich bin hingefloh, hingefloh, gefrisse, Alter. Ja, andere Zeit, andere Orte, ich könnte dir helfen. Komm mal, du kannst direkt mit Giffy, der muss auch ins Krankenhaus. Warum? Weil ich dich geschlagen habe. Spuck dir hier für die Wahl, ich spuck dir einfach in die Wunde. Hier, Giffy, der muss auch ins Krankenhaus. Ja komm, wir fahren. Laberste, Junge, ich muss nicht ins Krankenhaus. Abo. Das vergeht. Das war nicht mal ein halber Meter, Alter. Du wirst Mila. Schlafen gegangen. Okay. Was machen? Was machen? Kreisverlagern. Gucken, wo was geht. Wollen wir da hinten zu den Rockern sagen, zieh die Kutter aus, ihr Wichser? Nein, Mann. Hä, warum geht die Penn und sagt nix? Hat sie doch zu uns. Hat sie, ja, du bist Fahrrad gefahren. Was sind denn die, Alter? Was hat denn los? Ich hab jetzt nicht auf die Kutter geguckt. Der Pan! Fragte Cody, ich glaube, die haben Nummern getauscht. Äh, mittlerweile ist es halt auf dem Server drauf. Easy. Ich will mehr auf den Träger. Der Pan! Ja, wo geht denn hier was, wenn was gehen sollte? Keine Ahnung. Erdbeerfeld hab ich gehört, ist gut. Nein, war das vorhin schon nix. Wir müssen fliegen nach Zimbabwe, ne? Ging ja nix. Ja, hau rein. Komm, wir sind viele Leute, wir können mit einem Auto rumfahren. Ich muss mir auch schön ein Kühlpack abholen gehen. Ja, dann komm. Was ist das hier für ne Karre? Warum stehen hier so viele Loulos? Die wurden gekauft. Die Hack hat irgendwelche gekauft. Götis, wo ist mein Fahrrad? Ja, das liegt hier. Da. Ich bin ihm gefallen. Toll. Kann sein, dass Kette raus ist. Ich würde den Basketball holen da oben. Gibt's den überhaupt in deiner Größe? Ey, Giffi, hast du schon eine Actionfigur bekommen? Mhm. Summer? Krieg ich die wieder? Ja. Warte. Hier. Oha! Warte rein, wir sehen uns. Schick, ne? Hast du schon die von April gesehen? Nee. Guck hier. Hast du bei? Ui. Wollen wir uns gemeinsam in Schleswache öffnen und die zusammen sammeln? Ich glaube, ich habe eins. Bin mir nicht sicher. Wir können eins kaufen für Actionfiguren sammeln. Harry, was macht die Liebe? Alter, Jude. Muss bald wieder in eine Cringe gehen. Er ist auch mal im Krankenhaus, man hat. Ja. Er ist vorne. Warte, ich muss jemand raus holen hier. Warte, ich muss auch machen, ich bin zu dick. Sonst sind wir wieder auf. Was habe ich hier für eine... Achso. Oh, die Actionfiguren haben jetzt ein Icon. Mein Gott. Beste Karre, Mann. Mit dem Mut musst du aber auch aufpassen, dass du nicht in der Tür hängen bleibst. Ja, Mann, ich würde den mal abziehen beim Autofall. So kurz tanken. Was ist denn, wo ist denn der Juri jetzt eigentlich drin? Der wollte doch weiße Crocs besorgen. Ich pisse schnell gegen Möhrer mal hier. Ja. Was geht ab, Nanko? Und hallo, Leon der Profi. Also, wo war der Juri? Weiß nicht. Der wollte mir noch weiße Crocs besorgen. Ich habe weiße Möhrerings-Crocs bei. Echt? Ja, ich leite dir die aus, wenn du dich verlierst. Ich sollte die eigentlich nicht verlieren. Wohin denn? Keine Ahnung, vielleicht bist du ja abgezogen oder so. Von wem denn? Weiß ich doch nicht. Ich habe dir sogar bei. Geil. Das sind du für Schuhe. Du Scheiße, Alter. Scheiß Sneakers. Die stinken auch. Ich habe schon Kessefuß. Ja. Danke. Wenn ich verliere, ist mein Kopf kürzer. Okay. Ui. Kann ich auch noch Hose tauschen. Upsi. Hast du eine Medizinerhose an, Alter? Nö. Eine Anzugshose. Okay. Glimm. Na, schlimm. Wollte ins Restaurant gehen mit Glimmhosen ein bisschen Fleisch essen. Ja. Am Tisch. Wo wollten wir jetzt hin? Äh, einen Kühlakku hin und drinnen fahren. Ich wollte die Karma hier tun, Alter. Du solltest die Kühlakku hin und drinnen fahren. Okay. Weiß nicht. Aber wir brauchen ein Ersatzauto. Ich glaube, die sieht voll fresh aus mit Bodykit. Äh, mach doch. Ist denn noch nicht getunt? Ja, keine Ahnung wo, Alter, von denen. Ja, die ist gewerkt, oder? Na Gott, gibt's noch, oder? Der Schwabbel hat sonst immer getunt hier. Ich habe auf jeden Fall keinen Viersitzer-Schlüssel mehr. Ich habe nur die Pounders. Unterschlagen und die Retro. Da ist immer die Kinderbärse. Da ist er. Da kennt's nicht auch ne Werkstatt? Wie viel kennst du ne Werkstatt? Ach, wir lassen wir einfach zu den Yardis. Wir wollten zum Krankenhaus, ne? Lass erst zum Krankenhaus, dann scheiß drauf. Ich kann mir noch nie über Kofen nachschnauschen. Ich kann dir auch einen geben. Super. Nein. Ich will die gratis haben. Okay. Brauch, ich jetzt den Bock da drauf, da hinzugehen, Alter. Also, ich muss mich nicht behandeln lassen. Ich gehe nur schnell rein, fahre an den Kühler gucken. Eieiei. Ja, falls es hier immer so gut funktioniert mit Schnellkühler-Hakku, wenn ich hier schon mir die ganzen Karren sehe. Was ist hier? Ich bin nur im Treffen vor dem Medic-Hakku. Ui. Okay, ich versuche mein Glück. Komm mit. Boah, mach die scheiß Türen zu, bitte. Ich bin doch Monk, Junge. Okay. Du feierst dein Leben aber auch, ne? Ja. Hau rein, da sind sie. Hä, wo ist die jetzt hin? Wo sind die hin? Ähm. Neviensort. Auf den Notfallkontakt stehen sie drauf? Äh, weiß nicht. Werden wir sehen. Ich gebe Ihnen mal meinen Ausweis. Das sieht einfach so aus, als hätte es den Durchblick, Junge. Hä? Das sieht aus wie ein Kumpel von mir. Bisschen. Wie so ein richtiger Shorty. Warte mal, wir sind jetzt aus dem Auto draußen, ne? Was? So, hier ist eins. Dann folgen sie mir mal, ja? Irgendwann kriegst ein Brett dafür. Ich lass nur da. So, an. Warte mal, eben. Ähm. Schwer, Schott, der sieht aus wie dein Charakter wegen dem Bart und so. Ich will übrigens Gehaltserhöhung. Das ist zu viel Stress. Das ist zu viel Stress. Ja, ja. Das ist einfach blind, Alter. Äh? Gehen wir zu dem Arzt und sagen, ich habe Probleme, ich sehe nichts mehr. Bitte. Komm, wir gehen nach hinten, ist zu denen in der Ecke. Und sagen, hilf, hilf, ich sehe nichts mehr. Hallo? Hi. Tag, Tag. Entschuldigung? Ja? Ich habe ein Problem. Ich sehe nichts mehr. Na, ist nicht, Jody. Was hast du gem... Oh, nein. Irgendwie kann mein Freund nichts mehr sehen, der ist ja blind. Kein Problem, Moment, ich meine, dass man... So... Oh, oh. Ich sehe wieder was. Wunderheiler. Oha. Jetzt muss ich das Tuch abnehmen. Ja, ja. Bist du fertig. Okay. Oha. Let's go. Oha. Ich sehe wieder... Was ist mit... Was ist mit... Was ist mit... Oha. Dann hat der noch vor den Augen und geht zum Arzt und sagt, ich habe Probleme, ich sehe nichts mehr. Hey. Der Pinsel ist richtiger MVP. Wo ist denn der überhaupt? Hinten in der Behandlung. In der Behandlung. Wir sind reingekommen und hat er sofort zum Arzt gesagt, dass wir zu dem gehören. Und der uns mitbehandeln soll. Dann hat der uns direkt reingenommen und wir mussten nicht warten. Oh Gott. Der ist Freund. Boah, die Karre ist Baba, Alter. Welch oben? Da ist die Karre vom Vater, Junge. Da steht Ink drauf. Ink Ink, Alter. Ink Ink. Zu welcher Schwerkstatt können wir fahren? Lass mal bei den Yardis gucken. Halt, fehlt jetzt hier nicht nur einer? Er kommt doch. Ja, mach die Scheibe wieder kaputt. Du bist so ein Düssel, dass du nie die Geduld haben kannst. 5 Minuten, 20 Minuten. Ich hasse euch wie die Pest so sehr. Ich hasse euch so sehr, Alter, dafür. Bleibt mir mit Händen die Jams aus. Warum das schon wieder mehr zahlt? Weil die alle das macht den Scheiß immer. Meine Scheibe ist ganz. Ach, fiegt dich doch, Harry. Okay. Oh, Menschen. Ich muss sagen, der Nack gefällt mir von dem Auto. Ja, man, blow das Beste. Oder keine Ahnung, wie viel ich denkst. Duft gerät sie. Achte ich nicht drauf. Hier rechts ist auch eine Werkstatt. Ja, aber die ist doch für Kacke, Alter. Reparieren die nicht nur? Keine Ahnung. Was willst du überhaupt machen? Bodycats gucken. Sei bloß vorsichtig. Arbeitet hier überhaupt noch irgendeiner? Der muss ja beim Box-Event wurde ein Losfallverkauf verschenkt. Erst platziert oder so hat Tuning geschenkt bekommen. Und nicht die Kac-Nummer hier. Das bin ich. Ja, wollte ich gerade sagen. Abaun. A... A... mir gefangen die dem immer nur hinterher echt sie hoffen dass sie einen größeren tank haben das sieht auch leer aus das sieht auch ziemlich zu aus wo ist noch eine die frage jetzt war nicht irgendwas von hier der kerlzweck lsc bei uns ja lsc gibt es ja auch noch ein ausstimmt wir sollen gleich 50 prozent billiger machen ja stimmt wir kriegen ja keine prozente ja ihr wollt ja irgendwann mal von uns was haben dann wollen wir gleich schon mal ein paar abhörter geld dann wollen wir schon mehr geld über die klamotten mit ja oh weil koko weil das war knapp seid ihr denn schon im öffentlichen verkauf nein bisschen werbeding machen war da ist jemand da ist doch der kevin 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 ja sag mal türen zu karren ja wir wollen hier bis zu den komodo ein bisschen schöner machen wenn er teile dafür habt immer durch die schlüsse gehen muss ich rein fahren verreise die klamotten typen übrigens nicht das witz das habe ich schon gesehen links neben der kielkabine einmal stellen links alles klar hat er gesehen hat er gesehen die früster und kevin gehen raus boah die farbe geht schon gut ab um ehrlich zu sein weiß ich gar nicht wen das auto gehört ne ich glaube der tante ich glaube nicht doch ich glaube schon wanted ja boah Junge du hast jetzt halt nochmal ein schild gelesen ja dann gehört dem her wanted oder was ja wow ihr seid echt die einzige werkstatt die heute auf hat ernsthaft keine Ahnung mehr wir sind mal rum gefahren weil ich hab keine ahnung mehr ich hab bock auf bodykits und so wenn ihr sowas habt also das komodo geht dann mal soweit alle teile da das ist gut habt ihr leihfahrzeuge ja gut wollt ihr einmal den schlüssel jo boah den muss ich jetzt erstmal suchen alles gut ich kenne den fluch ja da haben wir ihn schon und magst du mir einmal dein personalaus was geben mal zeigen hast du gesehen kevin ja hab ich ich bin nur gleichzeitig noch in der datenbank deswegen bin ich in dem moment immer ein bisschen still achso multitasking farblich soll er so bleiben ja ja farbe soll so bleiben aber ein bisschen ist ja schon was dran gemacht sind ja aber das sind standard felgen ne also ich will mal in der bodykits gucken vielleicht spoiler und ein paar felgen aber du willst den größten spoiler drauf haben vermutlich ne ja guck mal was wir haben oder was ihr da habt alles die lippen und verschiedene varianten endenschwanz lass das jetzt kommen wir zum rennspoiler da gibt es ja möglichkeiten sekundär oder in carbon wie heißt der nochmal der renn achso okay rennspoiler rennspoiler oder halt der geht ja das ist absolut hässlich boah voll geil also von solcher spoiler ist nur der oder gar kein spoiler man ja wir nehmen gar keinen hast du eine leichte lippe hinten dran ja ja die passt doch aber serie ist ohne spoiler naja lass doch die lippe dran spoiler sehen wir hässlich aus bei dem schon der hintere vorderstuhlstangen wollt ihr die auch angucken oder ja ja komplett warte mal front bitte piu piu mhm erstmal wieder auf serie verlängender splitter im primär sekundär oder in carbon möglich dann der straßensplitter wie dasselbe halt im primär sekundär oder in carbon oder der angenietete strafensplitter oder der angenietete rennsplitter im primär boah nehmen wir den den gibt es nur im primär sekundär oder carbon wie was sagt ihr carbon oder das passt mit dem grill ja wir machen alles carbon auf die seiten und hinten dann ja die seite dir auch in carbon ganz normal ist carbon carbon und strafe carbon und renn carbon sport carbon wettkampf oder carbon lippe das nehmert die lippe hat sie tut aus was geht ab man einmal nach hinten boah boah äh carbon und serien mit flossen oder carbon mit strafen und flossen boah mehr gibt es nicht bitte mehr gibt es da nicht ich habe nur zwei möglichkeiten für carbon denn das andere ja die hast du auspuff auf ja oder gibt es da bestimmt so ein case hat ovale auspuffe abgerundete doppel geteilte ovale oder eckige doppel ja aber ich weiß noch nicht welche gerade drauf war die waren drauf ja die runden waren drauf die runden die doppelten ja die sind schon die besten ja ein paar felgen noch motorhaube wollt ihr so lassen ah zeig mal halt standard straße doppel einlass die hatten wir drauf ansatz stutzen und einlass höchstleistung boah ich würde straße nehmen sieht am besten aus finde ich bin ich raus mach ich sie da alles doch straße das sieht er am besten aber nehmen wir die straße noch möglichkeiten wollt ihr an den reifen Spritzschutz haben ne ist mir egal die sind nicht so die Spritzer ne mach nein ich verhüte immer bruder so das Dach mit Turbulatoren machen Dachlufthutze das bringt 50 PS mehr eh nicht ne die finden sie den Chaser aus den wir die standard lassen dann kommen wir zu den Felgen also die Heiflüsse standard ne ja wir brauchen dicke Felgen soweit ich weiß sind das glaube ich sogar schon keine standardfelgen das sind die standard ah dann machen wir trotzdem andere Felgen die gehen wir auf den Sack immer die straße erst durch wenn ihr euch eine gefällt einfach mal stopp sagen ja viel zu viel Gummi aber Größe gehen halt die Felgen nicht mehr das sind halt schon die Größen teuer wird jetzt schwer war da eine dabei oder weniger ne ne guck mal weiter boah vielleicht irgendwas mit Schrift oder so Schrift war bei Strafen habt doch haben euch auch nicht wirklich welche gefallen weil da was hast du noch war ich ins Kreuz es geht ab OG Custom und Wunderlicks Dankeschön für den Prime im Elften und Blackbeast Dankeschön für den Ruister beim Zehnten High End war ja noch möglich großen Felgen hast du auch reine Chrom Felgen also alle wo ich gezeigt habe wären auch ein Ding gewesen in Chrom möglich ok ok boah schwer die hatten wir ja drauf Tschüss Schwester Kusch gute Nacht jetzt Carbon Felgen ich glaube dann lassen wir die drauf gut drauf waren ja ja machen wir den so die Farbe sollte bleiben die bleibt die bleibt kostet Quanta ohne Rabatt sind wir bei 22 22.550 ich gebe euch 20 da sind wir bei 18.040 Dollar 20% Rabatt 20% Rabatt bekommen ja das war aber ein Schnicker Deal jo machen wir mit Karte jetzt sind aber die Standard Felgen ne die hatte ich nicht drauf jo ah die Augen die schmutzige Brille die schmutzige Brille ich würde den morgen abholen dann ohne Farbe oder wie lange dauert das dann hast du dir alles festgeklebt wie lange dauert das eine halbe Stunde bis ich fertig werde dann hol ich den nachher nur ab so 10 nach gib mir den Schlüssel jo guck mal schwangers dauert immer 2 Stunden hm der Lack fehlt was habt ihr denn für Leihautos äh normale schafft das nur V12? ne die ganz normalen draußen stehen die ne? ja auf der linken Seite dann bis gleich kannst du uns doch die Karre hier leihen das ist ein cool Fahrzeug stopp duks oh halbe Stunde geht aber schnell bis der fertig ist ja die Partei ist doch noch alles zum Rand kippen hier wir kriegen jetzt einen Schafter aber keinen V12 man die Frage ist jetzt welches Auto ist das hier Zentralverriegel irgendwas wird schon piepen aber ich hoffe der hier wahrscheinlich nicht ne fixer ich sitz jetzt hier die anderen Seite okay ich rutsch durch kein Problem andere Seite raus oh mein Gott die Karre kommt gar nicht aus dem Arsch älter weißt du Hauptsache auftun damit der schnell aussieht hehehehe dicke Krogenfelben drauf oh mein Gott die Karre kommt nicht aus dem Arsch hat er mit Verfolgungsjagt oder was? aber die Felgen sind eigentlich fett ne? ich bin ehrlich ich glaube ich hatte auf der anderen Karre auch Krobenfellen gefühlt nee so ist schon gut ja wohin des Weges ich weiß nicht mit dem Auto nirgendswohin wo ist denn der eine Taxityp dahin? die Enttäuschung soll ich den anrufen? hast du die Nummer von dem? ja lass den mal irgendwo in den Laden schicken Jürgen der soll überfallen ich ruf den an okay? besetzt ich warte noch kurz alter die Karre fährt 60 kmh dieses kommt halt nicht aus dem Knick ne? ne das mach ich ja damit die schneller beschleunigt was ist das denn hier? nur das steht dann von Helikopter warum musst du Menschen sein? guck mal dahinten siehst du einen kleinen Rotor siehst du den? vielleicht ist der offen dahinten ja auch ein Helikopter wo? da links du siehst den Rotor von hier den siehst du nicht mehr ah wazum vielleicht ist so ein Ding offen warte was? da ist ein Fahrrad auf dem Dach Jürgen ist hier da steht noch ein Helikopter warum steht hier ist es Jürgen seiner oder was? keine Ahnung ich denke ruf mal an hab schon geht nicht dran Max danke für den Prime im 36. Monat erst 36 Monate erst junge Schande so over admin du hast du den angerufen Giffy? war besetzt ich ruf nochmal an immer noch besetzt ein paar Helikopter hier irgendwo stehen ist das nicht hier eigentlich auch so ein Laden der auffallen soll? der gehört der gehört da haben wir doch damals hier ein Treffen gehabt von Juri irgendwie mit Juri haben die zu tun sind gute Freunde von dem glaube ich wo ist der eigentlich hingegangen der war vorhin bei Cody ist und dann war der weg? ja hier ist auch Autoladen imagine du kaufst dir so ein Haus Alter und musst auf Straße parken weil du keinen Parkplatz hast echt schlechte Leistung imagine du hast Millionen auf dem Konto und musst mit seiner Kiste herumgerungen das ist doch nur ein Leihfahrzeug Katzenmaul Alter ist hier eigentlich schon was los? oh ja Horus gar nicht so nah ist die Autos von Kiez Autos bestimmt die wissen was ich in den Pool gekackt hab ja wir haben da total verkauft für 31 Dollar geil ich glaub hier wird überfallen erstmal reingehen Hallo sagen von dem Bullen sich drum kümmern da war doch grad ein Helikopter im Himmel oh wir werden verfolgt werden wir? werden wir jetzt sehen ah er fährt weiter dann stell ja die sind glaub ich ja alle schon Haie machen Haie Bubu Haie Bibi Bubu ja ja nur noch Verbrecher unterwegs haa 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 da will ich mich auch mal wiedersehen ich glaub ich hab noch 15.000 auf dem Konto das ist viel Geld hä? das ist viel Geld ja der Jack und die Oma hat alles bekommen tot hui 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 guckst du dir an älter 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 Jigsau dank für den Prime im 25. Monat Rudi und Snoopy dank für den WeStar im nächsten Monat dann bist du Snoop von Bomben oder wat? Snoopy? nein ne? oh ne Mist geht 28. August 2020 wer denn? wann folgst du denn Max? sag mal folgt seit dem 28. Februar 2021 25 check notification gehen die fangen immer nur der grünen Karre hinterher die fangen immer nur der grünen Karre hinterher ne? äh ja da da finde ich mir sogar mein das muss ich sehen äh mich schön wat willst du da sehen? ich hab mir erstmal mein meine Augenbinder abgenommen das muss ich sehen wo sind die Haare hier? er flirtet da hinten er versucht's zumindest da Giffi da guck die steht ganz alleine da die braucht dich glaub ich grad nee guck die geht zu deinem Auto aber die braucht dich ich glaub er hat die versucht aus dem Koffer irgendwas zu klauen das kann auch sein oh da kommt Polizei äh du musst auf deinen Namen klicken Bruder dann siehst du das so ne Cops? ja da ist auf jeden Fall Blinky Blinky oben ah der wartet bestimmt bis die grüne Karre vorbeifährt um ihn wegzupippen oh meinst du sie pippen dir doch jetzt Jürgen die brauchen einfach 2 Stunden um Auto anzuhalten in 5 Minuten oh da wird gehupt das gibt ein Blinkmanöver oh 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 das ist der Typ der vorhin bei Cody stand alter er wird gleich schwer entführt habt ihr eigentlich Knarren bei? ja mhm cool da schon wieder die Gru... Da brauche ich keine Knarre Der Harry unterhält sich alter Lass mal folgenden Anti-Wingman spielen Naja, sie haben da irgendwann abgedrängt und da in die Ecke reingeschoben Da neben ein paar Komat in diese Haben sie da reingeschoben mit dem Auto Und dann konnte Harry nicht mehr Belästigt der Harry euch? Nö, alles gut Bist du verletzt? Harry, die Unterhose, die du in die Wäsche gepackt hast Da waren schon wieder braunen Flecken drin Ja, aber ich bin ja nicht eingestempelt, ne? Ja, wir sind grad nicht im Dienst Ich bin kopfmäßig und dazu müde zum Arbeiten Alles gut, wir haben ihn schon in die Wunde gespuckt und der Rest macht die Zeit Ja, das stimmt Wo arbeitet ihr? Krankenhaus Ignoriert denn, der ist klein, der ist zwölf Der ist auf dem Kopf gefallen Einen gern kann ich zuordnen Jetzt kommt die grüne Karre wieder, Junge Mit seinem Umbrero Wohin? Ich hab mich selber tätowiert Der hat mir das Umbrero verratet dich ein bisschen, oder? Wo gehört man dazu? Vamos, Bruder, vamos Vamos Geh weg von meinen Tacos Ich hab keine Flecke, ich gehöre nicht zu den Maxis Jetzt ist er schüchtern Jetzt ist er schüchtern Wo ist die Karre, Junge? Alter, jetzt ist doch ein Heli Oh, mein Ohr Guck dir da an Jürgen, die brauchen 25 Autos, Alter Und zwei Stunden und ein Auto am zweiten Und Heli kommt Die gehen auf Sprit Die gehen auf Langzeit Ich kann nicht aus dem Gesicht rausschneiden Meine Tattoos Nee, das geht halt auch nicht Ja, du wirst für immer hässlich bleiben Warum der Gefühl ist doch voll der Süßieboy? Ja, weil ich hab meine Ich würde meine Gesichtstattoos loswerden Warum? Ich lass sie weglasern Der will so rein sein wie ich Es gibt leider noch keinen Laser Wir haben im Krankenhaus noch keinen, leider Hast du mir schon mal ins Gesicht geguckt? Nee, klar Du bist nicht rein Du siehst aus wie ein Mandala-Buch Okay, du bist echt hässlich Ey Ich bin nicht hässlich, okay? Mhm Wirst du jetzt besser mit der Brille? Oder was hast du denn da auch? Der Tatoovira damals gefragt hat, was er alles anstattes haben will Nee, Bandana, aber du hast mir auch Ich rät hier die ganze Zeit Nicht der mit Sombrero Irgendwie sind die Augen verschwunden Okay Ey, musst du meinen Kopf im Nacken machen, dann sehe ich sie Hi Du hast aber große Nasenlöcher, du Mach lieber den Kopf wieder runter Ich denke, eine kleine Füge meiner will Der setzt der Ding immer auf, wenn der schüchtern ist Wo kriegt man denn so coole Taschen her, wie ihr die habt? Wir verkaufen die, aber jetzt noch nicht offiziell Kann ich deine haben? Nee Wieso nicht? Kann ich die noch nicht verkaufen? Das ist kein Sinn, da bist du an der falschen Stelle Hm? Aber wir haben für Frauen viel schönere Taschen Ja, hätte ich auch gerne Aber nicht um 410 410.000 und noch irgendwas Guck mir meine Schuhe an Warum? Dafür musst du noch viel Geld bezahlen Voll fancy, ne? Sonst trägt man Klamotten von der Stange Aber 410 noch nicht Ja Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung über die Tasche Wir haben 637.000 mal angerufen Leider kein Ja, aber der verkauft die Taschen ja auch nicht Ne, die gab es ja nur bei dem Event Ja, weil das Es hieß ja doch mhm Outdoor verkaufen bla 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 Und dann stand eine Telefonnummer dabei Und die habe ich sehr oft gewählt Aber das war ein Scherz Das war ein Scherz, ja Sonst kann man die nur bei ULive kaufen Weil irgendeiner die vertickt Ja, und die sind viel zu teuer Entschuldigung Ja Was kosten die denn gerade? 400.000, 500.000, 800.000 Na klar Das krasse ist, wenn dann Glocks schon um 400.000 gehandelt werden, ne? Schuhe, hallo? Was? Naja, 200.000 gerade bei Dings Egal Viel zu teuer Ich muss glaube ich los Ja, aber es ist halt Es ist halt was seltenes Muss ja keiner kaufen Die Leute, die das unbedingt haben wollen Die zahlen den Preis Wir haben schon die Schuhe Doch, doch Die Schuhe, die der hier hangert Haben wir verkauft Für eine halbe Million Schon öfter Hast du meine Schuhe? Ja, ja, die Nikes Ja Das ist kein Problem Es gibt Leute, die da kaufen Ja, vielleicht nicht direkt deine Giffy Aber die anderen da drüben Die sehen cool aus Meine Schuhe wurden für eine halbe Million verkauft Doch, haben wir Hm Gottes Willen Das sind doch Und etwa Werbezwecke Damit überhaupt Werbung ein bisschen dafür gemacht wird Okay Es gibt Leute, die sitzen auf viel Geld, die zahlen das Und alle anderen müssen halt Stangenklamotten tragen Ja Deswegen frage ich schon mal kurz Ich will nur eine kleinere Tasche Wie eine kleinere? Ja Nicht so einen komischen Rucksack Nicht so einen Rucksack Das ekelt mich einfach an Also wir verkaufen auf eine Frauentasche Aber nicht die von dem Event Sondern eine viel bessere Ich glaube die kostet 150 nur Mhm 1000 Kann man die Kann man die vorher sehen? Ja ja klar Ja klar Aber jetzt grad nicht Mhm Naja Immerhin 150.000 Als W 870.000 Warum muss ja die ganze Zeit hier lang fahren? Das ist Ist die Verfolgungsquote oder was? Oder sie ist zu voll schnell von dem Mikrofon, Alter Ist die Verfolgungsquote oder was? Was klappert denn da die ganze Zeit? Komm lass mal hingehen Wohin? Zu wem? Wohin? Ach zu dem Typen? Ja Wohin? 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 Vielleicht nicht in diesem Leben, aber am nächsten Oh wow Ich glaube, ich fliege gleich noch ein bisschen in Dienst, ne? Kannst du vielleicht noch ein bisschen rüberrutschen, Markus? Bisschen eng hier hinten. Dann kannst du den Körlis helfen. Dann kannst du ihn vielleicht mal ein bisschen moderieren oder so. Beparteen. Lass dich aufstehen, warte. Ich mach euch Platz. Nein, nein. Komm doch, setz dich wieder in die Mitte von uns. Nicht so. Ich soll dir doch Platz machen. Nein, nur ein bisschen rüberrutschen. Aber die Gratistube bitte. Beparteen, ja? Keiner da. Ich geb dir den Kühlkrank. Das hier ist kein Schiff. Die junge Gare. Ich rüsste gleich um. Was klappert denn da so hier? Was ist denn los? Nein, wir haben aber gerade nichts zu tun, wie es aussieht, ne? Ist ganz neu. Ja, ja. Warum ist da? Ich hab halt so mehr sagen, weil ich hab halt unnormal Verluste gemacht wegen dem ganzen Scheiß. Ja, komm, lass uns. Ja, wenn ihr, ne, behandelt werden wollt, dann könnt ihr euch in fünf Minuten ins EMS begeben. Du kannst mir auch einfach deine Nummer geben, dann ruf ich dich an, wenn ich eine Behandlung brauche. Nee, nee. Die Behandlung gibt's außerhalb im Dienst nicht. Der ist aber reich, ich schwöre. Oder was klappert denn da die ganze Zeit, Alter? Du darfst auch auf meine Schuhe riechen. Ich glaub, das war das Gebissen. Hat die ein Holzbein? Junge Harry einfach dicke Körbe kommt. Marco, was ist los? Warum sitzt die alleine? Oh, guck mal, die ist wie Gülfi. Erstmal auf die Scheibe. Weißt du, Bob Marco? Der reißt die Tür ab. Nee, ich heiß nicht Marco. Wie heißt du denn? Doch, der heißt Marco. Ich heiß Marco. Was machst du hier? Nein, ich heiße nicht Marco. Wie heißt du? Keine Ahnung, er hat mich so, wie er möchte. Marco? Ja, da bin ich Marco. Okay, wie geht's denn, Marco? Was machst du hier? Marco, darf dein Fahrrad kurz haben. Ich sitze auf der Bank. Man muss ja aufstehen, um das Schloss wegzumachen. Was denn? Bemühe dich nicht, Marco. Ist in Ordnung. Steh mich mal für einen guten Freund auf. Was? Oh, wow. Wollen wir Freunde sein, Marco? Weiß ich nicht. Ich glaube, er hat das Gefühl, dass wir den verarschen wollen, obwohl wir nur fragen, was abgeht. Hä? Nee, das Gefühl hab ich nicht. Gehst du arbeiten? Auf Erbefeld oder so'n Shit? Ich arbeite nicht. Ich leb von Stütze. Echt? Ja. Der gefällt mir. Der hat auf der Bank. Und dann sitzt du hier rum und fütterst irgendwelche Tauben von deinem Stütze. Ja, richtig. Mit einem verschimmelten Bro. Die haben dann so viele Argel, die auf dem Erbefeld. Was hast du so für Pläne? Stütze. Stütze. Also nur Stütze. Nee, natürlich nicht. Ich hab noch so ein paar Angestellte, die in einem 24-7 arbeiten. Achso. Ja. Arbeit nur der Befeind. Nee, nee, die arbeiten da. Kannst du nur die Second-Fans-Schuhe da unten leisten? Ja. Du, mach mal meine fancy Schuhe an. Ja, gib mich an, Junge. Die hast du nicht mehr bezahlt. Die sind geliehen, Junge. Ja, ich versuche. Ich versuche dir zu verkaufen, also sehr ruhig. Er versucht einfach mit Sachen zu flexen, die nicht ihm gehören, Alter. Ich versuche dir zu verkaufen, du Vollidiot. Das ist Verkaufstaktik. So was würde ich niemals machen. Marco hat gerade gesagt, dass er von Stütze lebt. Wie soll der halbe Million aufbringen? Der hat gerade gesagt, dass er 24-7 hat. Ja, seine Kollegen haben 24-7. Oder er doch nicht. Nein, der hat gesagt, er hat Mitarbeiter, hat er gesagt. Ja, die Meister-Lis. Junge. Der Güflig ist auch so einer, der Foto vom Lamborghini macht und das hochpostet hat. Das ist okay. Dann hör dem Marco doch richtig zu. Er hat gesagt, er hat Mitarbeiter. Ja, du Arsch. Dreimal lass mich raten, bitte. Ja. Bist vom Kiez? Ja. Mann, du bist ja richtig undercover jetzt unterwegs. Ja, Mann. Ach, der ist vom Kiez. Trotz im Fall, Fresh, deine eigene Markes haben. Ja. Ja. Bin ich schon ein bisschen neidisch. Ich hätte auch gerne den Harry. Ja, aber eure Shirts schocken eigentlich mehr, muss ich ehrlich sagen. Boah. Oha, wenn das der Frank hört, Junge. Das hätte man mich jetzt noch nicht. Wenn das der Frank hört, Junge. Das ist der Frank, du. Sag mal, Urs, das Rolex. Nee, leider nicht. Das fällt schon, hier. Aus der Türkei. Ja, aus der Türkei. Ey, geht nix mehr ab, Alter. Wird Handgelenk grün, wenn du Hände wirst? Bitte? Färbt sich das, wenn du Hände wirst? Wird dein Handgelenk grün? Kennst du das bei dem Fresh, Muck, Junge? Ja, klar. Ich hab damals, als du 13, 14 war so Ketten getragen mit Hanfblatt, Alter, vom Bahnhof hier und bin dann mit Duschen gegangen, auf einmal blauer Hals. Die W-Zeiten. Ach so, ja. Was ist hier denn los, Alter? Ja, okay. Was ist hier denn los? Marco, Alter, kannst du mal deine Scheiße in den Bankgefarkt-Dingsbuchs hier, Toilette wegmachen. Entschuldigung. Mann, Mann, Mann. Er hat einfach einen Klob mitgenommen. Ja, denkst du, ich stehe auf und auf die Toilette, oder was? Deswegen fühlt sich Güvi so ein Wohl neben dir. Also ich würde mich ja voll heimisch fühlen, wenn ich im Klo wäre. Ey, Marco, bist du ein Mann-Nager, Alter? Ein was? Bist du ein Mann-Nager? Nee, wir wissen das. Handelst du so mit Raketenwerfern, so ein Shit, Junge? Nee. Liegst du mit deinem Fahrrad zum Mond? Nee, kann ich nicht. Ich hab kein E.T. dabei. Kann ich jetzt aufhören, mal diesen kleinen... Ey, die verfolgen ihn einfach seit vier Stunden und kriegen den nicht. Ich hab jetzt halt, um den Job zu machen, ne? Ja, dann los. Wir gucken dir zu bei der Arbeit. Deswegen warten wir hier. Nee, ich hab schon gemacht. Bist du schon durch für heute, hast du den Säuler füllt, den Tag ist heute. Ja, richtig. Er packt halt einfach die Latte drauf. Junge, was ist denn los? Kuck, die verfolgen immer noch 40 Autos sind hinter dem Ding. Und ein Helikopter. Nee, Helikopter. Was ist denn für eine Karre? So eine grüne. Eine grüne Räder. Das ist schon draus. Keine Ahnung, wer das ist. War so ein komischer Bentley-Vorschnitt auf jeden Fall. Ja, tut doch mal was für den Start und haltet das Auto auf. Ja, klar. Mach du das doch mit deinem Fahrrad. Hi Thorsten. Nee, ich bin zufrieden. Ich bin Thorsten. Bin ich Thorsten. Ich würde sagen, ich bin Marco und Thorsten. Aber es geht Thorsten. Ich würde, der hört sich an wie Thorsten, ne? Probierst du mal mit Leon. Leon, der Bademeister. Bist du von der Straße? Nee. Und wo arbeitest du? Ich im DJ. Im DJ. Wow. Aber ich will wieder freie Anwalt machen. Das muss halt noch meine Ausbildung halt beenden, ne? Und wo arbeitest du da freiwillig? Weil ich mein Jurastudium erstmal beenden muss, bevor ich da, ne? Das kommt aber nicht gut, wenn ich jetzt zu deinem Boss gehe und sage, dass du dann nur deine Ausbildung machst, um dann abhauen zu können, oder? Kannst du machen. Ich bin ja nicht verpflichtet, danach um DOJ weiter zu machen. Okay, dann hast du gewonnen. Ich hab mein Ausbildungsgeld selbst bezahlt. Okay, Thorsten. Probier. Hä? Geht doch einfach auf Erdbeerfeld, verdient man von viel. Die hab ich ja lang nicht mehr gesehen. Wir haben schließlich einfach den Erdbeerberon in. Alter, der Bulle. Könnten die... Boah. Ey, die Gemüse. Können wir mal sagen, dass wir hier nicht lang fahren? Der macht ja extra. Na, was geht's. Der hat auch so'n... ...so'n Spülgerät. Äh, Nerstin, vielen Dank für deinen Crime-Verbundherrn, du bist Thorsten. Du bist Thorsten. Und Ice-T, danke schön für den Wissen. Ich bin Leon. Und Max-Series, danke schön für den Wissen, der ist neunzehnt. Das ist doof. Mal probiert anzurufen. Wo denn? Weißt du ja gar nicht, ob er da ist. Wo denn? Bei Leon. Du bist doch Leon. Du bist der Schließer. Warum, der klingt bisschen hallig, ne? Was geht's sonst, was macht ihr Sommzomm? Also, der Marco füttert hier die Tauben und kassiert Stütze ab. Lass mal rüber im Dings-Shop hier gucken, ob er was gut macht. Jetzt wieder rumschreit, oder? Ja, ja. Schaut rein, viel Spaß euch noch, ja? Ja, danke. Geht so schön. Geht nix mehr ab, ne? Ist doch schon spät. Nimm deine Mitarbeiter aus, Marco. Hm, ach, soll er machen? Okay. Ja, ich wollte die hier an der Ecke eh feuern lassen, also. Okay. Ja, die arbeiten nicht gut. Aber ich dachte, du kriegst Stütze. Ja, bekomme ich ja auch. Oder verarscht ihr den Start? Ich verarsch den Start. Oha. Er hat keinen Bock Schäden zu zahlen. Echt? Du gehst gar nicht so leer. Oh mein Gott, hab ich nicht gesagt. Thorsten arbeitet da. Wer ist Thorsten? Der da vorne. Der vom Department. Achso. Rando Thorsten. Ich bin Leon. Stimmt. Junge, voll verwirrend hier, Alter. Ich dachte, Leon ist der links neben mir. Leon ist der blaue Haare hier. Warum machst du nur blaue Haare? Warum nicht? Warum hast du eine blaue Tasche? Keine Ahnung, ist so ungewohnt, Menschen mit blauen Haaren zu sehen. Ja. Manche Leute mögen blau. Ich mag blau. Ist das so gefärbt? Das? Ja, das ist gefärbt. Als wenn die natürlich so wachsen. Marco, sehr ruhig. Es gibt alles. Entschuldigung. Hallo, wir sind in Los Santos. Hier ist alles möglich. Das stimmt auch wieder. Könnte es mein Bruder sein. Und alle rennen auch, wenn sie telefonieren. Ja, aber nicht alle. Bist du deinem Platz? Sieht da am Gifikum hier. Und jedes Mädchen ist hübsch. Ja, danke schön. Marco hat dich schon vermisst an seiner warmen Seite. Rutsch mal ein bisschen, Marco. Ne, ich bin fett, Junge. Muss mich schädigen. Wenn da ein Mädchen vorläuft, dann rennen da 17 Kerle hinterher. Wo? Du auch? Ne. Thorsten ist der Erste. Ich hab genug von Frauen. Warum? Du hast ja schon Erfahrung gemacht. Thorsten, hast du so einen Stressklicker in der Hand? Nö. Warum? Weil du die ganze Zeit mit deinen Händen am Klick singst. Hast du Stress? Für die Hunde. Der trainiert die. Rundetrainer. Ah, so ein Hundedingenklicker, ne? Ja, so ein Klicker. Deshalb macht der Giffy Sitz. Nein, das sind immer die Klicks, wenn ich dann, ähm, also ich hab so einen Zähler, weißt du, so einen, so einen, so einen Eingangszähler. Versuchst du dir was abzugewöhnen? Ich klicke das immer, wenn dann die Koks vorbeifahren, wenn man das immer nicht so viel eh natürlich mehr hat. Irgendwo stecken die Giffy da ein. Hat der eine Perle? Nein. Selbst wenn hätte die Perle nicht so ein Auto. Wer weiß. Giffy sitzt nicht die Frauen unter der Brücke. Obwohl, jetzt hat der ja Schuhe mit denen, er flexen kann, die ihm nicht gehören. Hängt er oft hier ab? Ich glaub, Marco schon. Oha. Wie kommst du denn da rauf? Du hast dein Fahrrad geparkt, als würdest du es immer so parken. Oh, ich dachte, der ist so gefühlt wie eine Crunch, Alter, man scheint. Was? Ich versteh's nicht. Das ist, glaub ich, dein Stammplatz hier, oder? Sei ehrlich. Nee, eigentlich nicht. Es ist eigentlich die Bankkirchen neben uns. Oh, du bist der Bademeister. Ja. Oha. Grüß dich, Meister. Guck mal, wen ich hier gefunden hab. Ich hab noch meine Freunde mitgebracht, da vorne übrigens. Das Tick, Trick und Track. Wer darf so? Aber die sind schüchtern. Ist das unser Schaffner? Wer warst du, Junge? Ja, ja. Ist das das Ding, was ich geschenkt bekommen hab, dein Hut? Bitte? Wo hast du denn her? Ich hab auch nur einen davon irgendwo, ne? Was? Junge, ich muss nicht gleich. Ich glaub, ich weiß ganz genau, oder? Das ist nicht deiner. Klar, ist das meiner. Nein, das ist nicht deiner. Halt das Maul, Junge. Den hab ich damals Bademeister geschenkt. Den hab ich nämlich von diesen komischen Dings bekommen, von Juri, der Kollege da. Ich weiß gar nicht. Ich glaub, den haben wir mal erbeutet auf dem Raubzug. Nee, 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 nee. Den haben wir schon ultra lange. Pass sehr gut auf das Ding auf. Ja, siehst du doch. Jetzt in der besten Stelle, wo man drauf aufpassen kann. Coole Schuhe, by the way. Danke, danke. Macht ihr grad irgendwie Werbung für eure Klamotten, oder? Immer. Ja, klar. Immer. Ich kann ein bisschen hören. Finde ich, finde ich gut. Ja. Das ist übrigens Marco. Ah, moin Marco. Das ist Marco und der Anglis Thorsten. Der mit dem blauen Haar. Nee, ich dachte, der ist Thorsten. Ah, ich bin Leon. Moin. Das ist der Thorsten vom Erbefeld, der Anglis arbeitet bei dem Department of Justice. Er hat den Spitzennamen Leon gegeben. Nein, Marco ist Stützenträger und Thorsten ist der vom Department. Oh, Rubens Stützenträger. Was? Ich bin verwirrt. Wer ist denn jetzt Leon? Leon ist der Bademeister. Leon ist von der Straße. Leon ist von der Straße. Ich kann schon mal anfangen, den Langzeit bei der Liste zu machen, wer wer ist. Ihr redet mit blauen Haaren, das ist Thorsten. Das ist doch ein Bogen. Nein, das ist Leon. Du in der Mitte bist, Giffy. Rechts ist Schaffner. Dann, was bist du? Dann kommt der Harry. Das ist ja der Thorsten. Dann kommt Marcel. Ja. Das ist Holland. Und du bist Leon. Nein, 614. Ich bin Nick, ich pushe immer. Du bist Nick, okay. Ja, aber sag ruhig, wenn du keinen Bock mehr hast. Was? Das ist egal, wir werden trotzdem. Wir sind hier, Alter. Irgendwie vermisse ich das neue Handy. Wer ist denn jetzt Tick und Trak und da raus? Den hast du denn da mitgebracht, Max? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Lass die ranholen. Sag doch nicht, dass deine Freunde sind. Markus alleine. Ja, doch, doch. Ich werde dich von Bomben. Thorsten, wie geht's dir? Weiß nicht, ich habe keinen Rundgangblick. Auf Reihenzug kicken, Junge. Soll ich mal noch Ausweis fragen? Nee. Der Marco, kein Handstand. Was ist denn hier los mit dem Bull? Ey, die verfolgen den schon seit 2 Stunden, ey. Mit 50 Autos und Helikopter, irgendeine grüne Karre. Die kriegen den nicht. So ein Paragon? Weiß ich nicht, was er... Ich glaube schon, ey. Ja, der kam mir gerade entgegen. Aber da war nichts dahinter. Ja, weil er die die ganze Zeit verarscht. Oh, ich warte, ich rufe einen Bademeister an. Mach da eine Nachtschicht. Nee, wir müssen... Ich habe unsere Freunde mitgebracht. Das ist Marco, der mit dem blauen Haaren ist Thorsten. Sagt Hallo Marco Thorsten. Der mit dem blauen Haaren ist Thorsten, der in der Mitte von der Bank ist Marco. Und wer ist das jetzt Oberkörperfeind? Marco Thorsten, hallo sag, sei nicht unhöflich. Ja, du Tick, Tick und Tack. Achso. Oha, warum beleidigst du die, Alter? Kennst du dich doch gar nicht. Warum nimmst du die Tick, Tick und Tack, Alter? Also ich würde dir jetzt eine Bombe... Ja, die Kraft. Der eine gesagt hat, der hat seine Freunde mitgebracht. Mit dem blauen Haaren. Also Thorsten haben wir noch nicht so lange. Der ist noch nicht gezogen. Aber Marco, der horcht. Nee, der Thorsten gehört noch nicht zum Junkie Park. Ich bin kein Hund, Junge. Der muss erst Bewerbung beschreiben. Marco, Ruhe. Der Marco ist kein Hund. Also ich besteh jetzt darauf, dass ich ein Leckerli bekomme dafür, dass ich den Mund halt... Ach, da hab ich gerade schon weiter, da steht ein Kopp aus. Sei ruhig. Ich hab auch vorher einen Sitz gemacht. Es wird aber voll hier. Wie viel macht Platz? Lass mal einen riesengroßen Kreis machen. Ja, lass mal einen Kreis machen. Lass mal unseren Stammbaum machen. Hallo. Die Dame, das ist Marco. Und dahinten, der in dem blauen ist Thorsten. Marco, Thorsten, hallo sagen. Hallo. Hallo. Das ist der Welt. Hallo, Thorsten. Fein. You come, Nils. Ja, tu deine Kriffe weg von mir, bitte. Was? Warum bist du so nah sei? Und da kommt dann wieder die Brüder. Ich bekomme keine Lecker. Oh, wow, danke. Bitte schön. Guck dir da. Können wir uns kurz losmachen? Mann, mir zittert es schon wieder an. Ja, nur übertreib mich, Alter. Push, push. Und immer den letzten, Alter. Den letzten da rein. Ich muss meine Karre jetzt abholen, Alter. Ich kann. Ist schon so spät? Ich hab den Komodo zu lassen. Tschüss, Marco, Thorsten und der Rest. Peace. Lass uns nicht an Kutschen. Ja. Oh. Und wieder Stille. Oh, Scheiße. Und wieder Stille, sagt er. So, neils, Marc. Wart mal. Junge, wenn du Nachtschicht machen gehst, dann gib die Klamotten her, du Affe. Ich geh keine Nachtschicht machen. Ich sag's dir. Wenn du die verlierst, fick ich dich. Ja. Ja. Was ist denn? Warum? Die sind alle so fertig hier. Stimme vor, ich steh lieber im Kreis, Alter, jetzt hier rumzusitzen. Ich fand's ganz angenehm. Was ist mit dir, Junge? Der Hut. Ich sag dir, der Hut. Wer zieht dich raus, Alter? Der Hut hat die gezogen. Der Gegner hat die Hut nicht verpasst. Er fliegt aus dem Autobahn, warum ziehst du mich raus, Alter? Ich sag dir, das war der Hut. Das ist wie beim Regenschirm. Wenn der Wind von der falschen Seite kommt, bist du weg. Kannst du bitte mal Gas geben? Was soll ich machen? Die Kfh fährt nicht schneller. Was war das denn? Ich steh an, ich seh nix. Ich seh schon, komm gleich, ich komm von rechts nach links. Überzieht die Polizei aus der Reihe und haut den Zeichnen. Der Chef, der ist aber schwer, wir pumsten den weg. Oh, da war schon Polizei. Ach, der hat schon den Anlauf genommen. Die haben ihn verloren. Der hoffentlichste Kevin nur da. Ey, wir nicht. Oh, da haben Polizeiautos. Haben die sich nicht hier drinnen versteckt? Keine Ahnung, Alter. Junge, wo ist der Kevin, Alter? Hey. LSC, Herr Bachmann, da ist er doch. Der Kevin. Spotlight. Name light. Cut the swipe, get your move right. Okay, wunderbar. Der Giffi sagt einfach, der ist Mediziner. Dann dürfen die den Schuhe nicht nehmen. Was? Er ist reich in der Werkstatt. Boah, Max hat das Maul, Alter. Junge, gehen in Zimbabwe. So hässlichen, du. Ein Strink gibt's erstmal was. Kommt, Kevin. Wenn wir seit 60 Jahren mal auf den Telefon geguckt, gerade mal wer angerufen hat. Guck mal, Harry ist ein kleiner Zehkot. Doch. Wer ist denn der Frank? Der ist größer als alle anderen. Beginnt mit PD und endet mit 16. PD 16. Ruf die mal an. Lässt den Dienst. Wenn die dran geht, sagst du, ich hab dich so vermisst, können wir uns treffen, bitte. Heute. Nein. Mach, Junge. Ich hab die gerade schon angerufen. Ja, und? Die hat, äh, die meinte, ich hat gefahren, wie lange ich wach bin. Und? Ist so spontan. Ja, die wartet, bis die Ehemann pennen geht, Junge, damit die mit dir wünschen kann. Zum Morgen. Ja, sicher. Dann können die auch date gehen. Ich hab schon Platz für die. Komm, wir machen ein Bevor-Service-Dings für euch. Ach, du kannst Klamotten besorgen. Genau, sei wie geht's. Woher krieg ich coole Crocs? Die kriegst du nicht mehr, die gab's nur beim Event. Aber wir haben noch, jeder, der beim Event war, hat welche. Harry hat zum Beispiel meine. Zum Glück war ich beim Event. Ich hab die vom Jack bekommen. BT hat welche von Yuri erst dann geschenkt bekommen. Ja. Oder vorgestern. Der Yuri hat auch nur ein, zwei Paar irgendwo in einem Auto hier rumfliegen. Also Palila Crocs. Der darf die aber nicht importieren, Alter. Palila Crocs würde ich nehmen, ne? Ja, Jack hat beim Boxen die Emperin in die Menge geworfen, die Crocs. Die haben wir nie wieder gesehen. Mit dir hat er in die Menge geworfen. Die haben die dritte Trampel. Keine Ahnung, wo die waren. Äh, ja, heb die doch einfach auf. Die hängen in der Decke oben. Das ist wie damals in der Turnhalle mit den Bällen. Ah. Hab ich immer extra gemacht. Ich auch. Ehrlich. Ich hab hochgeschossen. Und dann, ah. Wie hieß das Spiel damals, wenn wir in meinem Sportunterricht gespielt haben? Brennball. Brennball, ne? Ja. Was? Guck mal, einer war in der rechten Ecke oder so, hat den Ball irgendwo hingeschossen und kannte dann rennen. Ja, Brennball. Brennball, ne? Ja. Das war das geilste Spiel. Und Brennen. Also quasi Baseball von Busch. Ich kam immer nur eine Station, da hatte ich jetzt im Verkürst. Egal. Ich bin immer noch losgelaufen. Du warst auch durch. Ich wurde immer als letztes gewählt. Echt? Mhm. Warme Schwein. Aber auch nur, weil du ein halbes Auge hast. Die Fieser 26 hat immer noch Dings, alter Gitterbett. Das stimmt. Wo bleibt denn jetzt Kevin? Mit so Aufklebern vorne dran auf Amhol. Wie gesagt. Ja, ja. Ich bin nicht toll, dass ich da ausbrechen kann. Lass doch alle zusammen reden. Voll geil. Ja, super geil. Ja, Mann. Das ist echt geil. Max, dann sagst du meine Jacks green Blinke-Schuhe, Alter. Sag her. Maschallah. Ari, kennst du die nicht auch, die Schuhe? Hattest du nicht auch mal solche an? Weiß nicht. Glaub schon. Also irgendwie kommen wir die bekannt vor. Aber die sind cool. Okay. Achso. Ja. Oh, chillig. Gut. Das nehme ich dann gleich mal mit, ne? Kein Problem, darum kümmern wir uns. Der sieht doch aus wie neu jetzt wieder. Das ist der Kevin, Junge. Alles cool, Meister. Ich kümmere mich um den. Natürlich kümmere ich mich nicht um den. Tut mir leid. Ich habe Koks dabei. Amaya mit deinem Backpack. Das ist ein Polizist. Ja, das sind die neuen Rucksäcke. Wie? Die haben wir durch den Zoll gebracht. Ja, moin. Oui, die Rucksäcke. Oui. Moin, Meister. Mediziner Rucksäcke, ne? Mhm. Maschallah. Die sind schön aus. Sag mal her, siehst aus ein bisschen wie so ein Turtle, ne? Das ist mein Auto. Warum ist da eine Bullen-Karte? Warum? Sag mal, kriegt ihr das grüne Dings-Schrottmoped nicht, da? Junge, wo ist meine Motorhaube? Kevin! Der darf, der lass mich mal funken. Was? Habe ich einen Knick in der Optik, oder? Egal. Du, ich glaube, du musst... Weißt du, komm, ich geschüsse. Hallo, wir wollen die Motorhaube mithaben. Ja, wirst du dich drauf? Ja. Das passt schon. Warte kurz, dann mach ich's kurz anders. Und du wieder kurz wirst. Ich dreh kurz ne Runde. Boah, jetzt geht... Warte, im Moment. Ja, ja. Hallo? Machen wir jetzt? Einparken. Was hat er vor? Keine Ahnung. Der dreht ne Runde. Da hat er halt ne Motorhaube von hinten von den Polizeiautos. Das passt schon. Oder vielleicht ein Werkzeugkassel zum Festziehen. Das ist auch nun der Kleine hier, ne? Das ist nicht Mannschaft, da. Das ist ein Schwarzer. Den hätte er uns mal geben können. Er ist genauso langsam. Aber die sieht doppelt so cool aus. Was hat denn der Kevin jetzt vor? Ich glaube, der ist in der Rückholung. Der Kevin macht bestimmt den Reparaturkasten mit Motorhaube. Pass auf jetzt. Er hat jetzt ne Motorhaube und die zieht er jetzt nochmal fest. Ja. Besser? Ja, hast du's super dran gebaut. Dankeschön. Bitte. Ich wünsche euch was. Jo. Tschülle haben noch. Okay, let's go. Ja, wohin des Weges? Pennen oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ach. Das ist nur zum Park. Guck mir, die Karre jetzt fährt. Boah, war mal halblang hier. Boah, ich liebe dich. Habt ihr eigentlich viele weiße Klamotten dann im Angebot? Äh, geht. Geht so. Also, wenn ihr für weiße Klamotten noch jemanden braucht für Fotos oder so, ich würde mich anbieten. Warum unbedingt weiß? Warum du, Junge? Weil ich Harry der Weiße bin. Du wirst aus, dass ich dich kann da weiter. Nein. Was ist denn für eine Kalle da? Keine Ahnung. Wo ist das Wechsel jetzt hin? Hinter uns. Tschülle Patrick. Tschülle. Hier haben wir den... Hä, da ist der Muffin doch. Hä? Ach nee. Kann ich mal deinen Hut aufprobieren? Curtis? Warum? Guck mal, wie das aussieht mit dem Outfit. Was fährst du denn da für eine Karre? Ja, ich weiß nicht. Die stand hier rum. Wem gehört die? Sieht auch schick aus, ne? Äh, ich glaube Mo. Ja, ja, ja. Was ist denn das für ein Nummer, Chef? Äh. Ja. Ah ja. Würf war das nicht. Hä, das ist das Auto von dem Mo. Ja, genau. Von dem Mo. Ach so, VDM von dem Mo. Ja. Krieg ich meinen Hut bitte wieder? Ja, natürlich. Oder soll ich dir eine klatschen? Klatschen. Nein, lass das an. Ich hab 51 Fahrzeugscheine. Ja, kannst du mal hergeben. Hast du noch Kohle? Nein. Hast du schon gegeben, ne? Vielleicht. Weiß nicht, meine Erinnerung ist nicht so gut. Ach so. Jetzt haben wir den einen Taxifahrertypen voll vergessen. Welch Taxifahrertyp? Die Enttäuschung. Pardon? Keine Ahnung, wir wollten ja anquatschen. Egal, ich geh jetzt pennen, Jungs, halt rein. Jo, hau rein. Alles gut, klar. Grüß Gott. Peace. Chat, hab in den Hire-Boof. Ihr seid eh alle schon am pennen. Und Benson, danke schön für den Host vor sechs Minuten. Tut mir leid. Ich hab leider keinen Alarm dafür, wenn du nur hier bist. Und herzlich willkommen. Aber die meisten sind wahrscheinlich schon weg, weil dir nichts mehr abgeht. Aber es ist ja nichts schlimm. Weil. Ui. Was machen wir denn an? Boah. Na, da bist du doch wieder, Rachel. Nicht, dass du wieder gebannt wirst für dein Name, doch. Hallo, Chat, wer ist noch da? Lass mal Aktivitätscheck machen. Äh, wer ist noch online Tice noch da? Ja, der zieht darüber durch, ne, 50 Stunden, Alter. Äh, der zieht darüber. Äh. Tye. Ich mach die Raid-Pommes gleich. Hallo, so. Ähm, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Morgen kommt ein neuer Charakter. Ich überlege mir noch, ob wir den zusammen erstellen, weil ich brauche echt immer lange dabei. Ich weiß auch nur gar keinen Namen. Kann sein, dass ich den schon vorher erstelle. Und morgen machen wir dann ein bisschen Grim-Bastard-Event-RP-Ding da. Ich weiß nicht, was die anderen geplant haben, was Tye geplant hat und so. Mal gucken. Okay? Vielen lieben Dank für den Support. I love und wunderschöne gute Nacht. Dankeschön für alles. Tschüss. Gute Nacht. Bye-bye. Bye-bye. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Vielen Dank.